So, und ihr seht schon jetzt gleich, dass ich zum Beispiel gerade Fenster muss, im Moment, so. Ihr seht jetzt zum Beispiel, dass wir haben den Filter gerade wieder drauf, dieses grüne, neblige, ne? Ich hab gestern alles versucht, das zu speichern. Ich hatte nie Probleme damit, wenn ich bei dem EMB-Filter irgendwas eingestellt hab, beim Reshade. Hier, warte. Wenn ich irgendwas eingestellt hab, da hat er auch das übernommen beim nächsten Neustart. Und jetzt hab ich ja das Update gemacht davon. Judgen ist auch ganz schlimm, kann das mir nicht abgewöhnen. Judgen sag ich auch. Oh mein Gott, guck mal. Moment. Das Kind steht noch, da ist seine Hose. Oh, der Boxerschutz ist wirklich sehr knapp. Da liegt ein, okay, ich hör auf, guck. So. Hier, das seht ihr, ne? Dieses Adaptive Fork. So. Ich muss aber auch sagen, andere Sachen hat er übernommen. Ich kann mal kurz gucken, ob der das übernommen hat. Warte. Genau, das war's. Hier, das hab ich gestern neu. Da, guck mal. Der lässt das hier, das muss ich rausgehen. Da muss ich, glaub ich, in die Inie selber rein. Das macht er immer wieder an. Das Schwein. Ich kann, oh, ich muss mich erst mal umziehen, weil, äh, ich kann nicht raus und wieder rein. Ich muss das jetzt hier so machen. Was hat mich denn geritten, in den Noten zu fahren, eigentlich? Jetzt haben wir etwa das Problem gleich wieder. Oh Gott. Okay. Ja, Shampoo. Ich weiß schon, wo ich das hinpacke. Finde ich voll cool, dass es hier Shampoo gibt. So, aber dann wieder schwarz. Ich weiß auch nichts. Das war's, glaub ich. So. So. besser oder? Oh Gott. Ja, das ist nichts Schlimmes, was ich gemacht habe. Ich habe nur ein bisschen, die Sache ist, mich riecht das nämlich mit meinem Schrank selber auf, aber ich fand es sehr cool, dass die Melodie den aufgeräumt hat. Oh Scheiße. Ich muss mich mal muten. So. Okay, bei uns ist noch alles tippitoppi. Die Musik mache ich jetzt noch ein bisschen leiser. GameStop mache ich gleich auch wieder leiser. Habe ich natürlich immer noch nicht gemacht, dass ich in den Singleplayer-Modus geben und das nicht mal einstellen, damit ich das nicht mal machen muss? Natürlich nicht. Warum flackert hier eigentlich alles? Aber wir können ja erst mal auf unser Handy gucken. So. Also, erst mal. Okay, warte, wir fangen mal von unten nach oben an. Das war, glaube ich, noch Ariane. Ja. So, Melodie hat noch geschrieben, du Saudo, weil ich ja geschrieben habe, fährt gelandet wieder Gutmachung, deswegen Tattoo-Umarmung wirklich gut. Ne? Und dann hat Philipp, Philipp hat uns geschrieben, guten Abend, die Lady Anastasia. Auf diesem Wege möchte ich mich bei Ihnen dafür bedanken, am vorgestrigen Abend ihr Anglitz bewundern zu dürfen. Vielleicht führen unsere Wege in Zukunft wieder zueinander, sofern sie es gestatten. In ehrvoller Darbietung mit Joffrey. Und ich kann halt so nicht schreiben, ich kann halt so nicht schreiben, ich schäme, ah, Joffrey, mein heimlicher Liebhaber. Niemals werden sie uns trennen können. Mutter wird es nie erfahren. Das schwöre ich bei meinem goldenen Kamm, der gerade, äh, der mein rabenschwarzes Haar gerade durchfährt. Ich kann so was nicht. Ich hoffe, ich hoffe doch, dass wir sobald einen Termin finden, so nah wie die Zukunft es nur zulässt, um wieder gemeinsam durch die Straßen ziehen zu können. So, ich halt einfach, Philipp, ich kann nicht so toll schreiben wie du, aber ich würde super gerne mal wieder etwas mit dir, Oma und John unternehmen. Wirklich sehr gerne. So, die Oma rufen wir gleich auch mal an. Dann kommt die Fee. Äh, ich merke schon, Jo, was geht bei dir, was geht ab, außer ich, wenn ich wohnen gässe. Bock heute Dinge zu tun? Hey, hey, Fee. Wow, dein Darm muss wirklich sehr gesund sein. Nein, da bin ich fast, fast ein bisschen neidisch. Ich hoffe, sie wird es nicht gegen mich verwenden irgendwann. Neidisch, weil ich von Bohnen, von Bohnen neben dem Pupsen auch immer ganz dolle Darmbeschwerden bekomme. Wann wird es dir grad zu hell? Klar. Hätte, hätte Bock. Ähm, wo bist du denn gerade? Ja, ich hab mich ab oben. Das ist ja wohl ein Alarm im Darm. Ja. Ja. So. Ähm, nur im ganz Geheimen. Ne, warte mal. Ne, das versteht man so nicht. Warte. Ähm. Ja, hallo. Hallo. Äh, ich bin in einem Laden an der Autobahn. An der Autobahn? In der Nähe vom Norden oder in der Nähe von der Stadt? Von der Stadt. Mitte. Mitte. Ja, ich bin. So ziemlich. Ich bin leider im, im Norden. Okay. Ja, äh, der Bus fährt gerade nicht, glaube ich. Soll ich dich abholen? Ja. Das wär super. Wo bist du denn genau? Ähm, ja. Ich könnte zum SD gehen. Ja, das wäre super. Da komm ich hin. Ja, gerne. Okay, super. Ich, ähm, bewege dich dann jetzt gleich mal dahin. Gut. Ja, mach das mal. Bis gleich. Bis gleich, Fee. Weil der Fee ist übrigens die Sache. Ähm, da wären wir ja wahrscheinlich noch eine, eine Background-Story erfahren, ne? Das ging ja. Was ist jetzt schon wieder los? Hä? Das ging ja nicht mit dem. Warte mal, bin ich komplett angezogen? Ja, ne? Ich will echt nur legen, mir einfach die Kette zu holen. Das ist so übel eigentlich. Ähm, das ging ja nicht und, äh, das würde ich auch noch schnell machen. Warte. Melody, du Sau, du. Warte. Warte, das machen wir, das machen wir mal später. Ich hab mal das, ne? Ja. Aber eines interessiert mich jetzt, ne? Boah, sieht da schön aus. Ähm. Oh nein, der wird wahrscheinlich denken, Ariane hat hier wieder Dinges gepostet, aber was soll ich machen? So viel mitzumachen. Guten, guten, guten Morgen. Howdy, Herr Cowboy. Ich habe mich heimlich aus dem Haus geschlichen, schweren Herzens, um Fehl zu, um Fehl zu treffen. Ähm, um Fehl zu dürfen. Ich habe dabei gerade, gerade bemerkt, dass dein Auto, ja im Norden ist ja wirklich schön aus, warte, dass dein Auto in den Graben gefahren ist. Hast du die Handbremse nicht angezogen? Sieht aber nicht so aus, als wäre da viel passiert. Fühlen, fühlen sie, nein! Sie, nein! Sie ist sich gedrückt. Schön, ach, nein. Gedrückt? Könnte man da schreiben, fühlen sie sich... Fühlen sie sich... ...gebongt. Nein, fühlen sie sich, äh... Es leckt? Ach, Erik. Okay, warte, Moment. Warte, 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 ja, ich... Ja, ich sehe es gerade auch, Moment. Applaus, bitte, aus. Erdrosselknuddelt. Erdrosselknuddelt? Kann man das doch schreiben? Ich habe ein neues Wort erfunden, geht das? Erdrosselknuddelt, schöner Mann. Ja, ich guck mal gerade, ich habe gerade OBS im Auge, es sieht nicht gut aus. Ich müsste eigentlich, glaube ich, runterschreien. Erdrosselknuddelt, schieb das schon mal ab. Warte. Fähig, 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 beeile mich, bin gerade an nem Stein hängen ge... Warte mal. Habe gerade so viel, so viel Steine und Staub in und an meinem Schuh. Ich mach das kurz sauber. Schaubballge. Ein Moment noch. So, ist jetzt gerade besser mit dem Connect? So, okay. Done. Ich habe geschrieben, ich werfe gleich nochmal den Salzstreuer um. Ja, der ist auch nicht gut drauf. So, ich gehe nochmal in den Modchat. Oh. War? War? Entschuldigung! So, Elf gehen wir mal. Elf, es tut mir leid. Oh, warte mal, wo muss ich nochmal her? Ich verpeile das immer so geradeaus und dann echt so. Schön, ne? Vielleicht können wir mit Fee am Strand und können dann später irgendwie noch Melody treffen. Und, ach, ich muss ja auch zur Oma unbedingt. Ich muss unbedingt zur Oma. Schreibe mal der Oma kurz. Warte mal, ich muss ja einmal... Oh, wie schön das ist. Hast du ja ein schöner Po, ne? Gehe ich mal ein bisschen. Ist nicht da schon. Boah, ich kenne mich ohne Scheiß... Ich kenne mich einfach immer noch nicht aus. Achso, ja, da ist er 24-7. Okay, dann hier vorne rechts gleich. Okay. 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 Oh, danke schön, du aber auch. Danke schön. Sag mal, was ist deine Lieblingsfarbe? Rot. Okay, ich hab da was für dich. Ja, was denn? Wow. Danke schön, Fee. Ich... Danke schön. Danke. Ähm. Weißt du was? Ich wollte mir eh mal Pommes holen. Vielleicht sollte ich das... Hey, aber weißt du, ich mag auch dein Oberteil und die Autofarbe. Ich mag das. Ich mag wirklich... Rot ist meine absolute Lieblingsfarbe. Kann ich nachvollziehen, meine auch. Die ist so schön blutig. Ja, aber auch so schön warm, oder? Schön warm und... Ja, ein bisschen... Ja. Sie drückt ein wenig... Liebe aus. Ja, das stimmt, das auch. Apropos Liebe, ich hab dir die Flasche gegeben, also falls du irgendwie Aufmerksamkeit von deinem Freund willst, musst du dich hinlegen und drumherum Ketchup machen und dann... Das hört sich an, als wäre es ein Ritual, Fee. Das ist es nicht, keine Sorge. Ein Ab... Ne, ein... Ein Manöver. Ja, was auch immer. Ja. Ein Manöver. Aber warte, ich muss mal ganz kurz einmal gucken. Ich wollte nur noch kurz der Oma schreiben. Ja, finde ich. Ist die... Weißt du, ob die Beerdigung heute ist? Ja, die wollte die, glaube ich, verschieben. Was für eine Beerdigung? Ich denke... Wärst du nicht auch eingeladen gewesen? Ich weiß es nicht. Oh, okay. Ja. Vielleicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ich ruf sie... Ich ruf sie mal einmal an. Mhm. Warte. Das wäre nämlich heute gewesen, das wäre... Ah, ich gucke mal. Ich beeile mich viel. Lass dir alle Zeit der Welt. Sieht so aus, als würde da keiner drangehen. Na, vielleicht später. Oh, die Oma so eine Süße, ne? Ja. Ja, ich habe letztens mit ihr an Elis Papp noch ein bisschen geredet. Ich muss sagen, ich vermisse sie schon sehr. Wir machen viel zu wenig miteinander. Ja, macht mir so Termine aus wie beim Arzt. Also nicht drei Monate Wartezeit, sondern so richtig. Ja, vielleicht sollte ich das sogar wirklich machen. Okay. Boah, das ist doch schön heute hier, oder? Ja, die Sonne ist so... existent. Ja, ich sehe die so selten tatsächlich. Wie soll denn? Weiß nicht. Ich bin eher so der Nachtmensch geworden. Das ist aber nicht gut, weil Vitamin D fällt und danach bist du am Ende richtig depressiv. Ja, das stimmt, das könnte passieren, aber auch so ein bisschen, weißt du, ich wollte mich ja auch mal wieder ein bisschen bräunen. Ich hatte eigentlich überlegt, heute auch zum Strand zu gehen, aber ich glaube, die Sonne ist nicht mehr lange da, oder? Kannst du doch mal wieder heulen, was du gesagt hast. Ich wollte eigentlich noch mal zum Strand gehen, einfach jetzt, wo die Sonne, ja, wo ich das sehe, aber ich glaube, die Sonne, die ist nicht mehr lange da, oder? Also wenn wir uns beeilen, wird die Sonne schon da sein. Aber, naja, ich schaffe es nicht, mein Bikini noch zu holen, aber ich würde allgemein einmal gerne am Strand in der Sonne umlaufen. Du wolltest mir doch auch noch was erzählen, oder? Ja, aber das können wir machen, wann auch immer. Also wenn du möchtest, können wir trotzdem zum Strand hier in der Nähe fahren. Hier in der Nähe ist auch ein Strand? Ach ja, da, wo wir waren, meinst du, ne? Äh. Boah, da weiß ich leider nicht mehr, wo es überhaupt war, wenn ich ehrlich bin. Ja, stimmt. Aber, wenn ich mal so, so fix auf meine Karte schaue. Ja. Hm. Schöne Karte hast du da. Ja, danke schön, danke schön. Analog. Ja. Richtig altmodisch. Okay, nee, ich finde auf der Karte nicht mehr, wo ich war. Das ist gerade ein bisschen sehr belastend. Aber, wir können trotzdem runter zum Strand zum Pier, also es würde noch gehen um die Zeit. Ja, komm, lass uns das machen, aber nur, wenn du wirklich möchtest, ja? Vielleicht treffen wir da ja auch Leute. Das Auto ist so süß. Süß? Hm? Nicht eher bösartig. Ja, ich müsste ja dann nochmal aussteigen, aber ich glaube, es guckt auch bösartig. War das nicht so? Du hast das mal Bösentag genannt. Oh, ja, stimmt. Ach, das Auto ist es, okay. Ja, ich weiß nicht, ich kann mir Autos auch viel zu schlecht merken. Mhm. Und was hast du so gemacht? Die letzten Tage? Die letzten Tage existiert. Existiert, ach. Ich habe tatsächlich, ähm... Überlege gerade, was habe ich gemacht? Es ist so viel passiert. Achso, ja, genau. Ich habe mir, äh, hähä, Tipps eingeholt für eine PD-Bewerbung. Wirklich? Aha. Heute oder morgen will ich mir das mal auf jeden Fall nochmal anschauen und mich, äh, wir werden mal bewerben. Aber ich wollte eigentlich, äh, da habe ich Melodie um Hilfe gebeten, äh, das nochmal mit dem Gamble-Dings zu sprechen, ob er mir da nochmal Tipps und Tricks zeigen kann, weil ich möchte unbedingt angenommen werden, wenn da so scheiße. Oh, da wäre ich schon wieder gerne dabei und würde Mäuschen spielen, tatsächlich. Ich frage mich, was man da wohl alles wissen muss. Bei was? Im PD... Oh, warte mal, du erinnerst mich gerade an was? Du erinnerst mich gerade an was? Ähm, naja, wenn man sich beim PD bewirbt. Ähm, ich rufe mal ganz kurz Herrn Weiß an. Der schuldet mir nämlich noch Geld. Okay, gönn dir. Ja. Ansonsten mache ich, dass er dir Geld gibt. Ach, lieber nicht, du bist ja noch angenommen jetzt. Ach, scheiße, stimmt ja, da war ja was. Oh, jetzt nimmt er auch nicht ab. Was ist denn heute los? Nie erreiche ich Leute, wenn ich anrufe. Du musst einfach Sturm klingeln. Ja, nee, dann gib dir mir das Geld erst recht. Bei dem musst du wirklich... Es kommt mir immer so vor, du musst den richtigen Tag erwischen und der ist so ein bisschen wie so ein rohes Ei, das du so in den Händen hältst, aber du bist gerade... Du läufst gerade auf Eis. Auf so einem gefrorenen See. Und wenn du einen falschen Schritt machst, dann zu platzt das Ei, dann bekommst du gar nichts. So, in etwa kommt mir Herr Weiß immer vor. Alles klar. Interessante Beschreibung habe ich noch nie gehört, aber merke ich mir auf jeden Fall. Wie ein Ei. Du bist ein Ei. Ja. Ich rufe mal ganz kurz, Melodie, zurück einen Moment. Okay. 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 Vorhin ist mir so ein Auto vor mir gefahren, das sah aus wie Melodies Auto. War auch in die Richtung Norden, aber irgendwann vorbei, ist das irgendwann vorbeigefahren. Wusste jetzt nicht, ob sie das ist oder nicht. Warum sollte sie in die Norden fahren? Weiß ich nicht. Sie hat doch ein Verhältnis mit meinem Freund. Nee, das hatte ich tatsächlich mal vermutet. Das war eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Melodie ist in den Sonnenuntergang, es ist so schön. Boah, ist das schön. Nee, ach, alles gut. War nur ein großes Missverständnis. Okay. Oh, alles. Das sah, man kann aber ganz schön schnell fahren, oder? Oh, ist das schön. Ja. Manchmal habe ich Angst, ich sterbe. So schnell fährst du es. Das ist halt klein und sehr wendig, und wenn du dann noch so ein bisschen Gas gibst, heilige Ravioli. Du magst es, heilige Ravioli zu sagen, oder? Ich liebe Ravioli. Ich meine zweitliebstes Essen neben Bonen. Weißt du, ob es in der Stadt Ravioli irgendwo gibt? Ja, klar. Vielleicht, glaube ich, ein Little Italy oder so? Vielleicht kann ich dir mal einen ausgeben. Oh, du willst mir einen Ravioli ausgeben? Natürlich, du bist meine Freundin. Das ist das Netteste, was mir jeweils jemand was getan hat. Oh, Fee. Zweitnetteste. Okay, drittnetteste. Ah, okay. Das ist zumindest nett. Naja, immerhin bin ich noch in der Liste mit drin. Ja, natürlich. So, ich habe Melody geantwortet. Autobahn, wir fahren gerade zum Strand. Fee, die wollte vielleicht noch mit mir reden. Beim, wie heißt das? Nicht Vanilla Unicorn. Das Vanilla Unicorn für Autos angerufen. Diamond Cars, Diamond Cars. Oh mein Gott, wie viel Geld hast du? Ne, 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 hör mir zu. Okay. Also ich habe nicht richtig viel Geld, also ich bin reich, ne? Aber, aber... Haben Sie ja schon gesagt, wie toll du aus bist, ja? Tatsächlich wollte ich grobe fahren. Welches Auto? Welche Farbe? Rot, schnell. Mehr weiß ich nicht. Warte mal, hast du jemanden erreicht? Ja. Und theoretisch, ich könnte danach nochmal anrufen und sagen, hey, ich möchte Frau fahren. Ich weiß mal nicht, ob das Geld kostet oder nicht. Aber ich habe ja gewählt, deswegen kannst du mir natürlich leisten, ne? Und dann würde ich das mal machen. Und wenn du Bock hast, kannst du mitmachen. Sehr gerne! Ich vertraue dir, du fährst relativ sicher. Ja, das tue ich auf jeden Fall. Ich wurde mein Leben noch nie geblitzt. Naja, auf jeden Fall hast du ja auch, äh... Du kannst auch mal... Bist du mein Auto jetzt schon gefahren? Nein. Ach so. Ja, dann sag einfach mal Bescheid. Aber es ist jetzt halt nicht... Ich weiß nicht, das Auto ist jetzt nicht wirklich, ähm... Es ist lang. Es ist da. Es ist lang. Okay. Auch, ja. Ich mag lange Sachen. Ja, die mag ich tatsächlich auch, lang und breit. Aber, ähm... Beim Autofahren ist das nicht so spaßig, weißt du? Echt? Mhm. Wieso? Du kommst damit her, wie schlecht um die Kurven, finde ich. Und wenn du die Geschwindigkeit einhalten... Ich glaube, mein Auto hat sogar ein Tempomat, Fee. Ja. Also dein Auto, ja. Ja. Deins auch? Ja, meins auch. Verwende ich nur viel zu selten, weil ich immer die richtige Geschwindigkeit fahre. Hast du... Mit dem... Der Führerschein... Hast du den eigentlich... Schnell in der Tasche gehabt hier? Man muss den ja immer neu machen hier. Komischer Start. Ich konnte meinen nicht übernehmen lassen. Ich hatte davor keinen Führerschein. Ach so! Oh! Also, ich konnte zwar Autofahren, aber ich hatte keinen legalen Führerschein, so war das. Ah! Naja, ich hatte einen, aber ich bin damals halt nie Auto gefahren. Deswegen... Ja, scheiße! Ja! Ich hatte den damals über Umwege bekommen. Naja! Oh, ist das schön hier gerade! Mhm, mit dem Sonnenuntergang vor allem. Ja! Da parken wir gleich links. Rum, rum, rum. Oh, es vibriert so. Sie hat geschrieben, okay, dann euch viel Spaß. Da habe ich geschrieben, was machst du heute? Wir müssen halt noch gucken wegen Oma, ne? Ich will auf jeden Fall Oma heute noch irgendwie dazwischen kriegen. Wenn du so mit dem Auto hier rüberfährst, das ganze Auto und vibrieren. Ja, das stimmt. Oh, ich zieh mal die Schuhe aus. So. Sehr sandig, ne? Oh! Oh! Ja, das ist eine gute Idee. Ja, dann können wir uns nackig machen und ins Wasser laufen. Schon wieder, Fee? Das heißt schon wieder. Ich unterwäsche, Mensch. Schon wieder bietest du mir das an? So. Kann ich... Kann ich was in deinen Kofferraum legen? Natürlich. Oh, danke schön. Äh, Fee? Ja? Warum hast du in deinem Kofferraum ein Besen? Ähm. Ähm. Ich bin eine Hexe, weißt du? Nein, wirklich? Warum hast du da ein Besen drin? Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Bist du fertig? Gehen wir zum Strand, ja? Ja. Das wäre echt ne gute Idee. Oh, endlich. Eigentlich ist es nicht so schlimm. Ich habe gearbeitet. Und danach habe ich nach der Arbeit einfach den Besen mitgenommen und vergessen, meine Hand zu lecken. Und jetzt ist da jetzt noch ein Kofferraum. Ist der geklaut von der Arbeit? Nee, die haben so viele Besen, ganz ehrlich. Das fällt nicht auf, wenn da einer fehlt. Oh mein Gott. Guck mal, da hinten sind ja ganz viele Leute. Hä? Oha. Das sieht irgendwie ganz falsch aus. Wieso? Ich sehe eine Dame, glaube ich. Ist das Melody? Nee, oder? Blond ist sie, ne? Ja. Und ganz viele Männer, oder sind da auch Frauen? Oh, ich wünsche, ich hätte mal ein Bikini dabei und du dann auch. Wir können auch schnell nach Hause fahren, das ist jetzt nicht das Ding. Ah, nee, die Sonne geht ja... Oh, guck doch mal, Fee, wie schön das ist. Oh mein Gott. Mhm. Vor allem so mit Bling-Bling. Ach, da sind mehrere Frauen. Hey, komm, wir stecken unsere Füße ins Wasser. Ja, gerne. Ich steck gerne Sachen irgendwo rein. Fee, wie lange ist das her, seitdem du das letzte Mal Sex hattest? 2018. Oh mein Gott, das tut mir aber leid. Ist schon okay. Ja, oh. Ja, oh. Oh, warte, ich muss ein bisschen... Oh, Fee, guck doch mal, wie schön das ist. Oh mein Gott. Ich wünsche dir... Ich wünsche dir... Es würde so brennen. Ja, sieht wirklich aus, als würde es brennen, oder? Ja, und danach fährst du mit der Borde hin und stirbst einfach auch wunderbar. Sag mal, du bist eine ganz schöne, wie heißt das, Pissi-Pessimistin? Das hat was mit Pissi zu tun. Nein, ich bin... Nein, Pissi-Mist heißt das nicht so? Wenn man alles so negativ sieht? Ich bin keine Pissi-Mistin. Bist du ein Optimist? Ich bin ein Realist. Oh, ja, stimmt. Das bist du wirklich. Findest du? Ja. War cool. Weißt du noch, als der Herr Weiß gesagt hat bei seiner Feier, dass ich gesagt hätte, er sei ein Arschloch? Ja. Das sind solche Momente, Fee, wo du dich doch am besten zurückhalten solltest, weißt du? Oh mein Gott! Herr Weiß kennt dich ja jetzt durch seine Party. Ja. Viel Spaß bei der Bewerbung. Dass ich auf seiner Party war und ihn direkt Arschloch genannt habe. Mhm. Weiß ich. Das wird witzig werden. Mhm. Boah, ich habe so einen Tipp bekommen, wenn wir bei der Bewerbung... Aber so hast du keinen Erzählen. Denn wenn du es jemandem erzählst, ne, das wird dein letzter Tag auf der Erde sein. Auf jeden Fall. Ich habe einen Tipp bekommen, dass wenn ich beim Bewerbungsgespräch dort habe, äh, werde ich vielleicht gefragt, was ich für ein Küchengerät wäre, wenn ich ein Küchengerät sei. Was? Und da habe ich, oder was für ein Möbelstück ich wäre und so. Und da habe ich, warte mal, habe ich mir schon so eine Stizien gemacht, falls ihr das fragen, damit ich so perfekte Antwort raus sah. Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, äh, Küchengerät wäre ich ein Toaster. Ein Toaster, weil? Weil Toaster machen Dinge fertig, also Toast fertig. Und ich mache meine Dinge perfekt fertig. Und grundsätzlich sind Toaster auch sehr, ja, man kann alles damit machen. Flexibilität, weißt du? Und, 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 und sie sind heiß. Und ich bin auch heiß. Also passt das ziemlich gut. Würdest du das wirklich so sagen, auch mit dem, dass du heiß bist? Weißt du, was ich noch sagen würde, wenn sie mich fragen, was für ein Möbelstück ich wäre? Ein Bett, weißt du, wie so ein Bett? Äh, Komfortabilität, weil ich sehr komfortabel bin, um mit anderen zu arbeiten. Grundsätzlich flexibel, weißt du, wie so? Weil man im Bett richtig viele Sachen machen kann, also viele Schlafpositionen einnehmen kann, verstehst du? Und ich kann bei ganz, ganz vielen Bereichen eingesetzt werden. Das ist tatsächlich sehr, ja, du bist auf jeden Fall gut vorbereitet. Ich überlege mal, ein Küchengerät, was wäre ich denn? Warte mal. Irgendwas Liebes. Ah, Fee, du bist so lieb. Ein Mixer. Wann ich alles durchmixen? Wann ich alle zerstückeln und zerkleinern? Wann ich daraus Saft machen? Ich glaube, du hast Potenzial, Leute zu ermorden. So, dann tief im Inneren bist du so richtig, oh, springen alle um. Aber äußerlich bist du halt so lieb, um deine wahren Taten zu verbergen, verstehst du? Ach, Fee, ich wünschte, ich wäre so, aber... Ich glaube, ich könnte... Hast du dir mal vorgestellt, wie es ist, ne? Menschen, den du absolut nicht magst, so ein Messer irgendwie zum Beispiel in den Rücken zu hauen? Ich meine, das sind doch Knochen und so. Was ist, wenn du abrutscht mit dem Messer und du kannst gar nicht ganz genau geradeaus durchstechen? Stell dir vor, du triffst dann irgendeinen Wirbel oder so. Wie peinlich wäre das denn? Hast du mal darüber nachgedacht? Ich denke über viele Sachen nach, aber ich plane auch. Wenn ich zusteche, dann richtig. Ja, aber woher soll man das denn wissen, wo man zusteche? Was ist, wenn ich mich verteidigen muss und der Helmut hat mir zum Beispiel sein Messer gegeben? Wo sollte ich hinstechen? Aber wo du hinstechen solltest, dass das grundsätzlich ist zum Beispiel Oberschenkel. Die Menschen sterben da nicht, aber die Verletzung ist groß und sie können sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut bewegen. Wenn du jemanden wirklich schwer verletzen möchtest, Bauchbereich, weil da wenig Knochen sind und nun viele Organe drinstecken. Warum weißt du sowas? Ein Gemeinwissen. Das ist kein Allgemeinwissen, genauso wie das, was du mir letztens in der SMS geschrieben hast. Wozu händel bist du auf? Ja, okay, ich weiß ja, wo du aufgewachsen bist. Ich habe jahrelang Kampfsport gemacht, weißt du? Und da haben wir auch so Techniken gelernt, wie man Messer verteidigen soll und so weiter. Und da wurde uns auch erklärt, wo die schlimmsten Stellen sind, um getroffen zu werden. Natürlich Hals und so weiter auch, aber das ist halt ein schneller Tod, das will man. Das ist halt langweilig. Ah, okay. Meistens. Ja, kommt drauf an, Bodo. Was war das denn für ein Kampfsportverein? Taekwondo. Äh, sowas gehört man im Taekwondo? Mhm. Gibt es hier auch Kampfsportvereine, weißt du das? Ich wollte mal auf Venture gucken. Ich glaube nur das Box-Ding. Ah. Vielleicht so... Hast du mal daran teilgenommen? Nein. Würdest du mal daran teilnehmen? Ich kann nicht anfangen. Ich tue keinen Menschen weh, die es nicht verdient haben. Oh, okay. Und als Polizistin ist es doch ganz gut, wenn man sich damit dann so auskennt, oder? Natürlich. Weil wenn jemandem Messer auf dich zukommt, dann weißt du genau, welchen Körperteil du dann wegdrehen musst. In allerletzten Sekunde. Ja. Ja. Und, okay, ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, aber jetzt bin ich total verwirrt, weil ich hätte mit solchen Antworten nicht gerechnet. Okay, was wäre, wenn ich ein Möbelstück wäre? Welches wäre ich? Ein Möbelstück? Mhm. Ein Bücherregal. Und weil man nämlich alles reinstellen kann und nichts wieder rauskommt? Ähm. Äh, nee, warte. Ich meine, weil man mir viel, weil man mir viel Information geben kann und ich die nicht wieder rausgebe? Also, es sei denn, ich muss? So kann man das auch interpretieren, aber weil ich dachte, weil in so einem Bücherregal stehen ja oft Bücher drin und Bücher sind viele Sachen verborgen. Ja. Ja, dass, ja, auch mit, äh, Geheimnissen zum Beispiel, dass du sie zum Beispiel aufnimmst und dann die Bücherregal drin stecken und vielleicht nie wieder rausgeholt werden. Fee, du bist tatsächlich echt weise, weißt du das? Ja, ich weiß, danke. Ja, bitteschön. Das finde ich cool. Wenn jemand meinen Hintern irgendwie, wenn jemand sagt, du hast einen tollen Hintern, sag ich auch immer danke, weil ich weiß einfach, dass es so ist. Ich gebe mir so viel Mühe, den zu trainieren, dass der Heizgesport den ich mache. Wieso sollte man sich nicht für Komplimente bedanken? Ja, ganz toll. Ja, das stimmt. Wir sind Leute, die das nicht können. Auch super suspekt. Oh, ich hoffe, ihr Empfang funktioniert die Achterbahn mal wieder. Hm. Hm. Ich bin noch nie Achterbahn gefahren. Wirklich noch nie? Hm. Was war denn das Aufregendste, was du jemals getan hast? Du musst mir jetzt aber nicht die illegalen Sachen erzählen. Das Aufregendste, was ich getan habe? Meinst du, was positiv Aufregendes oder Adrenalin-Oh-Scheiße-Aufregendes? Hm. Adrenalin-Oh-Scheiße-Aufregendes. Ähm. Als ich einen Mord gesehen habe. Ähm. Was? Du lügst doch, oder? Nein. Ähm. Ich war nicht daran beteiligt, ne? Also, indirekt. Also, ich habe niemanden ermordet. So was würde ich absolut niemanden fragen. Aber bei dir brannte mir das jetzt gerade doch ein bisschen auf der Zunge. Ähm. Das ist aber negativ, Adrenalin. Ich mein, kanntest du die Person? Ja. Äh. Willst du darüber reden? Ich habe dir doch schon mal von meiner Ex-Freundin erzählt, oder? Ja. Mein Vater wusste von der Beziehung erst mal nichts. Er ist ein homophobes Stück Scheiße gewesen. Äh. Und hör zu. Äh. Irgendwann hat er es rausgefunden. Ja. Oh nein. Äh. Du musst mir das nicht erzählen, wenn du nicht möchtest, ne? Und dann hat er mir gesagt, entweder du lässt sie jetzt raus aus deinem Leben, oder ich kümmere mich drum. Nein, oder? Und ich habe, ich habe ihn nie ernst genommen. Und vielleicht ein bisschen provoziert und letztendlich, ich habe, ich hätte nie gedacht. Und, 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 und dann, dann, ja. Auch meine Augen. Äh. Fäh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hast du es der Polizei gemeldet? Was für Polizei. Geht das nicht so einfach, da wo du herkommst? Die Macht, die mein Vater hatte, ist... Ich hätte dich doch keine Ernst genommen. Äh. Ähm. Was? Ich... Ich meine... Deine Ex-Freundin hatte ja auch Familie und Eltern, oder? Hat da keiner was gesagt? Bestimmt. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, das tut mir so leid, Fih. Weißt du... Ich glaube, das war so der Kriegermoment, als ich gedacht habe, okay... Wenn ich einfach nichts spüre, geht es mir besser. Ist das denn immer noch so, dass du wirklich keine Empathie mehr finden kannst? Weiß ich nicht. Was ist mir sagen? Du hast mich ausgelacht, als ich dir von meinem Bruder erzählt habe. Jetzt weiß ich aber auch... Jetzt weiß ich aber auch... Ich hab dir gesagt. Ja. Ich hab dir gesagt, ich hatte so... Schnupfeln, weißt du. Ach komm, Fee. Mittlerweile kennt ich ganz gut. Nein. Also ich schwöre dir, das war... Das war... Das war kein Lachen. Das war nur ein... Ein Umgang mit einer Situation, mit der man nicht umgehen kann. Scheiße, hätte ich das gewusst, hätte ich doch gar nicht davon angefangen, Fee. Es ist... Weißt du, deswegen. Es war so ein... Oh, dein Bruder hat das ähnliche Schicksal wie meine Ex, weißt du? Und... Und... Jemanden vor den Augen sterben zu sehen, ist ganz schön scheiße, was? Mein Kopfschuss. Mein Bruder war leider noch ein bisschen am Leben. Er wurde mehrfach in den Rücken geschossen. Oh, scheiße. Na ja, wir konnten halt noch ein, zwei Sätze miteinander wechseln. Und das war's halt. Darum, das wären nicht sonst höhere Momente. Nee. Weißt du... Mein... Ich bereue ein bisschen das, was ich gesagt hab. Oder das, was mein Bruder als letztes von mir gehört hat. Weil... Weißt du, Leute lachen mich immer aus. Also, Leute, auch hier in Los Santos haben mich ausgelacht, als ich gesagt habe. Oder als er auch gesagt hat, er war meine große Nummer in Kentucky. Das ist aber nicht gelogen. Denn in seiner Jugend war er bei uns ein wirklich erfolgreicher Country-Singer. Er hatte halt den totalen Absturz. Ich wünschte wirklich, du hättest ihn mal kennengelernt. Er hatte den totalen Absturz. Und er hat aber in der Zeit... Wir sind von zu Hause abgehauen. Er hatte... Er hatte gut Geld. Und... Das Letzte, was ich halt gesagt hab, und ich bereue es bis heute... Ist halt... Bob... Ist deine Kontonummer. Ja. Was? Ich kenn dich, Fee. Ich ignorier das jetzt mal. Wieso sagt man so, was bei einem sterbenden Menschen ist? Aber... Wie kommt man darauf? Weil... Weil er das... Nein, er hätte das hundertprozentig bei mir auch gemacht. Wenn ich derjenige gewesen wäre. Weil jetzt kriegen das nämlich meine Eltern. Als Schwester komme ich ja da gar nicht ran, weißt du? Ja, scheiße. Das ist so scheiße. Und ich dachte... Es ist irgendwie über mich gekommen. Und da dachte ich, okay... Ich frage einfach mal. Und das war das Letzte, was ich zu ihm gesagt habe. Und das kriege ich bis heute nicht aus meinem Kopf. Und ich bereue das so sehr. Kann ich verstehen, ja. Aber es ist mir wirklich ein richtiges Dorn im Auge, dass das Geld halt dann jetzt nach Kentucky geflossen ist. Naja, hast du ja jetzt einen reichen Freund, oder nicht? Nee, der ist nicht reich. Ich war bei ihm zu Hause, er ist wirklich nicht reich. Aber muss er auch gar nicht. Dass er einfach nur so bleibt, wie er ist, das reicht mir schon. Dann muss ich wohl die Reiche werden, irgendwie. Ariane? Ja. Ich habe gerade so in Gedanken vertieft. Was hast du gesagt? Alles gut. Okay. Ich habe gesagt, mein Freund ist nicht reich. Das muss er auch gar nicht. Dass er einfach nur so bleiben, wie er ist, das reicht mir schon. Und dass ich halt diejenige sein muss, die jetzt einfach reich wird. Irgendwie. Ich will da schon noch hin. Ja, können wir mal. Vielleicht muss das ja auch nicht immer der Mann machen. Das sowieso nicht, nein. Ich glaube, ich habe das aber immer beigebracht bekommen. Aber hier hat sich eh alles geändert. Mal schauen. Ich habe das beigebracht bekommen, dass immer der Mann, ja okay, gut, ich kenne das irgendwoher. Eine lange Geschichte, eine lange Geschichte. Hey, ähm, solltest du jemals, ich habe noch einen Bruder, solltest du jemals meinen Bruder Bobby kennenlernen? Ja, ich weiß, mein Bruder heißt Bobby und mein Bruder heißt Bob, ähm, ein Verstorbener. Aber solltest du jemals meinen Bruder Bobby kennenlernen? Der weiß halt nicht, wo ich wohne. Der müsste auch eigentlich gar nicht wissen, dass ich hier bin. Ignorier alles, was er sagt, ja? Glaubt ihm kein Wort. Versprochen? Das ist so schlimm. Ja. Okay, dann glaube ich ihm kein Wort, wenn du das sagst. Dankeschön. Darf ich dich noch was fragen? Immer doch. Ist das 2008 passiert? 18. 18, Entschuldigung. Siehst du, ich bin auch ein bisschen... 2008 war ich zehn Jahre alt. Naja, ich meine, früh übt sich. Nein, ähm, da war natürlich noch ein Spaß, ich muss das ein bisschen auflockern, weil das tatsächlich recht furchtbar ist. Ja, 2018 ist das passiert, 2018 wurde ich dann auch, äh, nun, hat man für mich einen Ehemann gefunden, kleiner Hurensohn auf jeden Fall, äh, den ich hätte heiraten sollen. Äh, okay. Ähm, habe mich erfolgreich geweigert und es ging meinem Vater so sehr auf den Piz, dass ich jetzt hier bin. Oh, warte mal, du solltest, nachdem dein Vater das gemacht hat, es ist immer noch furchtbar, dass du das keinem erzählen konntest, äh, nachdem dein Vater das gemacht hat, wolltest du, solltest du jemanden heiraten? Jem, Mann? Es war, was heißt fremde, es war so, so ein Freund von, der Sohn eines Freundes, meines Vaters, das ist so ein richtiger Schmierlappel gewesen, richtig ekelhaft, ich wollte nichts von dem. Und, da habe ich auch schon so angefangen, so mit Kampfsport und allem, dies, das, und dadurch konnte nie viel passieren. Er wollte auch unbedingt, dass ich Enkelkinder bringe, aber, naja. Aber, das Verhältnis zu deinem Vater muss doch ganz schön beschissen gewesen sein danach, oder? Ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es war nie so schlimm, wie man das sich wahrscheinlich vorstellt. Auch wenn er sowas getan hat mit meiner größten Liebe, es war nie, dass ich ihn gehasst hab. Es war so ein, er hatte ein normales Verhältnis, auch als er mich hierher geschickt hat, war es ein normales Verhältnis. Ich konnte halbwegs verstehen, wieso ich hier bin, mittlerweile, mhm. Aber es war nie so ein Hassverhältnis, verstehst du? Das verstehe ich eigentlich nicht, aber vielleicht ist es einfach so ein Ding aus eurer Familie, oder? Nicht wirklich, glaube ich, weiß ich nicht. Entschuldigung, ich war so lange isoliert von allem, ich hab keinen Plan von irgendwas. Und, darf ich nach deiner Mutter fragen? Hm. Sie ist recht früh. Ah, okay. Verschwunden. Und? Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Mein Vater, ich weiß, dass, äh, mein Vater ihr ständig fremdgegangen ist. Aber irgendwann ist irgendwas passiert. Angeblich sagte er, dass es, äh, an ihrer Spielsucht lag. Dass sie viel Geld verballert hat. Und dass sie, sie dann, dass er sie dann entfernt hat. Aber ob sie weckt oder nicht, keine Ahnung. Naja, das hört sich irgendwie nicht danach an. Ich würde hier keine Hoffnungen, ich würde jetzt, oh mein Gott, das tut mir so leid für. Ich wollte jetzt wirklich keine Hoffnungen nehmen. Ja, alles gut. Aber, weißt du, ich bin ja, ich hör das ja grad zum ersten Mal. Und wenn du sagst, dass dein Vater, dass du selbst die Polizei, der selbst der Polizei, nichts sagen konntest, weil es sich keiner ernst genommen hätte. Ist, dass dein Vater wirklich so viel macht? Er ist Diplomat. Er ist Diplomat, okay. Aber was genau er da macht, hab ich keine Ahnung, ganz ehrlich. Aber er weiß nicht, wo du gerade bist? Doch, er hat mich ja hergeschickt, damit ich das echte Leben kennenlerne. Was heißt, er könnte auch jederzeit wieder hier hinkommen und dich holen? Er würde nie im Leben seinen Fuß hier hinsetzen. Warum? Ist das gefährlich hier. Deswegen hat er mich hier hingeschickt, damit ich lerne, okay, alleine klarkommen werde ich sowieso nicht. Es wäre das Beste gewesen, wenn ich einfach geheiratet hätte. Aber du kommst doch wunderbar alleine klar. Ja. Es ist doch so ein Snitch-Move von mir, weißt du? Ja, wenn er das dann weiß, dass du alleine gut klarkommst, dass es dir natürlich einfach wiederholt. Weil sein, naja, sein komischer Plan anscheinend ja dann nicht aufgeht. Ich hoffe nicht. Oh mein Gott, Fee, es tut mir so leid. Konntest du deine Freundin, deine Ex-Freundin wenigstens beerdigen? Oder so? Ja, ich habe sie beerdigt. Was heißt beerdigt? Ich habe eine Urne gehabt, war alleine und habe sie an unserem Lieblingsort quasi verstreut. Okay. Was ist denn dein Lieblingsort gewesen? Ah, das war bei uns so eine Klippe, so eine ähnliche. Da war so ein großer See und schöne Klippe und ganz schöne Aussicht auf jeden Fall. Dann wird dir, okay, Fee, die Beerdigung von meinem Bruder, die wird auch an so einer Klippe stattfinden. Ist das wirklich okay für dich? Achso, ja, nee, das weiß ich ja, ist ja alles super. Du hast wirklich alle Gefühle ausgestellt, was? Mhm. Naja. Naja, vielleicht ist das doch erstmal besser so. Wobei es ist tatsächlich, tut es doch ziemlich schwer, darüber nachzudenken, was war, weißt du? Ja. Die Beerdinnerin. Meinst du, du kannst dich, meinst du, du kannst dich nochmal verlieben? Weil, das, was du mir hier erzählt hast, mit diesen einen Polizisten und alles, das klang alles einfach so, nicht liebevoll, sondern eher so zweckmäßig. Das Ding ist, Polizisten haben so einen Rang, sie können jederzeit sterben. Ja. Der Gedanke gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Aber manchmal kommt es einfach so, da kann man darüber gar nicht nachdenken. Mhm. Da muss man es nehmen, wie es ist. Ich meine, klar, ich finde viele Menschen zu sich heiß und so, aber bei solchen Sachen ist es halt sehr schwierig. Aber Fee, wenn du beim PD anfängst, dann muss ich mir auch Sorgen um dich machen. Ich stehe bei mir, ich glaub mir. Versprochen? Nein. Und es hält, glaub ich, besser, doppelt gemoppelt hält besser, wenn ich einfach auch sage, ich verbiete dir das. Nein. Doch. Weißt du was? Was? Ich geh mal aufs Klo und überleg das. Mach das, bis gleich. Bis gleich. Das ist aber eine schöne Geschichte, ne? Schön offengelassen, ob der Vater nochmal hier hinkommen könnte. Scheiß ich Hunger. Guck mal, Ariane, ist das nicht schön so in der Sonne? Guck mal, da ist noch ein bisschen Sonne, Ariane. Ein bisschen. Ich wünsche dir so sehr, ich hatte jetzt ein Bikini dabei. Ich muss wirklich mal schaffen. Fee zu stur zum Sterben. Ja. Ähm. Ja, Fee, Fee, also, ne, sie zieht's halt voll durch mit dem, keine Empathie, auch mit der Geschichte. Ab und zu so ein bisschen und dann doch wieder so. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö dass es jetzt jemand von euch zeichnen muss. Aber ich habe es dir gerade irgendwie voll vorgestellt. Mit diesem Vater. Trotzdem noch so ein gutes Verhältnis in dem Vater. Ich weiß nicht. Sieht so ein bisschen wie dieses, wie heißt es mal, das Syndrom. Ich weiß nicht, ob du das damit vergleichen kannst, dass, wie heißt es nochmal, warte kurz. Wenn du zum Beispiel so eine Geisel bist und du sympathisierst dich irgendwie nach der Zeit mit den Geiselnehmern. Stockholm, Stockholm, genau. Kann man das darauf anwenden? So ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen hat mich das anerinnert. Ariane, mein Gott, warum bist du denn so schön? Übrigens, guck mal, ich will nochmal was sagen, ja? Ariane steht immer so rum hin. Ich habe, wenn ich in anderen Streams Ariane mal so gucke, wenn ich manche Situation schon mal aus der anderen Seite einfach nur sehen will. Keine Sorge, ich mache nicht so viel Meta. Dann hat Ariane diese Buggy-Strähne da oben nicht. Bei mir hat die die aber. Die hat eine Strähne, die eher aus der Stirn wächst. Was ist das für eine Scheiße? Das dreht mich voll auf. Überrasicht gerade jemand. Alter, ist der Po größer geworden. Oh Gott, er drückt mich. Ja, Ariane, wirklich, ey. Da kann ich den Nikolos nur zustimmen. Das ist ja unfassbar hier. Ähm, keine Ahnung, wie immer den Tag hineinnehmen und sehen, was mich erwartet. Ich wollte heute... Ich rufe gleich noch mal Oma an. Da war heute die Beerdigung eigentlich. Ich wollte sie aber wahrscheinlich verschieben. Deswegen warte ich da gerade noch. hat Brian wieder keine Zeit. Wenn ich mal was vergesse vorzulesen, dann sag Bescheid, ne? Philipp, Ariane, das war doch super. Hab sehr gelacht beim Lesen. Ich auch, ich auch. Das war wirklich cool. Ich würde es so gerne mal wiederholen. Wirklich. Weißt du, ob Oma heute unterwegs ist oder so? Erreiche sie nicht, weil heute wäre ja die Beerdigung gewesen. Oh mein Gott, jetzt... Ariane ist ausgeladen und weiß es noch gar nicht. Hm. So. Ich kann gleich auch noch mal in die Mails gucken, ne? Boah, ich kann mir Fee bei der Polizei absolut nicht vorstellen. Also eigentlich kannst du mir schon vorstellen, aber weil das ja sehr streng da ist, kannst du mir doch nicht vorstellen. Aber irgendwie dann doch, ich weiß... Oh. Ravioli! Boah, Alter, das ist ja voll der geile Banner. Hammer. Oh, lecker. Oh, oh, ich drehe durch. Ich habe ein Jammer. Nee, was Ariane ist ausgeladen. Ich sage, das stellt euch mal vor. Das heißt ja nicht, dass das so ist. Leute. Das habe ich übrigens alles angenommen hier noch. Wann ist das passiert? Ich mache gleich mal andere Musik wieder an. So. Oh, warte. So. Oh. Oh. Oh mein Gott. Du hast mich voll erschrocken. Ja, geschehen. Hey, viel. Hallo. Hier gibt es doch irgendwo so Essensautomaten, so Snackautomaten, oder? Keine Ahnung. Ich habe das auf Venture gesehen. Oh Mist, ich weiß gerade nicht wo, aber... Da oben könnten welche sein, können wir mal gucken. Ja. Nee, das war irgendwo... Mann, ich weiß nicht mehr, wie ich auf das Posting komme. Das war irgendwo hier, glaube ich. Weil ich habe unfassbar viel Hunger, weißt du? Wo hast du das denn auf Venture gesehen? Das war vor so drei Tagen ungefähr. Auf live oder auf Gramm? Auf live. Boah. Ich suche mal einen Snackautomaten, aber ich glaube, da finde ich nichts. Nee. Natürlich nicht. Okay. Ich gucke auch mal. Das interessiert mich gerade auch. Wie nahhaft voll Ketchup ist. Hast du Hunger? Ja. Wollt ihr was geben? Achso, hast du was? Ja, das wäre super. Oh, Fee, danke schön. Vielen, vielen Dank. Wiedeschön. Gut, danke schön. Oh, lecker, diese Dose Bohnen. Gebackene Bohnen. Gebackene Bohnen sind aber echt lecker. Oh, so gut. Sollte nicht zu viel plattern gerade. Ich muss noch zum Backautomaten mal ein bisschen Lage checken. Was musst du? Zu Bankautomaten. Ein bisschen die Lage checken. Sag einfach Bescheid und dann können wir machen. Wir können auch, willst du einfach mit meinem Auto fahren? Ja. Dann komm, wir fahren zu mir und ich gebe dir die Schlüssel. Warte, ich gebe dir jetzt schon mal den Schlüssel. Du wolltest dir ein bisschen zu viel. Nein. So gut ist der wirklich nicht. Warte, der ist. Oh, danke schön. Super. Also, hast du auch Bock mit dem Vanilla Unicorn für Autos Auto fahren? Ja. Das rufe ich nochmal fix an. Ja. Oh, das finde ich voll cool. Bin so gespannt, was für ein Auto das wohl ist. Äh, guten Tag. Mein Name ist wieder Fyodor Ivanov. Ich habe vorhin angerufen und ich wollte fragen, kann man bei Ihnen heute Probe fahren? Äh, den Roten da in dem Schaufenster. Ja, der sehr schnell ist. Ich weiß, dass er nicht wieder heißt. Bitte? Oh Gott, fehlvoll mutig. Ja. Äh, die Probefahrt meinen Sie? Äh, nein bin ich nicht. Wie viel kostet das denn? 160.000 Dollar. Ja, easy. Ähm. 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 Okay, alles klar. Gut, dann geht's sofort drüber, ja? Nein! Alles klar, super. Dann bis gleich. Tschüss. So, wir können. Nee, fehl, warte mal. Warte mal, warte, warte. Ähm. Was war jetzt mit der Probefahrt? Kostet die was? Und, ähm, wie teuer warst du immer das? Die Probefahrt kostet gar nichts, offenbar. Äh, 150.000 war das, glaube ich. Eigentlich, so viel. Mhm, wollen wir? Ja, okay. Mit was zu Leuten habe ich zu tun? Wie bitte? Ah, ist gut, ich habe nur laut gedacht. Ähm, und... Ja, du solltest wirklich ganz dringend beim PD anfangen und dann am besten 24-7 Uhr arbeiten. Wieso denn? Ich habe die Kohle. Fee? Ja. Hast du wirklich die Kohle? Hast du jemanden... Nicht ganz, aber ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen. Gut. Alles klar. Mir fehlen noch ungefähr... Ja. Ja. Ähm, warte, lass mich mal kurz rechnen. Oh je. Mhm, ja, warte. Wir fehlen ungefähr noch 14... 140.000. 100. Hm, 149.000. Gut, ja, ähm... Das stimmt nicht mit dir. Alles richtig. Okay, ja, dann, ähm... Ja, dann fröhliche Schaffen bei der Polizei dann hoffentlich, ne? Mhm. Was würdest du... Naja, ich würde mir so ein Auto niemals holle. Meine Güte, für was brauche ich das? Eher so sein großes, monströses Ding. Oh Gott, du weißt, dass es gleich ganz schön unangenehm werden wird, oder? Wieso? Ich bin nur Begleitung. Natürlich. Ich will mich das gar nicht trauen. Aber was ist, wenn du dich in das Auto... Was ist, wenn du dich in das Auto doch sehr verliebst? Ja, dann spare ich halt dafür. Und was ist, wenn du bei der Polizei nicht angenommen wirst? Ich will einen anderen Job. Alter, wenn ich nicht bei der Polizei angenommen werde, dann läuft das uns gewaltig schick bei denen. Ja, und, äh, was ist mit dem MD? Wird das was? Und ich fand, da kannst du auch Menschen helfen. Ja, tatsächlich schon, aber... Ja, eigentlich schon. Das wäre wahrscheinlich so die zweite Option. Ja. Mir ist ein bisschen schwindelig, weil wenn ich so große Zahlen irgendwie höre, und puh... Weiß nicht warum, da geht's irgendwie mit mir durch. Ja. Das macht mich auf eine gewisse Art und weiß ich doch noch an. Und was, was war denn, was, wie denn? Was meinst du das? Wie meinst du das? Ach weh, ich bin anders aufgewachsen. In einer ganz anderen Welt. Da zählte nur Geld. Ja, bei mir ja auch. Und ich hatte es nicht. Ach so, du hattest es nicht? Nee, meine Familie auch nicht. Oh. Ja gut, bei... Ja, dann sind wir uns doch ein bisschen unterschiedlich. Ja, das sind wir. So. Und du weißt, wo es ist? Ja. Und die Szene ist, dass du mit dem Auto ankommst. Entschuldigung, Fee. Soll ich mir das mit deinen zahlen? Ja, ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt besser, oder? Wie du möchtest. Ich habe mich immer gefragt, wie viel mein Auto wohl wert ist. Aber ich mag das. Ich mag das sogar ein bisschen. Also hier vorne wäre das. Okay, Fee, ich war da schon mal drin. Ja. Ich sah das so streng und piekfein. Versuche dich so gut, es geht zurückzuhalten, ja? Wirke jetzt bitte sehr professionell. Warte. Hä, wie kann man nur so knutschen in der Öffentlichkeit, oh Gott? Ähm, Wirke, reiß dich einfach. Pack die Arschwatten zusammen, ja? Natürlich mache ich immer. Gib dein Bestes. Hallo. Ariane? Ja? Vielleicht solltest du deine Schuhe anziehen. Oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen. Ja? Ich sollte da wohl nicht mit Barfuß rein, das wäre jetzt... Oh, danke schön, dass du mir Bescheid gesagt hast, wie... Ja, im Kopf, da. Meine Hose riecht auch noch ein bisschen nach Meerwasser, auch so ein bisschen nach Fisch. Sollte mich gleich mal umziehen, dann... Nee, weiß nicht, da bei dem Hafen wird ja so viel toter Fisch immer angespült, bläh. Hm, deswegen riecht das nach Fisch. Nein, bist du... Ich bin sauber, oh Gott. Ich bin wirklich, wirklich sauber. Mhm. Okay, warte. Riech unter meinen Achseln. Pff, pff. Oh. Siehst du? Pff, riecht nach Blumen. Ja, sag ich doch. Hm. Ich bin immer sauber. Ich würde... Oh mein Gott, von dem Team... Blumen färb ich mit Schweiß, ja. Du kannst von meinem Intimbereich aus essen. Glaub mir. Was? Ja, so sauber ist das. Ja? Dieses Gespräch... Nehmt eine ganz, ganz merkwürdige Wendung. Okay, wir sollten jetzt reingehen, was? Hm, ich weiß nicht. Vielleicht warten wir einfach hier, bis der kommt. Hm, also Larry ist damals einfach reingegangen. Und der hat sich... Komm mal mit, komm mal mit. Ja, okay. Das Auto werden wir fahren. Oh mein Gott! Wow! Oh! Okay, lass du dich mir auch holen. Ganz im Ernst. Ja, und noch 150.000, so alle. Wir können zusammenwerfen und ein Share-Auto draus machen. Ob es nur Zweitschlüsselwagen, Zweitschlüssel für Wägen gibt. Oh, die kommt mal mit. Guck mal. Das sieht aus, als hättest du es in Lego zusammengebaut, da vorne. Welcher? Ja, der rote. Der hier vorne, meinst du? Ja, genau. Das sieht so komisch aus. Wie ein Schuhkasten. Aber irgendwie gefällt mir das. Guck mal, das sind solche Teufelshörner. Und jeder bedenkt, dass ich es selber zusammengebaut habe. Ja, das sieht aus wie so ein Lego-Auto. Okay. Weißt du was? Nein. Siehst du hier irgendwo einen Viertürer? Viertürer? Solche Autos und Viertürer? Pfuh! Nicht, oder? Denn ich glaube, ich sollte einmal nochmal hierhin mit Oma und Philipp. Und wir sollten da mal eine Show abziehen, die wir mal gemacht haben. Was habt ihr dafür eine Show abgezogen? Wir haben uns mal eine von den ganz teuren Luxuswohnungen angeguckt. Ja. Aber wir haben so getan, als wären wir eine Adelsfamilie. Loll. Warte, ich muss ganz kurz einmal Philipp schreiben. Nur, dass die Idee schon mal gedroppt hat. Warte. Hey, wir stehen gerade bei dem teuren Autohaus. Sollten die mal einen Viersitzer im Schaufenster haben, müssen wir unbedingt alle wieder hierhin. Als Adelsfamilie. Was sind denn denn generell noch deine Pläne für heute? Also, ich wäre heute die Beerdigung von Oma gewesen. Mhm. Ich habe gerade Philipp mal angeschrieben und dann habe ich ihn gefragt, wegen, ähm, naja, wegen der Beerdigung und ob die denn heute ist oder ob die verschoben ist. Und er hat mich zurückgeschrieben. Deswegen habe ich gerade ein bisschen Angst, dass ich vielleicht doch nicht erwünscht bin. Mein Oma schien mir jetzt nicht so, aber wir haben uns ein bisschen voneinander distanziert. Und ich könnte natürlich verstehen, dass man dann nur den ganz engen Kreis dabei haben will. Mhm. Hat sie dir erzählt, wo die Beerdigung ist? Mhm. Achso, es ist nämlich die Beerdigung von ihrer Tochter. Aber da musst du mal mit ihr reden, da kann ich dir nicht viel drüber sagen. Ähm, wo die Beerdigung ist? Nein. Okay. Hm. Das ist natürlich dann doof. Natürlich gerade nur ein bisschen Angst, weil Philipp mir nicht antwortet, aber das ist eigentlich immer sehr ehrlich. Vielleicht hat er gerade einfach zu tun. Ja, aber... Nein, Oma ist nicht tot. Bitte? Wir können rein? Natürlich. Da ist bestimmt irgendjemand da. Also der meinte, in fünf bis zehn Minuten sollte er da sein. Achso, 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 okay. Wow. Öne Autos, ja, ja. Na, das Blaue da hinten, da finde ich es ein bisschen schade, dass es zu blau ist. Aber ich habe so eine Farbe auch, glaube ich, noch nicht gesehen. Oh. Ich finde das blau wunderschön, ganz ehrlich. Ja? Fee, wenn du dir ein Auto hier holst, ne? Dann kannst du da vorne auch die Farbe von dem Auto dann aussuchen. Okay, das ist cool. Ja, ist wirklich cool. Guten Abend. Ich denke mal, wir hatten telefoniert gehabt. Achso, ja, genau. Wir haben telefoniert gehabt, ja. Mhm. Wenn die Frau übernacht. Okay, genau. Der Herr Frey bin ich. Ähm, Sie können aber mit reinkommen, wenn Sie möchten. Ja, gerne. Kann ich mal eine Begleitung auch kommen? Äh, natürlich. Super. Ach, schön. Oh. Ähm, gut, äh, heute ist zwar kein Diamondcast-Tag, wir machen da aber am Ende Ausnahmen, dementsprechend wenn der Kunde ein Interesse dran haben. Ach, das ist ja nett. Und Sie wollten jetzt den Italy GTU hier, äh, Probefahrt, richtig? Genau. Nur Probefahrt. Oh Gott, ich hab so Angst, dass es gleich die Sicherheit geben wird. Okay, ähm, hatten Sie vor, den, äh, auch etwas näher zu kaufen, oder ist das jetzt einfach... Das ist so ein, äh, wenn es mir passt, dann weiß ich zumindest, was ich, äh, in der Zukunft haben möchte. Okay. Ähm, gut, für eine Probefahrt müsste ich aber, äh, Ihren Personalausweis entgegennehmen und eine Kaution hinterlegt bekommen. Äh, wie hoch ist denn die Kaution? Also, die Kaution liegt bei 2000 Dollar. Die kriegen Sie auch wieder zurück. Ach, wir kriegen Sie zurück? Ja, die kriegen Sie auch wieder zurück. Das ist, wie gesagt, nur eine Kaution. Wenn Sie einen Unfall bauen oder sonst was, würden wir das einbehalten. Hm, okay, können Sie mir zwei Minuten geben? Zwei Minuten? Natürlich, natürlich. Wo ist denn hier ein Automat? Weißt du das? Äh, auf der anderen Straßenseite, aber... Ach ja, stimmt. Hast du was dagegen, wenn wir fix zusammenlegen? Natürlich, alles gut. Maria hat geschrieben, da hoffen wir doch, kennen das doch, äh, nicht, dass da wieder was dazwischenkommt. Polizisten eben, haben wir uns ja ausgesucht. Ich hab nur immer Angst, dass was Böses passiert. Ich muss da manchmal dran denken. Das wäre furchtbar. Zu furchtbar einfach. Das könnte wirklich sein, dass Ariane vielleicht auch nicht so lange ist. Das ist alles so ein bisschen kompliziert, als ich dachte. Wir dürfen nur fünf Meilen fahren. Oh, okay. Und die Kaution kriegen wir natürlich zurück. Ich habe vergessen, was eine Kaution ist, deswegen dachte ich, wir müssen das bezahlen. Äh, ja, das ist hier Amerika. Ich bin noch nicht so alt, hab nicht so viel Erfahrung, weißt du? Ja, ja. Nee, Kaution ist wirklich, wenn ich kriege sie zurück. Ähm, stimmt, da vorne ist das schon mal rüber? Ach nee, ja, da vorne ist ja... Ich renne einfach immer manchmal über die Straße und über so einen grünen Weg. Das darf man ja eigentlich gar nicht. Das ist vor allem sehr gefährlich. Ja, das stimmt. Leben am Limit. Ja. So, ja. Hallo. Dann bin ich da ja auch mal gespannt. Fünf Meilen nur? Ja, das ist bis zur Autobahn. Einmal da hoch und dann bis rück. Aber... Ja, doch, doch, das wird schon klappen. Okay. Das sind zwei Sitzer, ne? Ein, zwei Sitzer, ja. So, dann sag mir mal, wie viel du gleich noch brauchst. Sofort. 900. 900? Okay. Ja. Hey, locker, easy aus der Tasche. Ich habe Geld. Ja, hast du? Ja, ein bisschen was. Wir dürfen halt echt keinen Unfallbaut haben jetzt. Scheiße. Ich, ähm, das wäre wirklich nicht gut. Bitte. Fee. Nee, mach ich nicht. Ich vertraue dir. Danke schön. Bitte schau vorsichtig. Mach ich natürlich. Gut. Dann mal go. Jetzt weißt du, dass wir nicht so viel Geld haben, verdammt. Aber das hast du, das hast du gut gesagt, mit, äh, worauf du Spaß in der Zukunft. Ja. Äh. Ähm. Erwähne einfach, dass du dich ja bald beim PD bewerbst, mit, äh, ne, erwähne es nicht. Nein. Nein, erwähne es lieber nicht. Wieso sollte ich das nicht erwähnen, verstehe ich nicht. Weißt du, vielleicht, wenn du gleich Scheiße baust, dann ist das vielleicht auch verbaut? Ja gut, dann kriege ich halt einen Eintrag und dann darf ich mich nicht mehr bewerben, das stimmt. Ja. Du hast doch keine Einträge, oder? Nein. Oh ja, 99, oh ja, 999. Erstaunlicherweise. 999,99. Du hast hier schon zweimal angehalten, aber die Leute, ach, kein Problem. Ich will den jetzt nicht die Zukunft verbauen. Partie, aber weiter. Das ist ja schön für dich. Hm, danke schön. Ich hatte das nicht, denn ich wurde von Herrn Weiß angehalten. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, wieso du es nicht hattest. Äh. Den muss ich, ich rufe den, ich versuche den nochmal anzurufen, ja? Mhm. Vielleicht kann er uns das Auto hier gucken. 5 Meilen. Ich hab's nicht so mit Längen, weißt du? Man nimmt immer noch nicht ab. Versuche mal Oma anzurufen. Das sind auch keine Arme. Und auch keine Arme. Vielleicht ist er so dick. Ja. Bist du nervös? Ich und nervös. Ha! Ja, hätte ich mir abgesehen. Bisschen vielleicht. Ah, gut. Hallo, ich bin wieder da. So, dann bräuchte ich wie gesagt einmal den Personalausweis und die 2000 Dollar. So, der Personalausweis? Den müsste ich einbehalten dürfen. Den müssten sie mir komplett übergeben, nicht nur 2. Natürlich. Bitteschön. Okay, dankeschön. Und die 2000 Dollar. Genau. So, bitteschön. Perfekt, dankeschön. Dann schaue ich mal eben nach dem Meilenstand und parken den Wagen raus. Alles klar, vielen Dank. Wow. Frag mich, was dir das teuerste Auto überhaupt ist. Das will ich vielleicht gar nicht wissen. Oh, der kann aber Autofahren. Warten wir mal auf die andere Seite. Ja. Du bist wirklich mutig? 1946. Hm. Okay. Was denn? Ach, wir rabeln schon so spät. Ah, okay. Mann, schade, dass Oma sich so spät ist. Oh Gott. Brum, brum. Jetzt. Ihre Begleitung darf ich mitfahren. So. Dann würde ich Ihnen einmal den Schlüssel übergeben. Danke schön. Äh, dann nochmal die Frage, was ist denn die beste Route um zu fahren, damit die Flutmeile nicht überschritten werden? Ich würde sagen, vielleicht von hier einmal Richtung Osthighway. Mhm, einmal auf den Highway drauf dann? Genau, einmal auf den Highway drauf, einmal fahren und die nächste wieder runter. Also, der rechte Highway, also der mittlere Highway. Sie wissen, was ich nicht meine. Der hinten beim Casino. Ja. Ja. Äh, da fahren Sie am besten, ähm, relativ von der Innenstadt auf. Und fahren die erste wieder runter. Die erste wieder runter. Ansonsten probieren Sie es einfach, äh, fahren Sie Ihre Strecke und gucken Sie, dass Sie einfach in deinem Arm bleiben. Okay, alles klar. Das ist jetzt kein, ich kann jetzt mit dem Kopf ab, wenn die da acht Meilen raus machen, aber, dass Sie da so ein bisschen Enthalt haben und nicht wegen Sie nach Palito und wieder zurückfahren. Ja, okay, das ist das verständlich. Das heißt quasi, ähm, wenn ich jetzt die Highway hier in den Süden nehme, äh, die Straße, die lange Straße in Richtung Highway und danach bei der nächsten quasi rausfahren und wieder zurück, das wäre in Ordnung. Ja, ist ja okay. Okay, super. Dann gebe ich Ihnen einmal den Schlüssel. So, Ariane. Oh mein Gott. So, lass mich mal kurz überlegen, wie wir am dümmsten fahren. Ich würde theoretisch hier drauf. So. Und dann geradeaus. Die nächste dann irgendwann links. Okay. Wow. Oh Gott, oh Gott, der Antrieb ist wirklich. Der kommt hier, kommt da hin auch vorher raus? Das kommt bei dem, bei dem Auto von Larry auch mal hin. Beim Auto von Herr Weiß? Nee, von Larry. So. Der ist genauso schnell wie das hier. Nee, das ist tatsächlich gar nicht so schnell. Boah, ist das wirklich, ich muss wirklich vorsichtig sein. Das ist echt schwierig. Das Auto püpt die ganze Zeit. Da war es wieder. So. Wo lang müssen wir nach? Da lang. Wow. Weißt du, ich fahre nicht mal schnell und es fühlt sich trotzdem so an, ne? Oh, was für ein cooles Auto einfach. Ui. Du darfst nur keinen Unfall bauen. Oh Gott, hier ist Antrin an ihn einfach. Wow. Ich glaube, damit bist du ganz schnell in den Morden, oder? Oh ja, aber der Sprit verschwindet auch wie sonst was. Oh, scheiße. Da ist doch ein richtiges Angeberauto, was? Oh ja. Stell dir vor, du kennst jemanden, der hier in der Nähe wohnt, fährst du mit dem Auto vorbei und sagst, hey, ich nehme dich mal kurz mit. Und dann wird ihr erfahren, dass das eigentlich gar nicht dein Auto war. Oh Gott, oh Gott. So, wo sind wir? Ich weiß es nicht. Na, wir fahren einfach mal hier lang. Und das bei dem schönen Wetter, Fee. Guck mal, wie Downtown da vorne cool das aussieht. Das ist so schön. Ich muss gleich mal Melody fragen. Sie lebt halt in den Tag hinein. Oh Gott, ich muss dir das mal erzählen. Ich wünschte, wir könnten jetzt an ihr vorbeifahren. Ich würde mir schauen und denken, hä? Ja, denke ich, jetzt ist Mike, glaube ich, immer noch nicht sein Notfallkontakt. Also würde ich es nicht mal erfahren. Hier, ich muss für die Straßenregel beachten. Ja, auf jeden Fall. Ja, das geht ja nur noch. Frau bietet, dass keine Polizei kommt. Ich muss wirklich sagen, das Auto geprägt wird doch sehr gut. Naja, aber wenn du jetzt ganz normal fährst, dann kann doch gar nichts passieren, oder? Ich fahr noch mal. Vielleicht 1, 2, kam halt. Über A werde ich noch nie gebietzt. Das heißt, es wird niemals passieren. Ja. Hey, Philippa hat zurückgeschrieben. Na, cool. Hast du dich gerade noch kurz zu kriegen, Kat? Er hat geschrieben, die Idee hört sich lustig an und Oma sollte auf den Beinen sein. Das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Oh, jetzt bin ich, habe ich, ja super, jetzt bin ich hier reingefahren. Wie laut das Auto auch ist, oder? Oh. Jetzt können wir parken üben. Oh, meine Güte. Ich weiß nicht, wie viel wir schon gefahren sind. Na, da ist jetzt noch weniger, sie ist einfach keine Ahnung. Auto. Ah, wir sind hier. Ich habe meinen Orientierungssinn, ja, bekommen. Sie hat geschrieben, nee, Notfallkontakt zieht man, äh, ja, aus dem Testament wird, äh, nur noch, wenn man verheiratet ist. Oh, stell vor, Ariane, ich würde dieses Auto kaufen. Spielst du geil mit den Gedanken? Klar, ich meine, ich habe ja Geld. Fee? Ich musste mir rund 1000 Dollar bei dir alleine suchen. Du hast überhaupt gar kein Geld. Die alte Lügenveronin. Wow, ich bin ein bisschen verliebt. Aber ich, wer hat mir das heute nie leisten können, aber da, wow, das ist so toll. Das ist vor allem wunderschön. Ja. Ich überlege gerade, ob wir dort hinten parken, hier reinfahren sollen, oder einfach ich, hm. Ich stelle mich einfach da mal. Okay. Oh, das ist eine Einbahnstraße. Ich rufe einfach mal an. Ich antworte gleich. Okay. Fee, das Kopf kommt da oben raus. Hm, mein Handy spinnt schon wieder. Ah. Hallo? Hacke ich später meine Kini ein und tauche, rauche neben dir auf. Genau, da habe ich rausgefahren. Tauche neben dir auf. Sie hat geschrieben, äh, du, ich bin ein bisschen am Strand im Meer schwimmen. Bis gleich. Wo kriege ich eine Haiflosse aus Plastik her? Wo kriege ich eine Haiflosse aus Plastik her? Ja, das ist ja gut, muss ich jetzt nicht sagen. Die Schlüssel muss ich mir wiedergeben, oder? Genau. Das ist ein tolles Auto. Dann, die Schlüssel müsste ich wieder übernehmen. Ja, schade. Dann kriegen sie das Geld zurück und auch ihren Personalausweis. Ja, super, danke schön. Den brauchen sie, glaube ich, hier. Das, das stimmt. Aber, danke schön, dass ich fahren durfte. Ja, das ist eigentlich gerade auch eine Ausnahme gewesen, weil normalerweise macht man das nicht auch frei bei diesen Fahrzeugen. Echt nicht? Oh, oder, danke schön. Ja, normalerweise, also, sie können sich vorstellen, dass jeder gerne die Autos hier fahren möchte und, ähm, dementsprechend, das sind ja auch entweder neue Wegen oder auch Gebrauchtwege, der ist jetzt ein Gebrauchter. Ähm, dementsprechend würden dann Meilen drauf kommen ohne Ende und man könnte die auch nicht mehr verkaufen. Ja, dann bin ich, äh, fühle ich mich wirklich geärzt, dass sie mir das so einvertraut haben. Wie gesagt, Ausnahmesituation. Okay, ah, super, danke schön. Ja, danke schön. Ansonsten, haben sie noch weitere Fragen oder? Das ist für sie. Stop. Dankeschön. Ne, das wär's dann. Ich glaube, ich komme dann nochmal zurück, wenn, äh, wenn ich genug angespart habe. Mhm. Genau. Gut, das freut mich. Dann wünsche ich ihnen schon mal einen wunderschönen guten Abend und ich hoffe, dass sie sich bald melden. Werde ich auf jeden Fall machen. Ebenso. Dann schönen Abend noch. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Warte, ich geb dir direkt der Geld. Oh ja, dankeschön. Ähm. Ja? Er hat mir den falschen Schlüssel in dir gegeben. Hab ich. Ähm. Entstratung. Das ist mein Schlüssel. Oh, ich hab den Schlüssel von dir gegeben. Entschuldigung. Ja, der Traust wäre nicht ganz sehr gewesen. Das wäre richtig. Hey. Das ist das Richtige. Jetzt ist es so gut. Tut mir leid. Alles gut. Alles klar. Hallo. Schön Abend noch. Hallo Ariane. Hallo Oma. Na? Ich wollte, Fibi, könntest du mal zum Automaten, wenn du möchtest? Mhm. Okay. Oh, danke schön. Oh, Oma, ich laufe hier gerade mit 900 Dollar rum. Ich muss mal ganz kurz zum Automaten gehen. Oh. Ähm. Ja, wir haben gerade, wir sind gerade ein sehr teures Auto gefahren, also Probe gefahren. Oh, okay. Ja. Ähm. Ich wollte mal wegen der Beerdigung fragen, ist die heute? Nee, hab ich ja gesagt, ob nächste Woche, dass ich die verschiebe. Genau, aber es war ja noch nicht so sicher, deswegen wollte ich nochmal, wo ich zu dir sicher gehen, ob das jetzt so ist. Ja, ich hätte gestern eigentlich gerne noch geschrieben, aber, ähm, ich musste dann zu Ava ganz schnell ins Krankenhaus und war dann ein bisschen fertig. Was ist denn passiert? Äh, in ihrer direkten Nähe ist ein LKW explodiert und die hat jetzt ganz viele Brandwunden und, ja, wurde gestern dann im MD gleich behandelt. Ach du Scheiße, es tut mir aber leid. Aber sie kommt durch und wird auch keine... Ja, 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 so weit kommen sie durch, ähm, ich müsste eigentlich mit dir nochmal ins MD und, äh, die Wunden nochmal versorgen lassen, beziehungsweise die Verbände tauschen, aber jetzt ist sie noch nicht auf den Beinen, mal gucken, wann sie dann wach wird. Die liegt nämlich bei mir auf der Couch. Oh, okay. Äh, dass ich, äh, ja, jemand, dass jemand da ist. Ja, das heißt, du kannst jetzt auch erstmal nicht weg? Ähm, doch, also ich geh jetzt gleich mal raus und ich weiß jetzt noch nicht, was ich genau gleich mach, aber, äh, ich geh ja später dann auch arbeiten. Äh, okay. Ja. Wow, das ist aber ganz schön krass. Dabei ist sie doch die Eisprinzessin, sag ich immer. Äh, ja. Also da muss ich auch sagen, gestern, äh, wurde ich dann vom Krankenhaus angerufen, haben die nur gemeint, also, aber Alice sogar gewesen. Und dann hat Alice gesagt, ähm, Ähm, du, Oma, komm her, was ist mit, was mit Ava passiert, aber sie willst mich am, am Telefon klären. Und da dachte ich schon, oh Gott. Äh. Ähm, ja, das war echt. Aber sie hatte Glück, Glück im Unglück, oder? Boah, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Keine Ahnung, also das ist auch irgendwie, sind auch Sachen auf sie geflogen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie war eingeklemmt und dann mussten die sie richtig bergen. Ach, du schaust. Also irgendwie, ja. Äh. Ja. Ja. Ja, wir sind ja eine Familie hier, na, jeder passt ja aufeinander auf. Ja. Ja. Die würde das gleich ja für mich auch machen. Hm. Daher. Ich hab mich... Tja, aber so schnell kannst du gehen. Ja, bitte. Ach, ist doch egal, Oma. Ist doch egal. Nee, sag. Nee, ich hab mich ein bisschen mit... Hallo? Ich hab mich ein bisschen mit Melody gezopft gehabt, an den Abend, als du mit mir geredet hast. Weil sie sich so sicher war, dass wir über sie die ganze Zeit geredet haben. Dabei war das ja nur ein kurzes Thema. Und... Ja, richtig. Ich hab halt richtig geflüstert, aber... Ich hab ja auch nichts Schlechtes über sie gesagt. Und deswegen hatten wir uns halt doch ganz ordentlich in den Haaren. Und da wurde ich auch diesmal ein bisschen lauter. Weil, weißt du, ich hab mir gesagt, ich hab keine Lust mehr, zwischen den Stühlen zu stehen. Ich hab einfach keine Lust mehr. Ja, klar. Aber alles wieder gut. Ich glaub, wir haben beide ein bisschen Luft rausgelassen. Und ich fühl mich so schlecht, dass ich so wenig Zeit für dich hab. Deswegen würde ich... Weiß ich nicht, wenn du heute arbeiten willst, vielleicht die Tage, wenn du irgendwas zusammen machen möchtest. Ja, also meine Schicht fängt um 23 Uhr an. Um 23? Ich hab also... Ja. Genau. Soll ich vielleicht mit Fee gleich mal vorbeikommen? Ja, wir können ja... Ich kann auch irgendwo hinkommen. Ist das... Ja, Fee... Ist das egal. Fee wollte sowieso... Also wir wollten sowieso zu mir fahren, weil Fee nochmal kurz mein Auto fahren möchte. Ah, die hat mich auch angerufen gehabt. Da hab ich gar nicht zurückrufen können dann. Oh. Die hat mich auch gestern angerufen, aber dann, äh... Vielleicht das Krankenhaus und dann, ja. Ja. Ich hab das auch vergessen, zurückzurufen. Natürlich, natürlich. Ja, ähm... Was willst du jetzt? Ja, eben. Soll ich rüberkucken dann einfach? Ja, das wär super. Dann können wir uns mal vielleicht Fee-Könste angucken. Oh je. Okay, gut. Dann bist du gleich, ja. Dann ist gleich wieder jemand in meinem... Ja, hoffen wir immer nicht. Bis gleich. Ja, ciao. Darf ich ja 4500 Fragen stellen? Äh, sofort. Warte, ich werde aber nur ganz kurz einmal... Mhm. So. Natürlich. Was ist bei Oma los? Ist alles okay bei ihr? Ava ist im Krankenhaus. Also Ava war gestern im Krankenhaus. Neben Ava... Neben Ava ist ein LKW explodiert. Was? Oh, Fee! Wenn wir gleich bei Oma sind! Nicht lachen bei sowas! Natürlich. Ein LKW ist explodiert. Ja, die hat Brandverletzungen. Und die musste auch geborgen werden, weil die halt zwischen Trümmern war. Und es ist die bei Oma zu Hause auf der Couch. Ist aber natürlich ganz bei sich. Deswegen wird Oma gleich vorbeikommen. Oh, Fee! Nicht gut. Dabei sage ich immer, Ava ist eine Eisprinzessin, weil sie halt so aussieht. Ich weiß nicht warum. Sie sieht irgendwie aus wie eine Eisprinzessin. Äh, jetzt ist sie wohl die Feuerprinzessin. Oh, es tut mir so leid. Und... Als wir beim Pub standen. Das war das allererste Mal, dass wir uns verstritten hatten. Ja. Und ich weiß nicht genau, wieso sie so hochgeschaukelt hat, aber die Oma hat vorher mit mir geredet. Und ja, Melody war auch ein Thema, aber eher kurz. Und dann hat Oma einfach nur gesagt, sie lässt es jetzt ruhen und wird sich da auch nicht mehr jetzt annähern an Melody und gut ist. Lässt Melody jetzt einfach all die Zeit der Welt, all die Zeit der Welt, weißt du, wie ich meine? Einfach so Gras würde die Sachen wachsen lassen, das war's. Mhm. Und Melody meinte später, ja, ihr habt bestimmt über mich geredet. Da meinte ich so, nein, ich will... Weil du willst ja nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Das mache ich umgekehrt, weil Oma ja auch nicht, weißt du. Ich gehe jetzt nicht hin, hey, Oma hat gesagt, äh, Melody hat geatmet oder so. Weil keiner sagt irgendwie was Schlimmes über den anderen. Das ist dann sicher auch ein Grund, das zu erzählen. Und, ähm, ich will halt nicht, dass es mit den beiden noch mehr hochkocht. Und ich sage, ich gesagt, nee, nee. Und habe ihr aber gesagt, ja, ganz kurz war es so ein Thema. Und das ist halt wirklich auch die Wahrheit. Und dann hat sie sich aber rangehalten und meinte, ja doch, ihr habt über mich geredet. Doch, 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 ihr habt über mich geredet. Da habe ich gesagt, nein, wir haben nicht über mich geredet. Und ich verstehe das einfach nicht, wieso sie auch so verbissen darauf war. Weil sie meinte ja auch, dass Oma ihr egal ist. Und dann stand ich da mit Oma und habe noch ein bisschen geredet, weil ich sie wirklich schon länger nicht mehr gesehen habe und mir das auch wirklich leid tut. Auch mit Philipp jetzt. Deswegen habe ich mich auch so... Ich habe mich so über seine Nachrichten gefreut, weil er mir wieder geschrieben hat. Und da hatte, ähm... Dann, als ich mit Oma stand, hatte Melody auch immer so... Und so gemacht. Das hat mich so krass unter Druck gesetzt. Das habe ich ihr nicht gesagt. Aber es hat mich so krass unter Druck gesetzt, als würde ich gerade das Schlimmste überhaupt machen. Da habe ich gesagt, ob sie das stört, wenn ich mit Oma rede. Weil Oma ist ja auch eine Freundin. Und dann meinte sie aber so wirklich in einem ganz ernsten Ton, nein, das ist es nicht. Es ist scheiße schwierig für mich, ich will da nicht mehr zwischen den Stöhnen stehen, weil irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr darauf. Und jetzt weiß ich halt, wie es Mary damals ging. Wenn, wenn das mir hier passieren wird, mir mit dem Kopf so explodieren, ich hätte... Ich wäre weg. Ja, ich hatte auch... So diesen kleinen Fluchtgedanken hatte ich tatsächlich auch, aber so bin ich eigentlich nicht. Ich will immer alles klären und ich will, dass immer Friede zwischen allen ist. Und ich habe immer Verständnis, wenn der eine da was mit den anderen macht und so... Und sollst du nicht jetzt alleine werden, dann fahre ich einfach eine Runde... Hallo! Dann fahre ich einfach eine Runde Fahrrad. Weißt du, das kam mir auch schon mal vor, dass ich einfach ganz alleine stand und keiner irgendwie Zeit hatte. Das ist einfach nur belastend. Das passiert mir sehr regelmäßig. Oh, es tut mir leid. Ja, dann ruf mich doch mal an! Aber was geht eigentlich? Ja, weißt du, meistens, wenn du auf den Beinen bist, bin ich am Pennen, Mensch. Es tut mir leid. Hey, ich habe schon mal in deinem Auto. Oder ich gehörst du lange im Internet. Wie will das? Ja, ja. Oma, Oma, war das jetzt bei uns? Ja, es tut mir leid, Fee. Ja, alles gut. Ansonsten sag ich mal Bescheid, du kannst mich mal anrufen. Ich schreibe Melody gleich eine SMS im Auto. Aber da war jetzt alles wieder gut. Das war halt nur... Ich verstehe nicht, wieso sie so... Ich verstehe... Ich muss wirklich sagen, da ist Oma jetzt gerade diejenige, die es darauf beruhen lassen will. Oma geht zu Melody, sagt, hey, möchtest du was zu trinken? Wollt ihr was ausgeben? Und Melody blockt einfach vollkommen ab. Aber ich würde ja wenigstens aus Nettigkeit sagen, hey, nee, aber danke. Weißt du, nur aus Nettigkeit einfach. Mhm. So viel Drama könnte ich gar nicht ausstellen, hey. Ich habe da auch... Ja, sagst du was. Ich habe schon einige Dramen hier mitgemacht. Und da stehst du dann immer, willst du sowas die Vernünftige sein, aber im Innersten manchal würde ich einfach dazwischen gehen und beide mit den Köpfen gegeneinander hauen. So einfach so BIM! Ja, wieso nicht? Ja. Weigern Sie ein. Dankeschön. Aber es bricht mir auch ein bisschen das Herz, weil ich vermisse das alles. Ich vermisse das, als wir alle gemeinsam losgezogen sind. Als wir alle gemeinsam irgendwie... Joshua mit Oma, da waren wir mit Mary unterwegs. Da haben wir so getan, habe ich dir erzählt. Als wir haben wir so eine Adelsfamilie und haben uns dann so eine teure Wohnung angeguckt. Und das geht... Mit Melody zusammen könnte ich das halt gar nicht machen, weil Melody ja sich mit keinem Gefühl mehr versteht. Ja, das ist scheiße, ja. Das wäre so mein einziges Ziel, wäre tatsächlich, oder war auch eine ganze Zeit, die beiden einfach wieder zusammenzubringen. Und dann ist es halt, okay, die beiden können nicht mehr zusammen, aber da muss ich mich jetzt quasi zweiteilen, weißt du? Und ich habe immer, immer im Nacken diese Angst, dass Melody deswegen trotzdem sauer auf mich ist. Und dann finde ich aber, das ist doch blöd, in der Freundschaft sollte man das doch gar nicht haben, oder? Da ist Oma schon. Ich schreibe kurz, Melody. Oh, Herr Weiß hat mir geschrieben. Jetzt bin ich gespannt. Warte, ich habe erst mal Melody. Herr Weiß, ich habe gerade Ihre Nachricht gesehen, aber konnte noch nicht draufklicken. Warum? Ja, weil ich gerade aus dem Auto ausgestiegen bin und auch eine andere SMS lesen wollte. Mir geht's Ihnen. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Meine Füße riechen ein bisschen nach Fisch, weil ich gerade im Meer war. Herr Weiß? Herr Weiß? Warte mal. Was? Davon gibt es zwei? Warte, ich will mich in der Rettung schwimmen gerade. Wieso? Was musst du tun? Ich habe gerade noch ein spontanes Treffen mit Treffen mit Oma und Fee und lasse Fee mein Auto fahren. Ich habe Angst. So. Ich bin sofort bei mir. Oh, Sie sind richtig eklig, ich bin am Essen. Herr Weiß, was essen Sie denn gerade? Hallo? Ja, hallo? Hallo, was essen Sie denn gerade, Herr Weiß? Nudeln. Nudeln? Mit was denn? Herr Weiß? Beko Bay. Und Pottet? Okay. Herr Weiß? Herr Weiß, ich habe noch eine Frage. Sie haben noch nicht die 502 Dollar überwiesen, oder? Ja. Ja, dann gehe ich gleich mal gucken, Herr Weiß. Ja, machen Sie das. Ja, dann mache ich das. Okay. Ja, ich hoffe, Ihnen geht es soweit gut. Dann machen wir denn die Fahrradtour. Welche Fahrradtour? Ich wollte doch mit Ihnen, als Sie hier so traurig waren, eine Fahrradtour machen. Ich kann nicht traurig gewesen sein, das bin nicht ich. Doch, Sie sind hier von meinem Haus weggegangen und haben gesagt, Sie sind sowieso einsam und alleine. Deswegen wollte ich doch eine Fahrradtour mit Ihnen machen. Haben Sie wieder geträumt, Frau Barnes? Ja, ich träume sehr viel. Warum? Welchen Traum soll ich Ihnen denn erzählen? Ihren letzten. Meinen letzten. Okay, Herr Weiß, halten Sie sich fest. Ich habe die Tür von meinem Apartment aufgemacht und plötzlich war da Larry nackt und er hatte Flügel am Po. Und er ist da einfach die ganze Zeit rumgeflogen. Hallo, Oma. Hallo, ich jeden. Hallo. Hallo. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, abgesehen halt, dass ich mir Sorgen mache, geht es mir sonst gut. Aber Ava kommt doch durch, oder? Brauchst du vielleicht irgendwas? Ja, die kommt. Soll man deinen Kühlschrank voll machen oder irgendwie so? Mein Kühlschrank ist ziemlich voll. Ach so. Ja. Braucht Ava vielleicht irgendwie bequeme Klamotten oder sowas? Hm, glaube ich auch nicht. Nee, du, die schläft gerade noch. Moin. Ja, vielleicht hang ich auch viel zu viel mit Fee jetzt ab. Was denn? Die hat mir auch jegliche Empathie irgendwie ausgesaugt. Nee, war da Spaß, Fee. Ich habe das für ihr erzählt, ich hoffe, das ist okay mit Ava. Ja, das passt schon, das ist schon okay. Ich schreibe auch noch einen Artikel für Wiesel News. Wirklich? Nein. Darüber? Nein, das ist nicht gut. Du hast gerade fast dich angehört, wie eine Frau, ich vergesse immer den Namen, die so redet. Oh, Frau Abby geht, da muss ich gehen. Genau, genau. Die war auch beim Herr Walter Weiß auf der Feier, oh Gott. Ja, ich frage mich, wie die da reingeraten ist. Pamela war auch dort. Ja, ich glaube Pamela war plus eins. Bei Pamela kann ich einfach nicht an mich halten. Immer wenn ich sie sehe, muss ich ja einmal wenigstens sagen, wie toll sie aussieht und dann gehe ich einfach weiter. Ja, Pamela sieht auch immer gut aus. Auch die Haare sind immer Hammer. Das sagst du nix. Ja, so schön einfach. Ja. Weißt du was lustig ist? Was denn? Normalerweise steht doch da immer das Auto von deinem Freund, jetzt steht meins, da ist es auch, oder? Das ist wie so ein Downgrade. Ja, es hat ein bisschen geschrumpft. Ja, aber dein Auto ziemlich cool ist. Also die fahren gut, die sind richtige Flitzer. Ja. Also besser als mein Greoso wäre der auf jeden Fall. Das ist nicht so neidisch. Aber es hat nur zwei Sitze, ne? Hm. Mehr braucht man ja auch nicht. Der Rest kommt in den Kofferraum. Hm. Ja. Toll. Oder obendrauf geschnallt, oder wie? Ja, genau. Ja. Macht man halt so. Schwierig. Hey. Geht einfach. Oma, ich muss dir unbedingt eine Nachricht von Philipp einmal vorlesen. Oh, ja. Weil ich die so toll fand. Er hat geschrieben. Ähm. Warte, warte. Guten Abend, die Lady Anastasia. Auf diesem Wege möchte ich mich bei Ihnen dafür bedanken, am vorgestrigen Abend ihr Antlitz bewundern zu dürfen. Vielleicht führen unsere Wege in Zukunft wieder zueinander, sofern sie es gestatten. In erforder Darbietung, Joffrey. Also meine Güte. Ich fand das so schön einfach. Mit dem Antlitz hast du dein Oberteil ausgezogen, oder wie ist das passiert? Hä? Oder hat er einfach nur deine Erscheinung gemeint? Ich glaub, ja. Ich dachte eigentlich, er meint mein Gesicht vielleicht. Oh. Ach so. Ist ja Philipp, ich glaub, wenn ich mein Oberteil ausziehe, dann würde er schreiend wegrennen. Nee, er würde sagen, der kann, ja, schaut ja ganz schlecht aus, also. Er würde sagen, da geht's mehr. Interessant, na weiß ich nicht, ob er das sagen würde. Ja, ich hatte... Aber keine Sorge, er würde ja nicht plötzlich hier, weiß ich nicht, über dich herfallen oder so. Nee, Philipp auf jeden Fall nicht. Joffrey dann schon eher... Ach, Joffrey, meine heilige Liebe. Ach, das war so schön. So was müssen wir wirklich mal, das hab ich auch für den Geschichten, im Autohaus machen. Wir fangen grad im Autohaus bei den... Wie heißen die nochmal, Fee? Vanilla Unicorn für Autos. Die heißt Diamond Cars. Ja, und da hat Fee ein super teures Auto gerade Probe gefahren. Was ist denn das für ein Auto gewesen? Keine Ahnung, es war rot und schnell. Ja, scheiße, ich könnte jetzt genau das gleiche... Aber es kostet 100... War das 170.000 oder 150? 150.000. Glaub ich. Komm, aber machen, da hab ich Kleingeld in der Tasche. Ja, ich mein, das ist... Das hab ich jetzt Kleingeld in meiner Tasche. Oh, ja, und daran hab ich gedacht... Das ist die 170.000. 50.000. Daran hab ich gedacht, dass wir das irgendwann nochmal machen müssen, aber wenn ein anderer Mitarbeiter da ist, die Adelsfamilie nochmal auspacken. Ja, muss nur ein Mitarbeiter sein, den ich kennen. Die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr gering, weil ich ja im Eddys arbeite. Ja, das hat ja... Ja gut, ich müsste mir... Wir müssten mir andere Haare aufmachen, glaube ich. Eine Perücke drauf, Mutis. Ja, richtig. Muss ich... Demnächst man schon Friseur. Ich hab noch einen Anstack auf Isabel vor. Ach, wie? Hast du... Hast du Nina Hüttemann mal kennengelernt? Doch, klar. Sie war ja auch in der Gruppe. Ich hab Nina und Zoe kennengelernt. Ja, die schauen ja alle aus wie Collins. Das ist so krass. Die hört sich auch so an. Oh, Oma. Ja. Würde gar nicht, dass du das mit dem Friseur sagst. Fee, vielleicht gleich... Vielleicht für dich auch interessant. Die Andrea von Cut & Curl, die kennt ihr ja, ne? Ja, richtig. Nein. War die nicht Fee? War die nicht... Ne, stimmt Fee, du kennst sie nicht. Die ist aber super lieb. Und die hat mich... Wir hatten telefoniert gestern, die Vorgestern. Und da meinte sie zu mir, hey, ich hab da mal eine Idee. Ich hab da so einen Koffer voller Perücken und Perückenteile. Und wenn ihr wollt, können wir mal so einen großen Mädelsabend machen bei einem von uns zu Hause. Und die alle einfach durchprobieren. Sie nimmt dafür alles mit. Können wir Herr Weisworn dafür nehmen? Ja, ich denke nicht, dass er dazu sagen würde. Hm, schade. Aber hättet ihr zwei auch Lust? Ich würde auch welche vor den Perücken aufsetzen. Ja! Ja, wieso nicht? Ja, klar. Gut. Und weißt du, ich frag mal auch, ob sie was für Männer hat. Dann können wir nämlich den Philipp auch mitnehmen. Und Ava dann auch, wenn sie bis dahin wieder besser geht. Ja, richtig. Das ist eine gute Idee, ja? Ja. Das kann man echt mal machen. Ja, das wäre lustig. Frau Berry, Simchat. Kriegt man die Perücken eigentlich? Kriegt man die irgendwie beim Friseur? Oder wie macht man das? Also sie hat ja, sie ist ja Friseurin und sie hat ja so einen ganz großen Koffer und meinte, dann kann man so gucken, wie in etwa etwas aussieht. Wie, das ist ja toll. Ah! Das ist so cool! Das ist wirklich toll. Super! Und dann, Oma, mit ganz langen Haaren gucken wir uns einmal an. Oh je, oh Gott. Oder ich bin ganz, ganz kurz. Gibt es ja auch in verschiedenen Farben dann, dem? Bestimmt, bestimmt. Ja, dann sehen wir mal, wie ich ausgesehen habe als die Jugend war. Zumindest in meinen Haaren und nicht in meinem Gesicht. Ja, und da machen wir Fotos! Ja, richtig. Man wird uns nie erkennen. Ja. Ich mit langen, braunen Haaren. Halli, Gravioli. Das würde ich mir mal gerne anziehen. Wir können Frisuren-Taus machen. Ja, das wäre vielleicht auch eine Idee. Frisuren-Taus machen und du hast ihre, das ist dann easy. Easy piece of lemon squeezy. Ja, Fee. Das ist lemon squeezy. Sollen wir vielleicht die Fee mal auf ihre Präumat hier beklagen? Was bedeutet das? Ja, gerne. Fee, fährst du bitte vorsichtig? Du hast doch gerade gemerkt, dass ich immer vorsichtig fahre, oder? Ja, aber weil das Auto 150.000 gekostet hat, du nur 5 Mal fahren durftest und wir die Kaution dann nicht wiederbekommen hätten, weil... Ich wusste nämlich, der fehlt gerade Geld dazu, ich... Kaution ist 2.000 Dollar. Es waren nur 900 Dollar, die Müll, die da ist alles gut. Alles gut. Der fehlt ja nicht mehr viel zum Auto dann. Ja genau, nur noch. 149.000. So. Das ist der schwarze da vorne. Welcher? Hm. Der? Komm einfach mal. Vorne? Ja. Okay. Was haben wir denn generell jetzt vor? Du wolltest immer mal mein Auto fahren. Du kannst einfach Probe fahren, so wie gerade. Mhm. Oh, da ist nämlich noch ein Auto, aber jetzt habe ich den Schütze dafür wieder abgegeben. Hier bitte vorsichtig ausparken. Oh, sch... Weiß nicht. Ähm... Nun. Ah, ich krieg da schon hin. Ähm... Die kuscheln ja schön. Ja, die kuscheln wirklich schön. Ähm... Ob da was anderes lief denn? Fee, kannst du das vielleicht schon mal vorsichtig vorfahren? Äh, natürlich. Fee, bitte ganz, ganz vorsichtig. Das ist das Auto von meinem Freund. Oh, ich hätte mich so auf das RP gefreut. Ich hätte mich so darauf gefreut. Ich hoffe, wir können es trotzdem noch machen. Ich hoffe, wir können es trotzdem... Entschuldigung, ich muss mich gerade ganz kurz hier aufreißen. Sei bloß vorsichtig. Bitte ganz zärtlich. Gut, sehr schön. Oh mein Gott. Weiter hier, hier lang. Ganz, ganz zart, bitte. Gut, 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 gut. Sehr gut. Soll ich es mit Vaseline vielleicht doch noch mal eincremen? Sehr schön. Oh Gott. Wir müssen vielleicht nach links lenken, ne? Gut, gut, ja. Wunderbar. Was, die hat das wirklich gut. Wow, super. Perfekt, sieht doch heile aus. Ja. Oh, darf ich vorne sitzen? Warte. Ja, darfst du? Darfst du? Okay. Sieht dein Auto heile aus? Ja, sein Auto sieht heile aus. Dankeschön. Meins jetzt, ähm... Nun ja. Weißt du, was wir direkt mal machen könnten? Das ist immer Ansichtssache. Ja, richtig. Tanken. Tanken? Oh, ich tante sofort. Habe ich noch genügend Geld? Ja. Ich kann auch tanken. Es geht auch übers Konto. Ach ja, stimmt. Oder war es auch über Konto gemeint? Ich denke so selten, Oma. Ich denke so verdammt selten. Oh je. Ja. Aber ich versuch... Endlich fahre ich mal in Leichenwagen. Hey! Das ist kein Leichenwagen. Es ist so lang wie ein Leichenwagen. Lang und breit, habe ich ja gesagt. Hup. Was denn? Alles gut. Ich halte mich mal hier oben an diesem Abendding fest. Ja. Und Oma, wie geht es denn in der Hüfte so? Ist alles wieder verheilt jetzt, entgültig? Ach so. Ja, ja. Das ist doch schon ewig hier. Ach so. Wo bin ich? Weißt du nicht, wer das soll ich dort schmeißen? Das verheilt schnell. Ja, wo fährst du hin, sag mal? Äh. Ach so Richtung Fiddy und danach dort... Äh. Nächste Sohn. Boah, ich habe mich so auf dieses Streit-RP gefreut. Das glaubst du gar nicht, ne? Das glaubst du gar nicht. Bisschen ist mir schon schlecht. Oh, wah. Wenn ich jetzt mitbekommen habe, ist Mary jetzt glaube ich erstmal für eine kurze Zeit lang umzugrehen. Ich bin da noch nicht so im Bilde. Das ist so schön. Ich bin gerade noch nicht so im Bilde, aber boah. Was machen wir da? Ich bin ja... Aber denkt mal, ich bin doch sehr unerfahren, ne? Ich werde sowieso heulen. Ja. Fahre wir mal nach links. Heul-RP ist bestes App. Okay, nein, ich war nicht richtig. Orientierung ist nicht so, ne? Oh, du fährst ja eigentlich ganz gut. Ja, ich überlege gerade. Komm immer von der anderen Seite. Ich komm immer von der PD-Seite hierher. Oh, PD! Da weiß ich... Oh, ich muss gleich unbedingt nochmal zum Bankautomaten. Ja, können wir ja auch erstmal machen. Herr Weiß meinte nämlich, er hat mir angeblich das Geld schon überwiesen. Das würde tatsächlich mein Kontostand erklären. Aber ich glaube, das ist noch nicht so ganz. Ja, wir sind hier ein bisschen falsch. Ja, ja, wir fahren kurz um die... Ach so, also es wäre auf der linken Seite gewesen. Ja, sehe ich gerade. Was war da auf der linken Seite? Na gut. Das findest du selber. Ne, die Tankstelle nicht. Ach so, oh ja, stimmt. Das müssen wir ja auch noch machen. Boah, es fühlt sich fast so an, als würde ich selber fahren. Warte mal, ist das eine Beleidigung? Hast du mir auch... Nein, Kranos, nein. Alles cool. Alles cool. Ich drehe mal kurz und parke danach dort an der Seite, okay? Okay. Ja wirklich, Kranos, ich kann tatsächlich auch wenig im RP auf sowas eingehen. Ich würde es ein bisschen runterspielen, muss ich sagen. Ich würde es nicht alles gut. Aber also schlimm fahre ich doch nicht. Hey, sind da vorne die Beatles? Was? Ja, toll, erst mal halten, ne, tolle Wüste. Geh doch mal hin, hub die mal an und... Na, oi. Oh Gott. Das ist unangenehm. Weißt du, was gerade unangenehm war? Oh, okay, Entschuldigung. Super, jetzt sind wir hier. Was denn? Als Fee bei dem Autohändler war und dann meinte, ja, ich habe das Geld fürs Auto. Und dann meinte er, ja, das ist dann einmal 2000 Kaution. Und sie dann meinte, ähm, ich muss dann einmal noch mal zum Automaten. Und dann musste ich ja auch Geld dazu geben, das hat er alles mitbekommen. Das war so... Alter, ich hatte... Hat der vorher mitbekommen, Fee. Du hast auf dem Konto keine 2000 Dollar. Alter, ich arbeite bei Dreck und Weg zweimal die Woche und das war's. Ich arbeite einmal die Woche am Eddies und sonst auch nicht. Und trotzdem bin ich eine Rich-Oma. Ich bin auch bei der Rich-Oma. Weißt du, wieso? Weil ich mich heute oder morgen noch beim Petit bewerte. Und alt bist. Okay. Warte mal, ich muss mal kurz einen Anruf machen. Okay, ich gehe ganz kurz zum Geldautomaten. Bis dann, die guten Herren, weiter. Ja, ich komme einfach mal mit. Ich glaube, ich brauche auch noch ein bisschen Geld. Willst du nicht noch kurz bei Oma bleiben? Oh, da ist Oma ja nicht allein. Kommt ihr gleich einfach nach? Können wir machen, ja. Okay, ich renne. Oh, da ist Oma ja nicht. Hä? Vor das Drama und dann so stehen bleiben. Kann ja auch hier rein. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Boah, wir sind so reich, ne? Unfassbar. Verwaltung. Das war ich ja gerade. Der wird, der wird, der wird nicht bezahlt haben. Das ist ja nicht. So ein Aschlo. So ein Schwein. Ja. Man sieht immer, wenn ich Geld abgeholt habe für das Klamotten-Shop. Ah. Okay, warte. Ach ja. Ich wusste, es gibt ein Hinterherrennen-RP bei dem Geld. Genau. So, blonde, große Hupen und rote Badesachen. Dann euch viel Spaß machen. Aber Wasser zu kalt. Ha, kurz rein und nun am Stand entspannen. Pass auf, dass du da keinen Schock oder so bekommst, wenn das Wasser zu kalt ist. Hat man doch bei Titanic den Film gesehen. Davon das ist, das darf man schreien kommen. Gesehen. Oder bei dem Film mit dem Schiff und dem Eisberg gesehen. Wie gefährlich das ist. Wie tausend Nadelstiche. Hat Herr Weiß, jetzt fange ich auch schon mal mit an. Ja, weiß hier, dass die Geld schon. Also ich sehe, auf mein Konto noch kein Herr Weißgeld. Toll. Hm, das ist schlecht. Ja, ist nicht gut. Sollen wir mal gucken, ob der hier drin ist? Ja, der hat mich gerade weggedrückt. Der ist auf jeden Fall hier drin. Ja, dass ihn zusammenstagen geht. Nee, Spaß. Er kann sich mal ein gutes Wort bei ihm einlegen über mich, damit er mich auf jeden Fall nimmt, weißt du? Während ich ihn anmeckere, dass er mir einfach das Geld nicht bezahlt hat, dass er mir schuldet. Sucht die noch? Hm? 500 Zeug. Sucht das Peti überhaupt noch? Ja, der sucht immer. Ach, okay. Ja, wollen wir trotzdem mal reingehen oder ihr nicht? Also da war jetzt nicht so viel los, aber wenn ihr wollt, können wir trotzdem mal reingehen. So. Sie schaut aus wie Merle da oben. Oh, da ist nicht Merle. Okay. Nee, ich habe einfach vergessen, was ich gesagt habe. Upsi. Ja, ansonsten können wir ja mal die Tankstelle in Seoul suchen. Ja, ich weiß ja immer. Oder du suchst sie, weil ich weiß, wo sie ist. Oh, warte mal. Hat der Baumarkt schon offen? Der U-Tool? Ja. Hat der offen? Ich denke schon, ja. Ich kenne den CEO auch von da. Wirklich? Ich kann ihn mal anrufen und fragen, ob der offen hat. Ist das der, der an der Autobahne ist? Ja, der ist der irgendwo. Ja, genau. Ja, beim East Highway. Vielleicht kriegt er eine Pfanne günstiger her. Okay. Das weiß ich nicht. Ich müsste auch Vollpreis für meine QC nicht zahlen, glaube ich. Weil das weiß ich gar nicht. Wann auch? Ich kann trotzdem schon mal losfahren zu Tanks, bitte. Tanken müssen wir sowieso dahin. Sieht schlecht aus. Ach, ist okay. Ich wollte sowieso für die Halskette sparen. 700 Dollar. Nee, nee. Normalerweise müsst ihr trotzdem aufhaben. Aber ihr ist wahrscheinlich einfach nicht da. Man obernt euch so viel schönen Schmuck. Der ist so scheiße teuer. Ui. Ich will gar nicht wissen, wie teuer deine langen Ohrringe waren, die so krass glitzern. Gott, ich auch nicht. Ich will auch gar nicht wissen, wie teuer der Ring war. Oh, stimmt ja. Mhm. Oh. Wirst du echt gar nicht wissen, du. Oh Mann, dann hast du ja jetzt bald einen eher nicht so angenehmen Termin. Der aber sehr wichtig ist. Und ein angenehmer Termin, der dich wahrscheinlich sehr stressen wird, oder? Ja. Allerdings. Wobei, ich habe die Planung eigentlich schon größtenteils abgedrückt. Sag mal, schreib, wenn wir was machen können, Oma. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal kurz. Ja. War das nicht gerade? Warte. Ich glaube, ich kenne nur einen, der so ein Auto fährt. Hallo, Harald. Na, der wüsste ich dich mal wieder. Oh. Bist du gerade für eine Tankstelle in den Saal weggefahren? So, dann tanke ich mal eben. Ich habe schon bezahlt. Musst du doch nicht. Du musst doch jetzt sparen für das Auto. Weil ich, ich muss, ich muss fahren. Ich muss dieses Auto fahren. Oh Mann, danke schön. Aber ist eigentlich günstig, der Sprit für das Auto, oder? Ja, voll. Das ist richtig krank. Malz frisst mehr, offenbar. Wirklich? So, ich fahre einfach zu viel. Ja. Ja, wahrscheinlich fährst du einfach zu viel. Fährst du bitte. Hör, ich lege auf bis gleich. Hörst du ein krasses Auto? Sehr interessant, das will ich nicht hören. Das ist ja geil. Erinnere mich an Elbandi. Mensch, wo siehst du aus? Sie sieht wirklich gut aus. Sie sieht gut aus. Sie sieht gut aus. Sieht die Frisur, du. Hallo. Hammer. Ist das gefärbt? Sind die Haare schwarz? Schwarz? Das ist grau. Das ist grau, das ist grau. Ah, das beste grau, Mensch. Schick. War der Schnurrbart vorher auch schon so? Das war so. Der Schnurrbart. Ja, der war so. Ja. Ja, toll, Mensch. Oh, ist das so schick abgezogen? Ja, ja. Dekadent, nein? Ja, ja. Ja, dekadent. Das ist gut, ja. Und ein sehr annettes Auto hast du da, Bisch. Ja, das ist die Regina, ich sag, nein? Ah, toll, die Regina. Das ist ein toller Star. Die Farbe passt. Das passt zu mir, das Auto. Das stimmt. Das ist mein Schätzchen. Sieht aus wie ein Karamellriken. Was? Was? Ja, ich wusste nur, ich kenne keinen anderen, der Gepäck obendrauf hat, aber du hast mir am Telefonrat gesagt, dass du Gepäck auf dem Auto hast. Ja, natürlich. Viel mehr Falten hast du nicht bekommen, Harald. Nein, du auch nicht, ne? Ja, schießt ja, man ist still Falten gehabt, weiß ich nicht mehr. Ah, Mensch, danke, ja. Der Stenke, der ist wirklich... Er ist doch lieber. Ja, ich sag, ich bin lieber, nein? Wenn man nicht lieb zu mir ist, sag ich immer, dann bin ich auch lieb zu anderen. Das ist immer die Prämisse. Herr Harald, ich habe ein Gerücht über Sie gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie mir das erzählt hat, aber es hat mir eine Person erzählt. Ja. Waren Sie im Gefängnis, weil Sie Fahrräder geklaut haben? Was? Edith? Ich habe das... Nein, ich glaube nicht, dass das Oma war. Ich habe nicht gesagt, dass du im Gefängnis warst, wie Fahrrad klauen. Nee, ich glaube nicht, dass das Oma war. Wahrscheinlich nicht. Ich habe mir das erzählt, wie jetzt wiesen. Überlege ich gerade auch, aber ich weiß, dass es eine Person hier in der Santers war. Weil ich mal erzählt habe, dass sie ja auch mit... Naja, an der Fahrschule wissen noch, da haben sie einfach ein Fahrrad mitgenommen, weil es nicht abgeschlossen war. Haha, bist du damit weggefahren? Ja, stimmt ja. Ich habe Fahrräder geklaut. Das ist erst mal richtig. Aber ich war nicht im Knast, aber ich hatte Anzeigen. Das ist schon richtig, ne? Oh. Und ja, ich hatte eben wenig Geld. Ich hatte kein Auto, gar nichts. Aber die Anzeigen waren fahren gelassen. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Ich habe alles Mögliche. Ich habe es erreicht. Oh, schön. Aber ich war nicht im Knast. Das ist eine Lüge und eine Frechheit, wenn du das erzählt hast, Edith. Nein? Das war nicht eine Frechheit, Oma. Das war nicht eine Frechheit, Oma. Das war nicht eine Frechheit, Oma. Ja, wer sowas erzählt hat, wenn sie um mich geht. Ich weiß es nicht. Sie sind Stadtbekannte, Herr Harald. Harald, ich schwöre dir, ich habe nicht erzählt, dass du im Gefängnis warst. Nee, ich habe es auch nicht von Oma. Oh, Edith. Nein? Äh, muss ich jetzt auch das zeigen? Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer es genau war, aber es hat mir einen Charakter gesagt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht Melodie sogar war. Ich schwöre, ich habe nicht erzählt, dass du im Gefängnis warst wegen Fahrradklau. Ich danke dir. Ja. 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 Nein? Ja, aber was macht ihr denn? Weil die ist doch nicht geworden. Die haben gar nichts mehr gehört von euch. Naja, ich bin immer noch ich. Ich bin aber jetzt in einer Beziehung. Hä? Nee. Mit, mit wem das denn? Mit meinem Freund. Ja, wie ist er denn? Darf ich das wissen? Ist er zu privat? Das ist ein Sheriff. Voll krass. Sheriff? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Achso, wir sollen nicht. Sheriff. Wie heißt der? Nochmal Spinner, ne? Hey. Skinner heißt der. Larry heißt der. Der ist ganz toll. Ich habe über den Sheriff schon mal was gehört. Das würde es auch nicht sein. Ja. Hab ich auch gehört. Von Arnecken hört man es immer wieder. Das ist der liebste Mensch in ganz Los Santos. Der hat echt geiles Autor. Ein Autor, der toll ist er. Natürlich ist er das. Der hat auch einen tollen Charakter, ne? Komm mal so an. Ja, richtig. Ja, besser als Walter Weiß wahrscheinlich. Gibi. Ja, Walter Weiß. Der schuldet mir noch Geld. Warum nass denn? Weil ich seine Party organisiert habe. Der hatte eine Einweihungsfeier. Warum hat er mich nicht eingeladen? Da waren nur Polizisten. Ich war auch nur über Unwege eingeladen. Plus eins. Also Polizisten plus eins irgendwie so. Und dann habe ich auch selber Leute eingeladen. Was ist das für ein Biskup? Hey. Da verstehe ich manchmal nicht die Leute. Weiß, ne? Haben Sie aber was gemacht? Wie kann man so einen Influencer... Ja, natürlich. Aber ich sage euch ganz ehrlich. Ich ziehe es ihm zurück mittlerweile. Ach was. Echt? So einfach so. Zu viele Liter? Ich habe einmal ein Bild mit meinem Daumen gepostet. Und direkt aus Arnecken kamen sie raus, ne? Ui. Dann von Arnecken haben sie mich runtergemacht, dass ich mein Daumen wäre und alles, ne? War der Daumen zu dick war? Ja. Ja. Ähm. Ja, ich habe leider auch einen Kommentar geschrieben und habe mich aber schon dafür entschuldigt. Ja, du hast mich entschuldigt dafür, ne? Das war okay. Aber ich habe da mehr dazu bekommen und das nagt an mir natürlich stark auch irgendwann, ne? Wobei, manche Frauen mögen dicke Daumen, ne? Kommt drauf an, für was die eingesetzt werden, ja? Ja, deswegen hatte ich auch einen Kommentar geschrieben, der war gar nicht negativ gemeint. Ja. Ja, ich bin da natürlich... So weit bin ich empfindlich, ne? Im Internet. Da muss man auch nicht sein zueinander, ne? Ja, ja. Das stimmt. Das kam ein bisschen falsch, sogar dann vielleicht auch, ne? Ja, Menschen können ganz schön gemeint sein, ja? Das stimmt. Vor allem, wenn die Anonymität, äh, genießen. Liebe, dann sehen sie ja plötzlich, ne? Ja. Dann nehmen sie, dann nehmen sie Eier, ne? Ja. Du musst doch mal so sagen. Also da... ...wann in Schulferien sind. Wenn ich da griechen die aus ihren Löchern, also... Ich sag euch, ne? Das sind mir echt die Schlimmsten. Ja. Solche Hater. Lass dich dann nicht... Aber du hast ja auch ein Auto schon, Ariane. Ich sag doch... Hm, was? Bitte was? Das Auto. Du hast ja auch ein Auto, oder ist das nicht deins? Das hier? Ja, das ist mein Auto. Oh, da. Nee. Ich fahr das fast nicht. Das ist ein Stratum, ne? Oh, nicht den. Ja, das ist ein schönes Auto, ne? Riech mal auf, was du holst. Echt? Das ist zu lang. Ja, und warte, du liegst mit dem Moped. Oh, cool. Ach was. Ja. Ein Moped, ein kleines Teil. Aber gut aufpassen, Harald, ne? Nicht, dass du irgendwo dagegen fährst, dann bist die Mause tot. Meinst du, ne? Aber ist ja so langsam das Auto, ne? Ja, man weiß ja nicht. Kennst du Madison? Oh, nee. Damit hat mich Walter Schweiß mal verknüpft mit der Alten. Oh, gefällt sie dir? Nein. Also, ich bin ja auch ein etwas fülliger Typ. Ist ja okay, oder nicht? Ja, mach ich es essen. Ja, mach ich es essen. Ja, mach ich es essen. Ja, na klar. Und dann hat Walter Schweiß gedacht, na, weil ich will ich bin und die auch einen Stirnnacken hat, dann müssen wir ja zusammenkommen, ne? Oh. Und ich hatte einfach nicht die Chance bei einem gefunkt, sag ich mal. Ist auch der Altersunterschied zu groß, Edith. Hm, das stimmt, ja. Wobei Madison ist ja, also die ist ganz lieb. Wenn du die verführen wollen würdest, dann müsstest du nur ein Mettbrötchen kaufen für die oder einen Kahn. Ach du Scheiße, die verpfiffen. Wie hoch ist denn? Wie hoch ist denn der Altersunterschied? Ja, ich bin 60, ne? Ja, und die? Und wie alt die ist? Das habe ich keine Ahnung, die sieht jung aus, ne? Ich glaube, die ist irgendwie bestimmt zwischen 20 und 60. Oh, oh. Meinst du? Nee, weiß nicht. Ja, der Nacken davon, die hat ne. Scheiße. Ja, die ist einfach nicht verpfiffen. Ja, aber das wird doch nicht schlecht, du. Die hält nicht jung. Warum willst du mich mit dem Stirnacken zusammenbringen? Wieso? Die ist lieb. Ja, die ist lieb. Ja, aber das wird doch nicht verpfiffen. Die ist wirklich nötig, Mensch. Raus, wenn wir ein bisschen langsam zusammenkommen. Ach, er weiß. Wusst du ja nicht, wenn du das nicht möchtest. Äh, Frau Barnes, könnten Sie mir bitte die Kontonummer nochmal schicken? Ja. Okay, mach ich. Wie geht es eigentlich Ihrer besten Freundin Melody? Ich habe lange nichts mehr gehört. Die wartet auch auf ihr Geld und die ist gerade am Strand schwimmen. Nee, chillen ist die gerade am Strand. Oh, schwimmen ist immer so eine Sache, ja. Wie läuft es denn so bei Ihnen und dem Herrn Skinner? Wann klingeln denn die Glocken? Also beim Herrn Skinner klingeln ja immer die Glocken, aber... Ach so. Ja, ähm. Mann, Herr Weiß, warum sind Sie denn immer so interessiert? Ich dachte, Sie heiraten mal oder so. Was? Ich bin doch viel zu jung zum heiraten. Was? Wie alt sind Sie denn? Sie sind noch 37 oder so oder Mitte 40, oder? Nein, ich bin 24. Herr Weiß, ich bin 24. 24 sind Sie? Ja, natürlich. Waren Sie mal in Everglades und haben Sie Bunchjumping gemacht oder sowas? Herr Weiß, ich finde, ich sehe wirklich aussah und nicht gut aus. Haben Sie mich in letzter Zeit mal wieder gesehen? Nee, ich habe Sie ganz schlecht in Erinnerung. Ja, dann kommen Sie da mal wieder vorbei, Herr Weiß, wenn Sie nicht mal arbeiten müssen. Ja, ich werde heute bestimmt zum alten Dairy fahren. Wissen Sie, ob der heute seinen Arsch mal zu Esti bewegt? Bestimmt. Können Sie denn was ausrichten? Ist doch Ihr Freund, dann können Sie doch selber was sagen. Ah, ja, okay. Können Sie mir dann den Traum erzählen, den ich hatte? Ich bin sehr verwirrt immer noch. Was bedeutet das so was? Ich soll dem erzählen, dass er nackt in Ihrer Wohnung stand und Flügeln am Hintertatt hatte. Nee, machen Sie das. Oh, der ist doch damit geflogen. Das hat er so, aber dann lassen Sie das lieber. War der dann auch so ganz klein und hatte so gelockte Haare? Nee, der war tatsächlich lieb. Also ganz normal. Der war ganz normal groß. Deswegen hang halt der Oberkörper so runter. Ist halt wie es bei so einer Hummel, die müde war. Äh, die müde ist. Kennen Sie das? Nee. Nee. Ja, Herr Weiß, ich würde Sie gerne mal wieder sehen. Ja, das wäre... Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, Sie waren jetzt die ganze Zeit so nett zu mir. Ja. Und ich kann es nicht vergessen, als Sie so traurig von mir weggegangen sind. Sie sind ja ein sehr mitschühlender Mensch. Ja, dann... Wenn ich nachher zum Esti fahre, dann können Sie ja mal vorbeikommen. Ich bin aber gerade nicht im Norden. Ja, das dauert ja auch noch. Ach so, okay. Ne, ich melde mich nachher bei Ihnen, ja? Ja, ich schicke Ihnen gleich meine Content-Nummer. Ja. Ja. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Oh Gott. Ja, ne, also... Ja, das wäre interessant. Unser Gespräch zuzuhören ist interessant, wieso? Ja. Da kommen ganz lustige Dinge raus. Da kommen was für lustige Dinge? Wie meinst du das jetzt? Zwei Jahre alt, das Unterschied. Ist doch nicht schlimm, oder? Also ich bin 72. Ach, du bist ja vier Jahre alt. Gut, ne? Geht, ne? Aber geht. Ist ja auch noch ne Zahl, da weiß ich nicht. Ja. Und Falten ist ja auch noch nicht großartig. Ja, das siehst du mal nicht. Ja, das siehst du mal nicht. Da siehst du ja wie eine Eins-Alle hier. Hm, das stimmt. Oh, ja. Ich hatte noch eine Melodie. Ach, naja. Der hat mich gerade zu fragen, wie es dir geht. Ne, das hat fett bügelt ein bisschen aus, ne? Ja, ja, weiß. Behalt dir das bei, ne? Das ist das... Das fett? Oh, 3, 2... Wer beruft mich denn da an? 3, 2, 1? Was ist das? Hä? Hast du? Hast du die komische Nummer? Sag mal, Ariane. Oh, Liam! Hi! Ich habe von Melodie die Nummer von Brian geschickt bekommen. Ja? Äh, hast du das völlig aus? Dann kannst du mir jetzt die buchstabieren, weil ich sie nicht kopieren kann. Die Nummer von Brian? Ja, genau. Okay, warte. Den Gumbel. Gumbel, genau. Der wird mit Y in uns geschrieben vollkommen. Das ist komisch. Ähm... Was ist das? Brian... Ja, ich habe den auch falsch bei mir eingespeichert. Brian Gamble. Okay. 5, 5, 5. Sofort. 5, 5, 5. Ja. 2, 8, 3. 2, 8, 3, ja. 6, 9, 1. 6, 9, 1. Ehre, danke schön. Ja. Herr Harald, ich finde das so toll, was sie anhaben. Ja? Das steht ihnen richtig gut. Das freut mich. Ja, das habe ich mir ausgedacht. Da habe ich mich beraten lassen. In der Boutique und alles Mögliche. Oh! Aus der Boutique ist das... War das denn sehr teuer? Der Mantel, glaube ich, 120 oder sowas, ne? Ui! Easy! Na ja, oder? Und die Krawatte nicht so viel. Das dämmt 80, meine ich, ne? Die Hose ist auch 80. Aber ich trage sie auch ziemlich oft, ne? Die Schuhe, ne? Die Schuhe, ne? Ich denke, ich mag. Ah, okay. Aber es gibt ja auch eine Wäscherei mittlerweile. Habt ihr das mal gehört, ne? Ne? So, es gibt eine Wäscherei mittlerweile. Was tut man da? Waschen? Waschen. Okay. Und trocknen. So. Ganz, ganz kurz. Ich unterbreche euch ganz kurz nur. Also. Ich hab gerade, ähm, von den, äh, verdammte My Kitchen Supplies, das, äh, wo wir hinfahren wollten, dran. Ja. Einen guten Dir. Ähm, er hat noch, die im Dürsten Schneidebrett, hast du gesagt, noch. Nudelholzer. Ein Schneidebrett. Ich brauch eine Pfanne. Mixer vier, Saftressen vier, Kaffeemühn zwei. Pfanne hast du auch keine mehr? Gar nicht mehr. Oh nein. Oh, schade. Oh, das ist ja scheiße. Warte. Machst du einfach selbst eine Pfanne. Ah. Mano. Eine Pfanne. Ja, da kann man so schöne Sachen mitmachen. Ah, ja. Hast du schon einen Topf und alles? Ich hab einen Topf und ein Schneidebrett. Ja, da kann man auch schon mal mit anfangen, ne? Das stimmt, aber ich hab, ich wollte unbedingt Spaghetti Bolognese machen. Ich hab mein Hackfleisch jetzt schon so lange im Küchen. Aber jetzt kann ich's doch wieder wegwerfen. Äh. Scheiße. Ist einfach auf? Ne, das ist ja roh. Kannst du doch mit dem Topf machen, die Scheiße. Die Spaghetti. Ich hab, ja, die Spaghetti kann ich im Topf machen, aber leider das Hackfleisch nicht, das klebt da immer so. Da brauch ich ne bestimmte Teile für. Oh ne. Ja. Ich mein, ist das einfach roh? Nein, das kann man nicht roh essen. Mit? Ja, das ist doch alle die Nati. Ich guck mal das Rezept jetzt an die Scheiße. Ja. Kann doch nie sein hier. Bolognese, gekochte Nudeln, Rindak, Zwiebel, Tomaten, Knoblauch. Wie im Topf. Das alles machen wir gleich. Du brauchst keine Pfanne. Ich brauch, also du brauchst nix anderes als die Pfanne, ja? Also bei mir steht keine Pfanne, ne? Okay, schade. Na, danke. Das ist aber seltsam. Rinderhack, ne? Vielleicht hab ich ein Special Rezept oder was? Also eine Zwiebel, ne? Genau, eine Zwiebel. Zwei Tomaten. Ah ja, zwei Tomaten, ja. Ein Knoblauch. Und einmal gekochte Nudeln. Aber das ist ja nicht Bolognese, das ist ja Tomatensauce, ne? Ja, bei mir steht Bolognese da nicht, ne? Das ist ja doch. Da musst du noch Hackfleisch mit rein. Ja, Rinderhack einmal. Ach so, das hab ich gar nicht gehört. Das steht da, ne? Oh scheiße. Aber ich weiß nicht. Irgendwann hat erstmal Bratwärm gesteht, da ist einfach wegen der Hackfleisch. Vielleicht probier's einfach nochmal. Aber warum dumm? Warum dumm? Ähm, der ist gar nicht von U2, der ist von dem Kitchen Supplies-Ding hier in der Stadt. Ach so. Das hab ich wieder mal verwechselt. Ist mal wieder passiert. Alles nicht. Bei U2, da könnte man aber auch anrufen. 247 420. Oder sollen wir einfach vorbeifahren? Ich fahr da noch nicht. Und wir fahren einfach vorbei, ja. U2 ist schön da drin. Ja, waren sie schon da drin? Ja, waren sie schon da drin? Ja, das ist, das ist toll. Da drin, das riecht ein Holz. Das ist einmalig. Das Patent da hinten. Ein riesen Laden, ne? Ja. Kannst du alles kaufen. Nee, wir sind da nur vorbeigefahren, da hat es leider schon zu. Ja, das hat oft zu, ne? Ich hab da auch nie was bekommen und großartig. So ne Scheiße. Ach ja. Oh Fee, ich hab bei dir im Wagen noch den Ketchup und sowas alles. Mhm. Ich kann auch mal ganz kurz... Cool. Ich checke mal grad mein Bauchgefühl. Ja, ich hab immer ganz kurz was zu essen. Den Ketchup? Okay. Nee. So, dann können wir gleich da kurz die SMS schreiben. Dann machen wir das nicht so mitten im Charaktergespräch. Ich drücke mal was mit dem Snacken im Inventar haben. Ja, oh mein Gott, ist das teuer. Boah. Was ist das Snacken? Hab ich gesagt. Ah, 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 ah. Oh mein Gott. Boah, ich hab grad in real life so Hunger. Oh Gott, ich dreh durch. Boah, ist das grad schwierig. Oh, ho, 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 ho. Sein Lieblingsfarbe. Rot. Hier. Der Ketchup, hä? Oh, geil. Was ist das? Ich hab zwei Cupcakes mit. Oh, ich hätte jetzt gern so Cupcakes in. Die machen grad Diätus Longus. Und ich hasse es aber jetzt schon. Die ersten drei Tage sind immer ganz furchtbar. Die ersten drei Tage sind immer furchtbar. Ich esse halt genug, aber irgendwie ist mein Magen viel zu groß. Also, der ist grad, äh, ja. Sorry, out of order. Oh, das ist nicht cool. So. Also. Der Larry wieder. Howdy, schöne Lady. Larry. Ich... Nein, ich hatte heute Nacht, äh, nicht so einen Druck auf den Hals. Ja, auf der Brust. Aber es lag wohl daran, dass du drauf lagst. Ja. Deine Haare rochen wieder so gut. Ich hab jetzt ein tolles Shampoo bekommen. Ähm, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und vor allen Dingen wieder was schönes unternehmen. Einfach mal wieder entspannen, oder? Ich mach mich auf den Weg zum LSPD. Besprechung. Ach, das stimmt ja. Juhu, nicht. Zeichentraurigdings. Oh. Ah. Das tut... Das tut mir leid mit diesen wohl sehr langweiligen Besprechungen. Ich hoffe, ich habe deine Brust. Ich hoffe, ich habe deine Brust. Ich hoffe, ich habe deine Brust. Der Satz fängt schon an, ne? Nicht voll gesabbert. Voll gesabbert. Ich hatte da einen ganz seltsamen Traum. Uff. Warte. Haben wir das... Das Shampoo können wir ja noch nicht ausprobiert haben. Wir haben es erst gekriegt und wir waren ja da nicht duschen, ne? Ja. Voll der Zyklopenschweine. Ja, stimmt. Voll der Zyklopenschweine, ey. Du schreibst mir immer so süße, so süße Sachen. Mensch, da kann ich ja kaum mithalten. Ich bin gerade in der Stadt mit Fee und Oma und muss gleich auch wieder raus. Herr Weiß wollte mich später mitnehmen zum S-S-D. Weiß... Weiß nicht, was mit ihm los ist. Er hat auch wieder nach dir gefragt. Ich denke an dich. Jetzt muss ich irgendwas Süßes schreiben. Ich denke an dich. Die ganze Zeit. Die anste Zeit. Die ganze Zeit. So. Ich kann nicht dagegen ankommen, leider. Deswegen muss ich das jetzt so machen. Ich kann es auch nochmal ganz vorlesen, wenn ihr wollt. Ich habe geschrieben, A, das tut mir so leid mit diesen langweiligen Besprechungen. Ich hoffe... Warte mal. Ich hoffe, ich habe deine Brust nicht voll gesabbert. Ich hatte einen ganz seltsamen Traum. Uff, ich hoffe, der Weiß erzählt das. Und du schreibst mir ja immer so süße Sachen. Mensch, da kann ich ja gar nicht mithalten. Ich bin gerade in der Stadt mit Fee und Oma und muss gleich auch wieder raus. Herr Weiß wollte mich später mitnehmen zum S-D. Weiß nicht, was mit ihm los ist. Er hat auch von dir gefragt die ganze Zeit. Würde so gerne wieder etwas mit dir unternehmen, wenn die Zeit zulässt. Ich... Ich vermisse es. Ich vermisse es. Achso, ist ja gar keine Rechtschreibung. Äh... Ja, komm nicht! Lass einfach so! Ich vermisse es. Aber habe natürlich Verständnis. Das ist ja ein lustiges Cyclopan-Emote. So. Das ist doch nichts Positives, wenn dir jemand da herkommt und sagt, dass es... Was? Das ist doch voll die Beleidigung. Keiner will einen Schwanz im Gesicht haben. Okay, ich hab das noch nie... Was? Wer hat einen Schwanz im Gesicht gehabt? Herr Weiß hat zu ihm gesagt, dass er eine Schwanznase hat. Ja, so wie wie mit dieser Brille und dann diese Kindergärne. Diese faschigen Brillen. Hä, das sieht doch gar nicht so aus. Soll ich mal nicht so beziehen? Ja, das ist aber eine Beleidigung, wird der nicht. Ja, das sind wir immer... Sie können den anzeigen. Ich wusste nicht, dass das eine Beleidigung ist, wenn ich ehrlich bin, ne? Nein, das ist keine Kleines Nase. Ja, ein bisschen mit den Adern da. Ja, warte jetzt. Nein. Ja, das sind so Adern auf der Nase. Ja, aber ich halte es doch nicht direkt an sowas. Ich finde jetzt nicht, dass man da viele Adern zieht. Ja, nur so ein bisschen gerade hin und licht hier. Na gut, die Haut wird auch dünner im Alter. Ja, eben. Aber sie können den anzeigen wegen Beleidigung. Ach, das ist doch ein Arschloch, der Typ. Für den investiere ich keine Zeit. Ja, mit dem muss ich mich heute noch treffen. Warum das den? Der schuldet mir ja noch Geld. Achso. Die fähren von dem. Geht nicht. Ich habe mir gesagt, du sollst dich fähren halten bei der Fasch oder noch. Der ist doch voll nett. Der ist nicht nett. Ich habe so ein Treffer-Sitore. Der ist absolut nicht nett. Der ist das allerletzte, ist das, ne? Edith und ich haben reden. Aber soll ich das mal gucken? Wir wissen schon, was das für Leute sind. Was denn? Gibt es genug von solchen Idioten? Das sind Bissköpfe. Das ist die Spezies von denen. Und die Edith weiß das ganz immer wie ich. Ich stimme da sogar Harald mal zu. So, was da ist denn Marley? Ja, ich mag den auch nicht. Ja, ich soll so, ne? Ja. Aber ich habe den einmal gesehen, da ging es denen gar nicht gut. Das hatte mir so leid. Und seitdem will ich... Ja, das ist eine Masche. Ja, aber vielleicht... Haben Sie es schon mal betrunken erlebt? Da ist er wirklich ganz nett. Nee, will ich auch nicht. Ja, soll er vielleicht dauerhaft betrunken sein. Ach ja, zum YouTube. Ja, ja. Gerne. Ja, wir müssten dann... Ja, ich will euch nicht aufhauen, ne? Entweder wir... Wir müssen dann... Entweder ihr haut mich dann beim MD später noch raus. Oder ihr kommt dann mit, weil Ava fährt dann demnächst mit Philipp hin. Ah, okay. Den kenne ich auch, den Philipp. Ja, den Philipp. Das ist auch nett. Sollen wir dann kurz mit dir hin? Das sind die bei, ja. Also sie ruft an, wenn sie dort ist. Bis dahin können wir noch... Ach so. Ich kann auch noch... Ab ins Auto. War gut. Ja. Dann viel Spaß euch, ne? Harald, war schön, nicht ist, mal wieder gesitten zu haben, ne? Ja, gleichfalls, ne? Sie mal wieder schön bekannte sich da zu treffen, ne? Ja, ja. Ruf gern mal wieder durch. Mach ich nicht. Ich hab aber wirklich jedes Bild von Ihnen gelikedet. Aber ich weiß es, ich weiß es. Lassen Sie sich doch nicht unterkriegen. Ja, weil ich... Weiß nicht, wenn Sie das nicht weiter verfolgen, weil... Sie hatten doch viele Fans. Fans? Scheißen Sie auf die Hater. Ja, aber die sind natürlich... Ja, aber dann lesen Sie doch stattdessen lieber alle positiven Kommentare. Ja, stimmt. Das ist alles Pissköpfe dann. Ja, da sagst du was. Aber Edith, du sagst doch gar nichts mit der meinten Gesang, ne? Wie meinst du? Du musst auch mal einen Kommentar schreiben. Ach so, Kommentar. Ja. Ich hab, glaube ich, auf eins deiner ersten kommentiert. Ja, danke. Ja, gern. Und immer schön geliked. Ja? Ja, so nämlich. Und man dachte, mach, ne? Das macht man ja nicht. Okay. Gut, Harain. Dann bedanke ich mich. Ja. Ich bedanke mich auch. Und rein in deine Olga. Wie heißt es denn? Regina, ich sag's nicht. Rein in die Begr... Regina. Hä? So ein schönes Aufhängiges Aufhängiges Aufhängen. Ja, man sieht sich, ne? Ja. Tschüss. Gute Fahrt. Tschüss. Tschüssi. Nicht so rasch anfahren, ne? Nein. Ich geh wieder nach hinten, Oma. Wunderbar. Da ist der schöne Automat in der Nähe, ne? Ich brauch gleich noch meine Kontonummer. Kann mir die nicht mehr. Die ist doch, äh, im Laden ist doch einer, oder? Ah ja. Ja, im Laden ist einer. Ist zu spät jetzt. Okay, ich beeile mich. Ähm, kannst du die Mutter aus... Okay. Ich bin so verpeilt. Entschuldigung. So. Ja, mit der Haarspange kann ich nicht schreiben. 5, 2, 4, 6, 9, 8, 2, 2. 5, 2. Oh Gott, jetzt fängt sie dann. 5, 2, 4, 6, 9, 8, 2, 2. Oh Gott. Oh Gott. Miete. Sorry. Okay. Dann schreibe ich das in Herr Weiß direkt mal. Was ist denn jetzt gewesen? Herr Weiß braucht noch meine Kontonummer zu überweisen. Vielleicht kriege ich ja wirklich das Geld. Achso, ich dachte, der hat schon übergewiesen. Nee, hat er nicht. Ich habe ja nachgeguckt, alter Lübner. Ja. So creepy. Ich habe doch... Oh, stimmt. Ich bin gerade noch unterwegs. Heute geht es Schlag auf Schlag. Schau, schau. Ich weiß nicht, ob wir richtig fahren. Aber wird schon klappen. Vertraue auf dein Instinkt. Ja. Sollte ich lieber nicht. Schlag auf Schlag. Ich wollte unbedingt mal wieder was mit Larry unternehmen. Aber diese doofe Besprechung. Ach, SMS fertig, Entschuldigung. Das ist immer meine große Aufmerksamkeit. Ich habe die ganzen Buchstaben gefunden. Aber auf der Handy-Tastatur, das dauert immer ein bisschen. Ja, fühle ich. Fühle ich. Bei mir ist es so, wenn Lichter blenden. Zum Beispiel der Bildschirm hat. Ich habe den deswegen auch ein bisschen dunkler. Wenn Lichter so blenden, dann habe ich Probleme, was zu sehen. Dann muss ich die Augen immer ganz doll zusammenkneiden. Boah, das kenne ich. Ja, deswegen hältst du wahrscheinlich auch die Hand hoch zum Fenster. Dass man da, dass kein Licht durchgeht. Ja, sonst kann ich hier gerade nichts sehen auf dem Handy. Ja, hm. Stich. Ja. Aber Gott kann auch nichts dafür. Also, musst du nicht beleidigen. Hä? Ah, ja, das Zimmer, wenn ich den Arm hoch mache. Ich habe da irgendeine Knochenfehlstellung. Das ist immer der Finger, der rausguckt. Warte, ich beeinflusse mit der SMS. Und dann kann ich den Arm wieder runter. Gut. Eine Knochenfehlstellung, okay. Ja, manche haben hier eine Kopfkistellung. Ja, ich zum Beispiel. Ich würde gerade sagen, das sind die Trottel hier auf der Welt. Oh, na gut, dann ich nicht. Nee. 52, 46, 98, 22, 22, 22, 22. Kann das aber auch. Das ist so furchtbar bei mir, ne? Ja, so free. Melodie, ich habe keine Ahnung, er meinte zu mir, dass er war... Wunderbar, er hat bloß das Denkrad mit beiden Beinen fest. Mit beiden Händen fest. Was wäre jetzt für lustig gewesen, wenn ich in der Polizeikontrolle wäre und ich die Mittelfinger aufgehalten hätte, ne? Oder wir alle drei. Bisschen belastet? Ja, schwierig, schwierig. Hat jemand von euch Hunger? Oh, Ava. Hallo, Ava. Wir fahren jetzt ins MD, okay, wir sind gerade auf dem Osthighway, auf dem Weg zu U-Tool. U-U-Tool, da gibt es ja auch so Pfadenzeug, also so Pfaden und andere Kaufutensilien. Ja doch, Autos kommen linken mit dem Pfeil, das macht natürlich gar nichts. Ja, richtig, aber Ariane braucht noch eine Pfanne, die will, glaube ich, irgendjemand damit erschlagen oder so. Ja, klein. Ja, klein. East. East Highway. Und das Doppeldate immer. Highway. Nicht Howdy-Way. Ähm. Ich hab mit Liam schon, äh, geredet gehabt, aber der hat gemeint, der ist zur Zeit out, out of Pfanne. Sozusagen. Aber Larry soll sich auch wieder Zeit für dich nehmen und das Doppeldate, das brauchen wir auch mal wieder drehen. Das ist jetzt hier links. Ja, er hat keine Pfaden mehr. Mal schauen. Ja, oder? Das ist hier links, ja, richtig. Ah, okay. Gut, dann, äh, rechts. Genau, hat sich Liam schon, hat sich Liam schon mit, äh, bei Philipp gemeldet. Mal schauen. Er hat wirklich viel Verantwortung. Hier gibt es die, die, die Navigationskarte. Ach gut, ja, kommt, trifft, trifft, trifft sich Philipp heute auch, äh, mit, mit ihm. Ja, der kann doch schon, der kann doch schon, der kann doch schon Papp kommen später. Ich hab das jetzt mal mit dem Herrn Weiß, nicht, äh, das denken mir schon alle, ich hasse Melodie. Ach schon. Ich hab das mit dem Herrn Weiß jetzt mal nicht gesagt, dass er da irgendwie mit Skinner, so regulär will ich sowas schreiben, aber die Melodie sagt wirklich alles immer Skinner. Ich muss den da nochmal an, mal gucken. Und deswegen, äh, hab ich das jetzt mal nicht gesagt, äh, ja, äh, schade, ich freu mich auch später. Liebe Grüße an Philipp. Das kenne ich bei Brian auch eh nicht. Habe ich immer noch, was Brian macht? Okay, perfekt, äh, ein bisschen dann gleich auf dem Weg. Brian muss ja, ist ja so richtig so voll drin, ne? Pass. Ah, sag ihm, ich hab ihn auch lieb, ich vermisse ihn natürlich auch sehr stark. Und, ähm, wir sehen uns dann später, genau. Gut, bis dann. Dankeschön. Das ist jetzt aber Kindergarten. Oh nein. Oh, das ist ja Saki, ich freu mich auch. Oh, Mann! Scheiße! Hä, was denn? Geht schon wieder nicht. Also hier ist schon wieder zu, der Laden. Das ist ja scheiße. Hallo! Äh, hallo! Mann! Hey! Hallo! Geht's hier rein? Wir können ja mal gucken, ob ich auf geht. Wir müssen ja dagegen hauen. Nee, oh Gott, nee, lieber nicht. Wo ist denn hier nicht klingeln? Warte mal, ich ruf die mal an. Oh, warte, jemand hat mich versucht anzu... Vergehen? Was? Warte mal. Mach ruhig auch mal. Ja, hier bist du mit dem Arbeiten. Oh! Was ist denn los mit dem? Er wollte gerade meine Kontonummer. Ruf ihn mal an und schau auf dein Konto. Vielleicht hatte er es dir schon überwiesen. Hallo, hier ist die Edith. Und zwar... Wir bräuchten eine Pfanne. Perfekt, gut. Bis gleich, danke. Der kommt gleich. Oh, voll cool, Mann. Und macht uns auf. Ja, danke schön. Extra für uns. Ja, das ist aber lieb. Ja! Danke, Oma. Ja, gern. Ja, dann Oma. Verdienst du den gut beim Ellis? Ja, doch. Ganz gut. Wenn ich mal arbeite, dann verdiene ich gut. Ja, aber reicht doch dann bitte einmal in der Woche. Und wenn du dann trotzdem gut verdienst, ist das schön. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Ja, mal gucken, du. Ähm. Äh. Irgendwie, Opa ist zurzeit immer schon im Stress und da muss ich auch mal schauen, ob ich ihm da irgendwie... Ich hab ihm eigentlich gemeint, ja, also eigentlich zu ihm gesagt, dass ich ihn auch unterstützen kann. Ja. Mal gucken, ob er da nochmal was sagt zu. Aber der war zum Beispiel gestern so fertig irgendwie von der Arbeit, glaube ich. Der hat es gar nicht richtig auf die Reihe bekommen, mich zu trösten, weil ich war ja so fertig von dem Ganzen mit Ava. Irgendwie hat der... Das war ganz komisch. Oh, Fergus, ich muss kurz rangehen. Entschuldigung, Moment. Alles gut. Ja. Fee, ist es wieder soweit? Natürlich. Weiter. Ah ja, ich hab das. Weiter. Picksal mir gerade in den Po. Nein, nicht in den Po. Drück dich nach unten. Ariane, doch nicht in der Öffentlichkeit. Los, Schlampe, weiter. Los, du kannst noch mehr. Ja, tschüri. Los. Das war doch nicht alles. Oh mein Gott, du kannst wirklich viel davon. Na, deswegen siehst du auch so aus. Warum hast du eigentlich immer so einen Blaze an? Du hast doch voll die gute Figur. Deswegen. Oh. Deswegen hab ich einen Blaze-Rand. Ich mach voll die gute Figur. Moin. Guten Abend. Dürfen wir jetzt rein? Komm ich nicht. Danke. Okay. Jo, bis dann. Ciao. Vielen Sachen, die es hier gibt, krass. Ja, wirklich. So, eine Pfanne. Ja. Wem darf ich die geben? Mir. Sie. Können Sie das tragen? Oh, ich müsste sowas noch mal, wie teuer wäre denn die Pfanne? 159 Dollar. 159, ist die ein Automat in der Nähe? Ich glaube, hier ist noch einer, ne? Sie ist gleich meine Tankstelle, da ist ein Automat. An der Straße runter. Okay, dann müsste ich noch mal vorher zum Automaten gehen. Alles klar. Okay. Ich glaube, es ist immer alles so teuer. Oh, dann können wir halt coole Sachen kaufen, ne? Oh. Hallo. Hallo. Wo ist die Tankstelle zur Hölle? Ich kann mein eigentliches Auto noch nicht fahren. Ich muss gleich Fee anrufen. Seine Nummer nicht. Warte mal. Ich muss mal jetzt ganz kurz Fee anrufen. Hallo? Hey Fee, hast du noch Geld dabei, das du mir vielleicht leihen kannst? Weil ich sehe keine Tankstelle. Ich habe genau zwei Dollar. Scheiße. Warte mal, ich weiß, wo die Tankstelle ist. Kann ich da hinlaufen? Ich zweifle sehr stark. Oh. Okay. Dann müssen wir kurz Oma Bescheid geben, ne? Mhm. Ich überlege gerade, wo diese Tankstelle ist. Warum ist denn hier kein Automat? Ist ja voll scheiße. Ja, es ist ein bisschen ungünstig, wirklich. Ja. Äh. Ja, irgendwo hier muss eine sein. Auf jeden Fall. Kannst du mal fragen, ob das links oder rechts die Straße runter ist? Ja. Oh, Oma, weißt du, wo hier die Tankstelle ist? Äh, ja. Ich glaube. In die Richtung müsste ich sein, glaube ich. Ja, da können wir kurz vorbeifahren, oder? Ja. Oh, hübsches Auto. Lexi, Lexi. Schau mal, ob es zu gesperrt ist. Was wäre was? Schade. Oma! Was denn? Also, Nimm bloß. Hast du es jetzt wirklich gemacht? Nein. Nein. Ich habe gesagt, man könnte schauen, ob es zugesperrt ist. Ah, okay. Wobei, ich glaube, fast, war das nicht auch in der anderen Richtung gewesen? Das ist auch mein Problem, Oma. Ich glaube, nach rechts. Ne, gucke mal. Wobei, doch nach rechts. Nach rechts war es, glaube ich. Das hat sich voll so angehört, als wenn die Tankstelle in der Nähe... Okay, warst du wohl doch... Was habe ich jetzt gesagt? Wupsi. Okay, ich meine... Ist der Motor aus? Ich muss... Ja. Böse Erinnerung. Boah, die Zeitstriefchen hier sind toll. Boah, das ist ganz schön sexy. War richtig schön, oder? Ich finde die ganz linke ganz süß. Was? Ja. Ja, doch. Ach so, krass. Pussycat, die Frau, die sich da so in die Brüste hält, ist auch voll süß. Ja, die ist auch süß. Willst du mal Pipi machen? Ah, ne, Oma, ist doch mal automatisch. Hau rein. Hab sie hinter mir picken gehört. Ja. Upsi. Arian. Ja? Geduld. Geduld ist eigentlich zugebend. Ja, ja, natürlich. Und wie fährt er sich so viel? Der schmiert so wenig. Also ich weiß nicht, irgendwas fällt mir. Das ist ja tatsächlich... Er ist wendig. Auf jeden Fall. Aber... Mir wurde gesagt, es wird leichtere Autos zum fahren. Also den Feefair, den kann ich glaube ich nur empfehlen. Den musste ich... Ich habe letztens mein Auto in die Werkstatt gebracht und dann habe ich von ACLS einen Ersatzwagen bekommen, weil ich das zwei Stunden musste, hinten der Scheiß Kleber... Oh, okay. Müsste ich warten. Ja, weil die ganze Szecke mir einfach gegen die Auto... gegen mein Auto fahren, während mein Auto da steht. Das ist beim Eddies zweimal passiert. Es waren sogar das eine Mal Polizisten gewesen. Wow! Ja, und ich beiß mir jetzt noch im Arsch, dass ich den nicht gefragt habe nach seiner Dienstnummer oder sowas, weil der hat mir nämlich zu wenig Geld dafür gegeben für die Reparatur. Sind hier Polizisten in der Nähe? Nee, glaube nicht. Oh, das ist illegal. Ich muss jetzt leider 112 anrufen. Ich kann mit dieser Sünde nicht leben. Was für 112? Was ist 112? Nein, nein. Nee, warte mal. 911, meinst du? 911, ja. Verdammt der Scheiß. 112? Entschuldigung, wo war Entschuldigung? Ich weiß nicht, manchmal hat mein Kopf schon einen Aussetzer. Das ist durchs Alter. Da wärst du mal die Telefonnummer durch die, ähm, durcheinander. Ich hab auch mal, statt dem Notruf zu wählen, hab ich auch mal Philipp anrufen. Wie passiert sowas öfters? Ja. So, hallo! Haben sie gefunden? Ja! Die Geldautomat hab ich gefunden. Dann geb ich ihnen ja mal die Pfanne. Ja. Damit wir die tragen können. Kann ich? Die ist sehr groß, ne? Wenn ich dir was abnehmen soll. Oh, oh, ja. Oma, kannst du vielleicht mal, ähm, zwei Hände hab ich sozusagen frei. Dankeschön. Kannst du dir mal auch essen, wenn du magst? Oh, geil. Danke. Okay. Hat sie die Kasse leer? Tritteschön. Dankeschön. Ui, die ist aber nicht richtig groß, die Pfanne. Tritteschön. So. Das macht er so 159? Genau. Ich bin, leider hab ich nicht so viel Kettchen gemacht. Mach ich mal 160. Ah, vielen Dank. Dankeschön. Ich wünsche viel Spaß beim Kochen und einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Dankeschön fürs Aufmachen. Gerne, gerne. Ich hätte noch eine Frage. Schöne, gerne. Ähm, was bieten sie denn sonst noch für Sachen an, abgesehen von Kochutensilien? Gibt's da auch andere Sachen noch groß? Ja, wir haben, äh, für den Gartenbedarf, haben wir Blumenpapfe, Jünger, haben wir noch kleine Schaufel, Besen, äh, Lappen, ähm, und Werkfolge. Und im Notfall, äh, Kfz, Verbandskasten. Ah, okay. So, ähm, so Handschuhe, wie man in dem Krankenhaus hat, haben sie dann auch nicht, oder? Hey, Fee. Ja. Hm? Lass dich bitte nicht von der Polizei anhalten, denn mein Verbandskasten ist wahrscheinlich nicht gelaufen. Ah, schade. Okay. Das ist ja nicht mein Problem. Das wird dein Problem sein. Ja. Deswegen wird es jetzt auch dein Problem, Fee. Hm, wegen dem Karten. Ja, ich würde, ich, okay, ich lass mich nicht anhalten, ich werde einfach von der Polizei fliegen, okay? Nein, 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 Fee, 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 Nein, bitte nicht fliegen, nicht fliegen, okay? Oh, es ist ein schöner Automat hier, oder? Was soll ich sonst machen, wenn die Polizei mich anhalten will? Nein, du sollst vernünftig fahren, damit die uns nicht anhalten, das wollte ich eigentlich Manchmal machen sie einfach so Kontrollen, weißt du doch. Scheiße. Ja, dann rufst du aber Herr Weiß an. Dann flirte, dann flirte bitte, ja? Natürlich, okay, das mache ich. Gut. So, gib mir ins MD jetzt. Ja. Bitte, danke. Wir fahren dich jetzt ganz schnell dahin. Ja, danke schön. Ganz, ganz schnell, genau. Philipp auch da? Ja. Oh. Weil ich muss Lieben noch anrufen. Mhm. Hätte nicht eine Pfanne. Wir haben auch Gärtnerei-Zeug, ne? Das ist so ein Topf und sowas und Dünger. Aber ich weiß nicht, inwiefern das, äh, ob ich da irgendwie eine Lizenz brauche, um Sachen anzubauen oder sowas. Wahrscheinlich schon, oder? Hm, kann ich mir gut vorstellen. Ja, hier ist ja, in dem Staat ist man sich ja nie sicher. Ich ruf mal kurz die im anderen Moment. Okay. Oh. Nee, ist besetzt. Scheiße. Okay, naja. Guck mal meine SMS. Ich hatte fast jeden Tag nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob ich die Nummer weitergeben. Das ist mein Einfluss. Ansonsten setz mich rein zur Not drauf an oder geh direkt ins LSPD, wenn die Besprechung vorbei ist. Wenn ich Herrn Weiß heute sehe, sag ich ihm auch nochmal Bescheid. Oh, das wird alles schwierig. Wenn er Weiß das nicht macht. Eieieiei. Oh Gott. Ich habe ein Waschbeer auf dem Rücksitz. Oh Gott. Mein Herz hat so Hups gemacht. Ja, hast du einen Anfall? Herzattacke? Hatte ich noch nicht. Bist du vor mir dran? Ah, Liam ruft zurück. Moment. Ja. Hallöchen, Liam. Richtig. Sag mal, Liam, wie lange bist du denn heute noch wahr? Stell dir vor. Keine Kontrolle. Ich hatte sie dann. Ach so. Vielleicht müsstest du das nicht machen. Du zehn Minuten Überlänge heute machen. Denn der gute Philipp hat seine erste Sicht im Addys mit mir zusammen. Und er hat es nicht gesagt. Aber er würde sich mit Sicherheit sehr freuen, wenn du vorbeikommen würdest. Ja, im Addys, genau. Ja. Da wurde er letztens. Genau, Addys Iris Papier. So. Jetzt nur, gib mir einfach meine Nummer oder ich schreibe mir eine E-Mail. Da habe ich geschrieben oder so, aber ob der da reinschaut. Weil ich will natürlich auch, dass er gelb ist. Also das ist erst seit Neuesten. Wie gesagt, das ist seine erste Schicht heute dann. Ab elf, genau. Vielleicht sind wir schon ein bisschen früher da. Das sagen wir Ihnen dann gleich. Ah, sehr schön. Perfekt. Hast du Poffi? Okay. Jo, bis dann. Tschüssigen. Ah, okay. Sehr gut. Mein Plan funktioniert bisher. Was ist der Plan? Oh, das schmeckt ja richtig lecker. Ja, lecker, oder? Das ist richtig gut. Was schmeckt nicht, oder? Philipp arbeitet auch im Addys Cool. Ja, da kriegt man so einen richtigen Schokorgasmus von. Ja, den Zuckergasmus. Ja, so sagt man das doch mit bei süßen Sachen. Das hängt mir ein bisschen an den Prothesen. Oh nein. Ja, die blöden, die blöden, bunten Krümmeln. Oh, ach, so. Okay. Du musst das nicht aussorgen. Ja, ich kann ja sprechen mit den Fingern, jetzt kriege ich rein. So. Ja, jetzt möchte ich noch eine Parkmöglichkeit finden. Ja, das ist immer so eine Sache. Hier rechts kannst du aufhaken, ne? Ja, easy going. Nech. Boah, das hautet echt lang. Man kann nicht einfach so wenden. Ja. Hast du doch trotzdem... Oh, das gäbe Auto! Was? Ein gäbes Auto. Ich muss es von vorne sehen. Ah! Es ist guten Tag! Hallo! Oh, es ist süß! Leidigung, ich habe komische Traumautos. Das ist okay. Gut, dann aufsumir den Weg. Also, Philipp arbeitet auch in Alice. Ja, richtig, genau. Ich finde die voll cool. Ja, ich bin gespannt, wie das heute wird. Ich muss ihn, glaube ich, ein bisschen einweisen, hat Fergus vorhin gesagt. Oh, da kannst du ihn vielleicht ein bisschen veräppeln. Ich wette, das machst du. Du wirst dir das nicht nehmen lassen. Ja, mal gucken, wie wir das sehen. Ja? Haben wir so völlig dieselbe Hose an? Ich glaube schon, so die glänzenden Leggings aus dem Binko. Okay, ne, meine ist matt. Ah, okay. Ich mache einen tollen Po. Das ist ja wichtig. Ja, aber wichtig, nicht ausstopfen, ne? Die Höschen, immer nicht ausstopfen, weil das bemerken die Männer recht schnell. Wirklich? Auf die Männer, das bemerkt mir doch egal, Hauptsache ich bin geil, also. Ah, vielleicht hat man damit ja auch so einen Betonarsch. Hm, war geil. So einen Harten, ne, so einen Harten ist doch nicht schön. So, ähm. Ah, da ist, oh. Jetzt bin ich verwirrt. Wollen wir hinterher? Wann auch? Ja. Dann wünsche ich gute Besserung und ich sage bis morgen. Danke sehr, bis morgen. Gut, schönen Abend, ihr Herrscher. Danke, gleichfalls. Falsch. Oh. Na, ich... Du bist ja ganz schön fertig, Entschuldigung. Nee. Kein Problem. Ab. Der Stutt hat gesagt, kein Problem für dich. Na, weil Ariane hat sich doch entschuldigt und ich glaube, sie meinte, weil ich halt versucht hatte, was zu sagen, deswegen kein Problem. Ach so. Ja, genau. Ach so, ich dachte, weil ich sie fertig ausschiebe. Nein, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Oh mein Gott, ich habe keine Probleme. Ich habe so viel gefehlt. Da dachte ich gut, ui, die. Nein. Das ist wieder so weit. Selbst wenn das wäre auch kein Problem, wir kriegen alles wieder hin. Das stimmt. Nee, also mir geht es einigermaßen wieder besser. Moment, Kutsch. Ja. Aber es tut halt noch sehr, sehr arg weh. Ja. Aber wie soll man sich halt fühlen, wenn man vom brennenden, explodierenden LKW überrannt wurde? Mein Gott, du hattest aber Glück im Unglück, oder? Ja. Ich hatte einen Schutzengel. Ich glaube, du hättest ja verrecken können, so richtig, ne? Boah, Fee! Fee! Was denn? Nicht hier, bitte! Okay, Entschuldigung. Aber ich... Ihr geht ja... Aber du hast schon recht. Das hätte echt passieren können, also... Es hätte auch echt schlimm ausgehen können. Und ich bin froh, dass ich nur Brandverletzungen habe, die Gott sei Dank schnell behandelt worden sind, dass ich auch davon keine Narben habe. Oh ja, das wäre nicht meine nächste Frage gewesen, obwohl es so unhöflich ist. Immer schön eincremen, ne? Mhm. Und das Tattoo wurde nicht beschädigt. Alles lief gut eigentlich. Ja. Am schlimmsten wurde eigentlich wirklich der linke Arm getroffen. Also der hat die schlimmsten Verbrennungen. Ja. Ja, aber an... Also ich kann mich auch wirklich eigentlich an nichts erinnern, nur an das, was mir erzählt worden ist und halt in so ein paar Fetzen, wo ich anscheinend wieder ein bisschen zu Bewusstsein gekommen bin, aber dann wieder weg war. So ein bisschen... Also man hat schon ein bisschen Respekt, wenn da plötzlich vier Feuerwehrmänner um einen sind. Oh mein Gott. Hm. Vier Feuerwehrmänner? Ja, da waren... Also vielleicht waren es auch nur zwei, aber in meinem Kopf sind es vier. Waren die wenigstens heiß? Vier. Die hatten Mützen auf. Ich hab so ihre Gesichter nicht wirklich erkannt. Ja, schade. Ja. Und jetzt mal total random. Hier arbeitet jemand SD, der original so aussieht wie mein Freund. Eins zu eins. Was? Ich hab mich jetzt so erschrocken und dann ist da auch noch so ein Volllieber, der hat der Frau, ähm, Ilse Schneider-Gaga. Oh ja, die Ilse. Genau, aber der Helmut wurde ja niedergebracht. Das ist jetzt die andere alte Frau. Genau. Das ist quasi die Freundin von Helmut. Elba, du bist genau wie ich. Ich kann die beiden auch irgendwie nicht auseinanderhalten. Also Ilse und Epi-Gayle heißt die andere noch nicht. Ja, die Frau Chomsky. Ach so, ja genau, ja genau, der Philip macht so perfekt nach. Genau so hört die sich an. Kennst du doch auch, Elba. Die arbeitet auch am Elis. Ne, 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 die Arbeit, ähm, Elis arbeitet nur, die Oma. Ja, ja, nein, aber ich meinte, dass die da immer beim Elis ist. Ja, ja, die ist da oft. Also sie arbeitet bei Dreck und Weg und tut es bei Pd. Und bei Weezing News arbeitet sie auch, genau. Ich dachte immer, das wäre die Chefin von Weezing News. Deswegen hat mich das am Anfang so irritiert. Ich habe gar keine Ahnung, wer da die Chefin ist oder ob da überhaupt wer da der Chef so ist. Weißt du, es gibt Tage, an denen ich denke, dass die alle gleich aussehen. Deswegen kann ich mir die nicht so gut merken, außer ich habe öfter was mit denen zu tun. Ja, das habe ich aber auch. Ich glaube, das ist ganz normal, das hat jeder. Du kannst ja so viele Leute kennen. Ich habe sogar jemanden kennengelernt, der genauso aussieht wie Frau Collins. Es wird irgendwie unheimlich, Ariane. Du hast eine Kopie von Herr Skinner, wo es jemand gefunden hat, der aussieht wie Frau Collins. Aber, Philipp, kennst du die Frau Collins? Ja, schon zwei, drei Mal geredet, aber nicht sehr. Wenn ich dir die Nina Hüttenberger vorstellen würde, ich schwöre dir, du würdest denken, das ist Frau Collins, auch von der Stimme und der Art her. Echt? Aber ich habe die beide nebeneinander gesehen, es ist nicht ein und dieselbe Person. Das ist wirklich ein bisschen... Wenn ich nochmal kurz sternen dürfte. Ja. Wir sprachen vorhin über Odeas. Ja. Wenn ich vorstellen darf, Herr Klipsch, Sieh von Odeas. Schön genannt. Dann habe ich meine Aufgabe getan. Danke. Tschüss. Sollen wir da einmal kurz auf Seite gehen? Ja, welche Seite wollen wir nehmen? Die rechte? Ja, die. Das ist immer die gute. Wovon ist der? Von Odeas. Was ist denn Odeas? Odeas, ist Odeas nicht ein Kleider da? Nee, warte mal. Ist auch alles okay, Eva. Du musst jetzt nicht noch, du bist ja eh schon zufriedig. War alles gut. Die Ärzte meinte, ich soll ein bisschen was machen, damit einfach die Haut ein bisschen elastisch wird. Ähm, aber es geht wieder. Ah, sie sind zuständig für Gesundheit, Medizinprodukte und sowas. Weil Philipp wollte, glaube ich, so Handschuhe zum Tätowieren. Ah! Ja, das stimmt. Das muss ja alles steril sein, da. Mhm. Guck mal, da ist meine Lebensretterin. Hallo, Frau Lebensretterin. Oh! Das ist ja süß. Hi! Na? Ich habe es heute absolut nicht mehr geschafft. Es tut mir so leid. Nicht schlimm, ich bin auch gerade erst aufgewacht. Also die Beruhigungsmittel und die Schmerzmittel haben wirklich sehr, sehr lang geworben, dass ich bis vorhin geschlafen habe. Oh, das freut mich, das freut mich wirklich. Mhm. Und die Oma hat auch deinen Tipp benutzt mit dem Lavendelkissen und das hat mich nochmal viel besser schlafen lassen. Das freut mich wirklich. Das freut mich wirklich. Und danke nochmal für gestern. Also... Ja, wirklich absolut nicht für. Das tun wir gerne. Das ist unser Job und wir helfen, wo wir können. Ja, durch dich werde ich keine Narben haben. Ja, wir geben unser Bestes. Also bei Brandverletzungen habe ich hier auch keine Narben davor getragen. Also wirklich 10 von 10 Punkten, dann würde ich wieder machen. Also eigentlich nicht, aber... Nein, das hattest du nicht. Jetzt, jetzt, jetzt fange ich an rutsen. Ja. Okay, dann halten wir dich nicht länger auf. Ja, ich muss auch mal zur Untersuchung. Was hast du gemacht? Ich habe einen auf die Nase gekriegt. Alles gut. Aber nicht von Joy, oder? Ach, um Gottes Willen, nein, nein. Hoffentlich hat sie dann zurückgeschlagen. Ah, nee, sowas mache ich nicht. Nein, nicht du, aber vielleicht... Also, vielleicht hat Joy sich ja für dich gewährt. Er hätte sie getan, bestimmt. Aber nein, das war ganz auszusehen. Alles klar. Dann werde ich mal in Behandlung gehen. Ja. Wir sehen uns dann ja morgen zum nächsten Nachbehandlung. Genau, das letzte Mal, hoffentlich. Genau, das sehen wir dann morgen. Alles klar, dann dir noch einen schönen Abend, du gute Besserung. Und euch auch, wir auch. Ja, auch Ihnen schönen Abend. Danke. Na, Popcorn. Popcorn? Hm, Pop... Nein. Ah. Ja, dann. Du alter Laubob. Willst du Popcorn? Wollt ihr Popcorn? Nee, alles gut. Nee, danke. Nee, nee. Eva, du siehst schon wieder aus wie Eisprinzessin. Und das sieht sehr gut aus, was du anlässt, obwohl es dir nicht gut geht. Entschuldigung, aber ich muss das einfach sagen. Danke sehr, aber du siehst auch gut aus, Schnüppelchen. Na, hab sie ein bisschen vermisst. Wir haben uns ja ziemlich, ziemlich lange nicht mehr gesehen. Ja, das stimmt. Und dann ausgerechnet jetzt, wo ich auch so sehe wie eine halbe Hu, ja? Naja, ich soll Spannes wieder sehen. Ja, ich wollte eigentlich ein langes Shirt anziehen, aber Philipp meinte, dass das nicht so gut wäre, wenn die mich eh verbinden müssen. Vor allem, wenn du dann anfängst, damit zu schwitzen, dann juckt es ja unter den Verbänden, oder? Ja, das stimmt auch. Aber die Creme kühlt zum Glück. Aber es ist trotzdem sehr unangenehm, so mit den Verbänden rumzulaufen. Das glaube ich dir. Ja, nicht so. Jeder will dann wissen, was los ist, was hast du gemacht. Und dann musst du das gleich immer wieder erzählen. Ja, aber ich finde, das ist so schlimm, dass du noch nicht mal wirklich erzählen kannst, was passiert ist, weil du selber das alles nur weißt, weil es dir jemand erzählt hat. Ja, das ist wirklich komisch. Das ist so gruselig, genauso wie, das kann man gar nicht mit vergleichen, aber wenn man sehr, 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 sehr viel getrunken hat, und man hat einen Film, Chris, und am nächsten Tag sieht man Fotos von der Party und denkt sich einfach nur, das kann doch gar nicht sein, da ist so ähnlich auch in meinen Körper geschlüpft, und da habe ich mit der Hand geprüftet. Ja, das war ich gar nicht. Ja, genau. Mhm. Auch super seltsam. Ja, und was habt ihr jetzt heute schon den ganzen Tag so gemacht? Ein 150.000 Dollar Auto gefahren. Ja. Was? Wo habt ihr das Auto her? Aus dem Vanilla Unicorn für Autos. Diamond Cars. Habt ihr eine Probefahrt gemacht? Ja. Oh. Fee war voll mutig. Der hat auch eine Ausnahme gemacht, und dann standen wir da, und da hat er zu viel gesagt, das macht einmal 2.000 Dollar Kaution. Da mussten wir zusammenlegen. Oh, oh. Die habt ihr zurückbekommen, oder? Warte mal. Ja. Ja. Ich werde dauernd angerufen, aber ich habe ein bisschen Angst, ans Telefon zu gehen, weil irgendwie hat sich mein Unfall wie so ein Laubfeuer verbreitet. Oh. Haben sich wirklich viele Leute Sorgen gemacht. War denn jemand dabei, den du kennst? Ja. Oder haben die das nur den Pflege? Und du mein Arbeits... Nee, mein Arbeitskollege war da. Der hat auch anscheinend die Feuerwehr und das MD gerufen. Ja. Ähm. Also Gott sei Dank war da, weil sonst wüsste ich echt nicht, wie das ausgegangen wäre. Oh Gott. Stell dir vor, du wärst da wirklich ganz... Oh mein Gott, ich würde dir gar nicht vorstellen, Entschuldigung. Du hast wirklich, du hast wirklich eine Million Schutzengel gehabt. Mhm. Also wirklich. Also wirklich Glück und Unglück. Und ich bin auch froh, dass die mittlerweile so weit in der Medizin sind, ähm, dass ich einfach keine Namen davon trage, weil so Arme und Dekolleté und so ist ja so ein Bereich, was man eigentlich sehr häufig sieht, auch wenn man jetzt nicht so tief ausgeschnitten rumläuft oder so. Ja. Und dann wirst du halt immer sehr, sehr komisch angeguckt und behandelt, finde ich. Und das hätte dir wahrscheinlich auch dein psychisches Hirn von nicht mehr gut getan. Mhm. Die haben mir auch gestern gleich einen Psychologen an die Seite gestellt, aber... Mhm. Also das Einzige, was mir aus dem Gespräch hängen geblieben ist, war, dass es Dienstag ist. Mehr nicht. Oh mein Gott, so durcheinander warst du? Mhm. Scheiße. Also anscheinend hatte ich auch, ähm, wie heißt, wie haben die das genannt, ähm, also ich hatte sehr viel Druck im Hirn, also wegen dem Aufprall und sowas. Ja. Ähm, dass die da auch erstmal helfen mussten. Ähm. Lass mich grad gucken, ich wollte eben ein paar Mal... Ja, und dann wurden halt auch gleich die, ähm, die Verbrennungen verarztet. Scheiße. Mhm. Also wirklich volles Programm. Ich wollte dich fragen, ob der Psychologe helfen konnte, aber das ist ja ganz, ganz furchtbar. Wenn du, wenn du noch irgendwas davongetragen hast, dann kannst du ja bestimmt nochmal einen Termin machen, also nur falls das wirklich nötig ist. Ja, das hat er auch gemeint, dass wenn ich mich, also das, ich, also er meinte dadurch, dass ich gar keine Erinnerung zu dem Zeitpunkt habe, dass es sein kann, dass die halt irgendwann zurückkommen oder das Gehirn sie einfach auslöscht. Also dieses Trauma so versucht zu unterdrücken, dass ich mein Körper, ähm, heilen kann. Weil anscheinend, ähm, hatte ich auch viel stärkere Schmerzen, ähm, durch mein Hirn, durch dieses Trauma, was ich anscheinend erlitten hab. Wow. Ähm. Scheiße. Dass halt die Schmerzen viel schlimmer waren, als sie eigentlich gewesen wären, meinten die Ärzte noch zusätzlich, aber... Boah, das ist so gruselig, ey, wow. Mhm. Weil, das hast du bestimmt, ich meine, das ist doch so schnell gewesen, ach, du weißt es ja gar nicht, oh Mann. Nee, ich, also wirklich, ich kann mich wirklich an nichts erinnern, ich weiß nur noch, dass ich eigentlich bei meiner Firma angekommen bin, mit meinem Arbeitskollegen geredet hab, und, ähm, dann sind wir in die Firma gegangen, um uns einstempeln zu gehen, weil wir halt, ähm, für die Firma das Wasser aufbereiten wollten. Und als ich rauskam, wurde mir schwarz vor Augen und dann, als ich wach geworden bin, war halt so ein Ausschnitt, also so wirklich so ein Fetzen, wie als ob ich kurz so vier Feuerwehrmänner reden höre und dann, ähm, bin ich im MD aufgewacht. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass du dich nicht erinnern kannst. Ja. Ich komm aus dem Robot, ich sag grundsätzlich alles falsch und ist aber egal. Jeder, wie er will. Ich muss tatsächlich nicht, äh, das korrekteste Deutsch jetzt reden, ich rede einfach frei Schnauze, dann muss ich mich auch alles konzentrieren, kann einfach fließend sprechen. Was ist eigentlich mit Oma? Ich hoffe, da ist alles in Ordnung. Du schläfst gerade bei Oma, ne? Ja. Ja. Also, sie hat mich auch, also, sie, ähm, war diejenige, die auch ins Krankenhaus gekommen ist, weil irgendwie hatten die in der Akte die falsche Nummer von Philipp, also da hatten die eine falsche Zeit drin und stehen haben. Und dann haben die den nicht erreicht. Und dann kam Gott sei Dank Oma und hat mich dann auch mit nach Hause genommen und hat sich um mich gekümmert. Guten Abend. Guten Abend. Kann man euch denn weiterhelfen? Äh, wir warten nur auf jemanden. Was wollen? Danke sehr. Nimm's am besten dann da so Platz. Ah, okay, machen wir. Ja? Ja. Dankeschön. Ich gucke jetzt auch mal kurz auf mein Handy und schreibe noch eine Nachricht. Mhm. Schaut mal, ich habe Cheaps in meiner Jackentasche gefunden. Einfach Bescheid, wenn ich da helfen kann. Okay. Sie haben ja geschrieben, äh, kein Plan, lasst mich überraschen. Ich müsste mal ganz dringend auf die Toilette. Äh, bitte. Na, hau mal rein. Ja, ich weiß hier nicht, wo die Toiletten sind. Äh, wo sind denn die Schilde? Warte. Nee, da auch nicht. Kannst du einfach nachfragen an der Rezeption da vorne. Ja. Oh, ist das nicht John? Oh, sieht der cool aus heute. Wow. Hallöchen. Opa, du siehst so cool aus hier irgendwie. Ich sehe cool aus. Ja. Neh mal ein Kompliment an. Okay. Danke. Ja. Opa, weißt du, wo hier die Toiletten sind? Ja, du musst hier, wenn du hier die Tür durchgehst und dann rechts und dann gehst du nur gerade aus. Okay, ich behalte mich. Danke. Das ist ein Fahrstuhl. Wie nur geradeaus? Ähm. Wie gesagt, hier die Tür und dann rechts und dann einfach nur geradeaus. Ich, ähm, hab Angst. Oh mein Gott. Ich muss mir eh was zu snacken von unten holen, sonst werde ich... Ja, ich werde mich auch verlaufen. Westrooms. Oh, da stand es ja. Ja, stimmt, das kenne ich noch. Oh, welcher ist denn... So, bin sofort wieder da. Bis gleich. Ich lasse das Mikrofon mal an, ne? Ich gehe nur was zum Snacken holen, weil ich echt cool aus gerade hab. Jimmy. Jimmy. Ah. Und bin sofort wieder da. Und bin sofort wieder da. Oh. Oh. Vielen Dank. 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 Für dich tue ich alles. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. 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 Hallo, ihr beiden. Hallo. Na? Ich hatte hier letztens eine Kette anprobiert. So eine lange, schwarze Perlenkette. So eine ganz schöne mit zwei Reihen. Ich glaube, ich weiß welche. Schau mal, ja? Okay. Du gönnst dir, Rari. Feverst du mich gerade? Ich bin bestimmt so ärgervoll, mein Freund. Wenn du dir Ärger machst, ganz ehrlich, dann rufst du mich an und ich beseitige den Ärger. Okay. Nein, dem tut keine Fliege was. Den beschütze ich dann auch, wenn er mich anschreien sollte. Du bist eine erwachsene Frau. Du kannst selbst entscheiden, was du machst und so weiter. Fee, weißt du, was er letztens meinte? Nein. Ich bin so zum Automat gegangen, hab mich voll gefreut, weil da Geld drauf war. Und dann hat er gesagt, ob ich das mit illegalen Mitteln verwendet hätte. Da war ich voll traurig. Das hier ist bestimmt das gute Stück, was du meinst, ja? Ja. Oh, die ist so schön. Das ist die ohne den Anhänger, oder? Genau, das ist die ohne den Anhänger, wo das passende Armband dazu ist, ja? Ja. Und das waren 700 Dollar, richtig? Genau. Kann ich mit Karte bezahlen oder brauche ich das? Willst du den nochmal anprobieren, kurz? Natürlich, gerne. Oh! Ähm... Ähm... Fee, hast du noch meine Hand frei? Natürlich. Hast du vielleicht, ähm... Ja. Okay. Dankeschön. Ach, dankeschön. Dann hier einmal die Fette. Ja? Wo ist denn hier nochmal ein Spiegel? Ach, der war da vorne. Mal kurz mit. Ja. Sehen wir hier, äh... Genau. Hier kannst du das dann einmal anschauen, ja? Super, dankeschön. Bitteschön. Wow, das sieht so schön aus, einfach. Mit 700 liegt so richtig, das kostet die tatsächlich. Sind die auch sehr schön. Ich hab die in weiß auch tatsächlich draußen liegen. Mach das ganze Ausstieg einfach noch nicht. Sieht gerade zur Corsage, dann sieht das halt perfekt aus. Das stimmt. Moment. Möchtest du die haben, dann könntest du sie auch umbehalten, tatsächlich. Ja, ich müsste nur wahrscheinlich nochmal zum Automaten. Und dann kann ich das mit Karte zahlen. Das können wir mit Karte machen. Oh, super. Ja, dann lass ich das nochmal direkt an. Ich hol mal den Herrn. Ja, danke. Jetzt wird's spannend. Ich bin so aufgeregt. Was tue ich hier gerade? Oh Gott. Mein Geld für Geschmuck wegwerfen. Aber ich mag ja nicht gar keinen Geschmuck, aber ich liebe die Kette. Guten Abend. Guten Abend. Sie bezahlen die Perlenkette, ja? Genau. 100 Dollar. Einmal bitte die Karte durchziehen. Pin-Nummer mit grün bestätigen. Okay. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank für den Kauf und viel Spaß mit der Kette. Oh, der sieht wunderschön aus. Vielen Dank. Aber ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Jetzt muss ich mir nur noch eine rote Corsage holen. Da hab ich gerade richtig Lust drauf. So. Das ist rote. Die rot kariert, ne? Gibt's noch andere? Ne, ist so eine reinrote mit Spitze. Ah, ja, ja. Auf jeden Fall. Das könnte echt. Aus Spitze wollte ich tatsächlich gar nicht fehlen. Ich glaub, das wird doch die Karierte werden. Oder mal schauen. Vielleicht lasse ich auch einfach mein aktuelles Outfit an. Ich hab wieder Outfits, wo ich mir das passen würde. Bitte? Zur Corsage sieht diese Kette halt einfach perfekt aus, ne? Ja. Das ist wirklich eine Kette, die man dazu wunderbar tragen kann. Das stimmt. Dann vielen, vielen Dank. Sie haben heute noch jemanden sehr glücklich gemacht. Das hör ich gerne. Das haben Sie definitiv. Ja. Gut, dann bis nächstes Mal oder so, ja? Viel Spaß damit. Ja, hoffentlich. Dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss. Steht aber echt gut. Tschüss. 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 Na, danke, Fee. Tschüss. Muss ich schon wieder was bei dir? Tschüss. Tschüss. Jetzt muss ich schon wieder was bei dir ins Auto packen. Ich muss da einfach nach Hause. Nee, aber die rote Spitzencorsage, die ist mir einfach too much. Ich mag's nicht, wenn's baufrei ist. Und die sieht mir ein bisschen zu sehr nach Unterwäsche aus. Die sähe ich einfach bei mir nicht. Aber vielleicht... Ist ja die voll bei dir. Ja, nee, das ist... Nee. Okay. Oh Gott. Ich pack mal die Sachen. Kannst du die Pfanne ins Auto packen? Kann ich machen, ist ja nicht mein Auto... Wie peinlich einfach, dass du da entstanden bist und ich dir eine Pfanne geben musste. Aber sind die bestimmt gewohnt. Ja. Achso, ich hab noch Sachen in deinem Auto, oder? Das kann sein. Oh je. So, wohin? Erstmal zu mir nach Hause, dann kann ich die Sachen hochbringen. Sag mal, das Auto, das du fährst, im Vergleich zu dem Auto jetzt, weißt du wirklich, dass es als Fahranfänger einfacher ist mit diesem kleinen Auto? Du bist halt viel wendiger. Ich weiß nicht, also ich... Ich bin die jetzt... Beide nicht so... ...blieben. Ich würde stoppen, dass er einfach in der Stadt geht. Nicht richtig. Ein richtig. Oh Gott. Ich schreie, wie ich so rede, ne? Ich hoffe, dass der Herr Weiß wird überweisen. Ja, dann ruf dir mal an und sag Bescheid, damit er hinnehmt. Der wollte meine Kontonummer haben. Der hat mir tatsächlich auch eine Nachricht geschrieben. Okay. Ich werde zum... Oh, Moment, ich muss nur mal Philipp schreiben. Ah. Oh, sorry, ich werde dich mal zum Buch schlagen. Ich bin zu doof zum Schreiben am Runde. Kann ich dir was Gutes tun? Möchtest du... Bier darfst du gar nicht trinken jetzt, ne? Ich war... Ne, ich bin... Ich bin zufrieden mit allem. Alles gut. Warte mal, ich packe einfach die Sachen aus dem Auto hier in mein Auto. Da muss ich jetzt auch gar nicht nach oben gehen. Okay. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was Larry sagen wird. Er wird bestimmt hin und weg sein. Ja, und er wird wahrscheinlich wieder fragen, woher ich das Geld habe. Und dann müsste ich sagen, dass ich das Geld eigentlich gar nicht habe. Herz drauf holen. Dankeschön. Oh, ich nehme mal den Ketchup. Shampoo. So. Der Besen ist noch gut drin. Ja, super. Das ist das Wichtigste. Warte. Ach, Philipp hat noch geschrieben. Super. Sag mal. Ja? Ah ne, das sag ich lieber nicht. Das war schade. Das ist nett. Taktlos. Irgendwie sowas. Lass mir das. Doch, tu das. Solltest du irgendwann mal wieder Single sein, sag ich mir Scheiß. Singen? Mhm. Habe ich gerade gesungen? Bitte? Was, was meinst du? Stimmt, du wolltest mir Singen beibringen. Nein, nein, nein. Ich meine, wenn du Single bist. Ach so. Fee. Bist du lecker, sag ich ja. Jetzt höre ich ja ganz rot. Oh mein Gott. Ach so, du bist rot. Okay. Ja gut, ist auch okay. Wollen wir dann mal weiter? Äh, ja, lass uns weiter. Können wir zum Binkos fahren? Ja. Ne, warte. Fee? Gab es die rote Korsage beim Binkos? Ich habe eine bei Suburban gesehen. Oh ja, Suburban ist direkt hier unten. Ja. Willst du wieder fahren? Nein. Okay. Aber Fee? Ja. Du hast doch deswegen jetzt mein Freund nicht, oder? Was? Wegen dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe generell nicht verstanden, was du meinst. Na, alles gut. Alles gut. Hass. Ich habe deinen Freund nicht. Was? Nein. Ich meine, du hast doch jetzt meinen Freund nicht, wegen dem, was du gerade gesagt hast. Ach so, Hass, mit Hassen. Ja, mit Doppel-S. Oh Gott, um Gottes Wille, nein. Weil das ist schön. Ich meine, der muss sich echt glücklich schätzen, ganz ehrlich. Ja, kann der mal wirklich, oder? Alles sagen immer nur mir, ich soll mich glücklich schätzen. So habe ich immer das Gefühl, irgendwie, dass jeder sagt, oh, sie ist mit dem Sheriff. Oh, der Sheriff ist doch mit Ariane. Ja, nur weil der Sheriff ist so... So wie es halt ein Catch. Oh, ne, komm, das macht mich schon an, dass der Sheriff ist. Oh, die Farben sind geil. Ja, das stimmt. Der Hut sieht mir manchmal komisch aus. Ja, was? Oh mein Gott, Fee. Da wirst du ja eine PD-Uniform tragen. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Glaub mir, hättest du mich vor zwei Monaten kennengelernt, wäre das ganz schön gefährlich geworden. Weil du mich erschrocken hättest, oder was? Ja, wie man es dem fadelt. So, jetzt schaue ich mal, dass wir hier was Schönes haben. Wobei, ich mag das, was ich gerade an der Tür sitze, aber... Ich kann ja mal rumschauen. Genau, das gibt es an Rot. Genau, das meinte ich tatsächlich... Ne, das ist... Ne, ich meinte so eine hier, und ich glaube, die gab es in Binko. Hier gibt es die neuen zwei Farben. Achso, okay, ja gut, dann können wir ja noch mal so Binko. Aber das ist so weit weg. Ne. Doch, schon? Ich finde, das sind wir so weit. Haben wir wirklich nicht die gleichen Hosen? Meine ist Matsch. Ja, meine sind das stimmt schon. Warte, eine Nachricht. Hab ja... Hab ja noch eine Stunde, kommt ihr nicht vorbei. Wer denn? Der Philipp. Ich bin Eddie. Wir versuchen es. Sollen wir dich mit einpacken? Wir gehen shoppen. Oh, Moment. Moment. Brian will mir alle möglichen Jobs andrehen, die nur für mich sind. Ah, warte. Er meint es bestimmt nur gut und will dir helfen, zu deinem Traumauto zu kommen. Jetzt bin ich auch mit Ariane geworden. So. Okay. Sollen wir mal was Schönes für dich shoppen? Ich brauch gar nichts. Ein schönes Kleid vielleicht? Klar, das ist für mich. Alles, was bei uns ist halt irgendwie so. Guten Tag. Ich hoffe, ich kann dich trotzdem irgendwann mal in einem Kleid sehen. Ja, ich hab's mal anprobiert, aber irgendwie, weißt du, ich seh dann so brav aus. Ja, aber wenn man dich kennt, dann ist das doch eigentlich ganz cool. Man weiß, dass du nicht brav bist. Aber wenn du dann was Braves anhast, könnte auch ein Ziel sein. Ich weiß nicht, ist einfach nicht mein Style, würd ich sagen. Ah, okay. Wohin wollen wir? Äh, genau, Binko, es war das so. Ich kann's auf dem Navi markieren. Ich komm da auch alleine hin, alles gut. Und diesen Polizisten, also du hast gar kein Interesse an dem? Das Ding ist sehr verhältlich, so merkwürdig. Ich mein, das ist ein ganz netter, klar, easy going. Aber diese Aussage, dass er jetzt Single ist und sich an mich ran machen könnte, jetzt endlich wieder, so. Was hast du ihm denn geantwortet? Weiß ich gar nicht mehr. Ich hab, glaub ich, gesagt, ja, Bruder. Redest du wirklich so mit ihm? Wie bitte? Hast du wirklich gesagt, ja, Bruder? Ja, deshalb mach ich regelmäßig, ja, Brudi. Was ist denn, wer ist mit dem Polizisten, der so cool spricht wie du? Der war aber nicht so gut. Oh, was ist denn? Wie? Helmut! Hallo, ich will dir nicht lange auf den Sack gehen, nur ne kurze Frage. Hast du rein zufällig irgendwo mein Auto gesehen? Du weißt ja, was ich fahr, deswegen frage ich. Heute noch nicht, aber ich kann auf jeden Fall die Augen offen halten. I say. Okay, das wär super nett. Du kannst meinen Wagen immer fahren, Ariane. Frag du einfach. Okay. Ich hab die Augen offen. Okay, bis jetzt. Tschöööö. Herr Helmut hat sein Auto verloren. Weißt du, wie das aussieht? Ich verliere mal bitte schön sein Auto. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hab mich auch schon mal verloren. Dein Auto? Das war auch so klein. Ist das hier Herr Helmuths Auto? Nein. Nein, ich glaube nicht, oder? Das ist blau. Wer war denn nochmal Herr Helmut? Hm? Glatze? Ach, der mit den, äh, mit den Schulterimplantaten? Äh. Ja, der mit den Haaren auf den Schultern, der hat immer eine Glatzhose an. Okay, alles klar. So, jetzt bin ich aber mal richtig gespannt, wie das aussehen würde mit seiner roten Korsage. Oh Gott, weil ich sollte das alles nicht tun. Ich sollte es alles nicht tun. Dann tu's nicht. Aber ich kann nicht anders sehen. Einsicht ist der beste Weg zur Besserung. Oh nein, die haben ja hier gar nichts mehr. Oder bin ich jetzt vollkommen... Oh, warte. Ähm. Vielleicht da vorne? Mhm. Mhm. Gut. Ich weiß, dass die... Da. 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 Oh. Ja. Oh. Ah, nee. Oh, das ist aber too much, oder? Wobei, das sieht eigentlich ganz gut aus, aber wo... Hm. Gekachelte macht ein bisschen Augenkrebs. Aber ist nur ein eigener Geschmack, wenn es dir gefällt. Find ich auch... Nee, ich find das auch. Hatten die nicht gleich... Ich hab doch irgendwo so ein Tigerrot gesehen. Verdammt, wo war das denn? Tigerrot? So ein Rot... Oh, das ist halt auch too much mit so einem Tigermuster und dann Rot. Aber das ist halt auch viel zu viel. Ah. Hier haben sie es ja so, ne? Und dann war, glaub ich, der Rest einfach rot. Wobei, das find ich eigentlich auch ziemlich gut. Irgendwie schon, aber irgendwie auch, ähm... Ja, ich weiß nicht. Da bin ich so... Ja, das sendet so komische Signale. Ich find's auch sauschön. Was für komische Signale denn? Hm. Ja, so ich... Ich will Sexsignale. Und... Aber ich mein, Klamotten sind ja keine Aufforderung für Geschlechtsverkehr. Ich find da jetzt nicht, dass es irgendwelche Signale auszahlt. Da hast du tatsächlich recht. Und so sollte es auch eigentlich sein. Kann dir das sehen gut für mich? Hä? 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 Oh, das hast du versucht. Das hier? Ja, das find ich super, oder? Das wird dir super gut stellen. Findest du nicht? Ja, da haben die ein paar verschiedene, so. Das ist vielleicht dann in Schwarz, oder? Boah. Ich hab ein Schwarz-Rot, das ist so. Echt? Kommst du ab irgendwas... Nee, passt jetzt her? Keine Ahnung, hab ich das gekauft, doch ganz ehrlich. Ewigkeiten her. Ja... Ja, ich glaub, das sieht nicht gut aus. Na ja, schade. Es tut mir leid, dass du mit mir jetzt hierhin gefahren bist. Oh! Dieses Oberteil hier hab ich. Da passt die Kette leider nicht zu. Schade. Sag mal, wie findest du diese Jacke? Okay. Ist das so'n bisschen Rotkäppchen, wenn man die Mütze aufziehen würde? Es ist so lang. Ja, ich dachte vielleicht so, die Rotkäppchen im Wald, mit dem bösen Wolf und so. Ja, ich find den in Rot tatsächlich am schönsten. Schwarz ist aber auch ganz schick. Das Graue fand ich eigentlich auch schick. Grau auch, ja. Aber ich weiß nicht... Ich kann mir nicht vorstellen, wie die jetzt offen aussieht. Ich hab gar keinen Bock, die aufzumachen. Jetzt geht's nicht mal weiter. Ja. Ja. Ich hab da so'ne Jacke gekauft. Die hat so'n... auch ein paar... Die Schwarz mit so beigen Elementen. Und äh... Roten Schriftzug. War scheiße teuer. War 100 Dollar, aber... Wie viel? Wie viel? War 100 Dollar. Wow! Das ist aber ganz schön ordentlich. Na gut, ich hab aber auch nicht viele Klamotten dafür halt, welche ich auf jeden Fall jedes Mal tragen werde, ne? Okay. Okay. Guck mal. Das ist ja... Den hier hast du bestimmt, oder? Mh, ne. Bei mir ist das schlicht Spaß. Echt? Hab ich noch nie gesehen? Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie meine Bikini aussieht. Guck mal, ich glaub nur sowas oder... Die Kette sieht nicht zu allen gut aus, aber es ist okay. Ja, irgendwas... Die Kette passt so so... ...so... ...stylischer... ...stylischer... ...stitt. Oder sowas. Naja. Ich find das immer schön, weil das sieht ein bisschen aus wie Alice im Wunderland. Alice im Wunderland? Mhm. Das ist doch das Drogenmädchen gewesen, nicht? Drogen? Doch guck mal, in den Oberteil St. Melody immer hat man voll die geilen Titten... ...löpste. Entschuldigung. Warte. Die sehen von der Seite komisch aus. Echt? Ist das doch durchsichtig? Nein. Okay, das ist ja gut. Wollte mir das natürlich auch mal holen. Das hier mag ich, das ist nämlich durchsichtig. Ich weiß nicht, wie solche... Ich find das voll toll. Ich auch! Das ist hier... Das ist schwarz-weiße Harry. Das sind andere diese Oberteile sind so toll. Na, weil die so reingesteckt sind, kann man immer den Hintern sehen. Mhm. Naja. Ja. Dann... Dann bleibt's halt dabei. Schade. Ich hätte gern so ne rote Corsage gemacht. Vielleicht ja eines Tages, wenn du da mal dran sägst oder so. Ja, vielleicht. Aber wenn du's vergisst, dann war's wahrscheinlich nicht wichtig, ne? Hm, vielleicht... Weißt du, was ich schön find? Mich? Dich? Dich sowieso. Ich mag wirklich deine... Ich mag wirklich deine Haare und dass du so schön groß gerade bist. Dankeschön. Darf ich dich wenigstens einmal nur hier in dein Kleid sehen? Ich sag's auch keinem. Wenn du's hierbei denn sagst. Dann bin ich tot, ich weiß. Ja. Das Einzige an Sachen wie Kleider ist gut, dass die... Hm, warte mal. Ich glaube, ich muss meine Jacke ausziehen. Ja. So. Das Einzige Gute an den Kleidern ist, dass man meine Beine sieht und... Also, meine Unterschenkel sieht und dementsprechend mein Tattoo. Das war's aber auch wieder. Oh mein Gott, ich hab das Tattoo nie gesehen! Was? Dein Tattoo hab ich nie gesehen. Doch, hast du. Hab ich? Ja, als wir damals am Strand waren, im Norden. Ach, stimmt! Ja, klar! Oh ja, stimmt. Du hast ja... Bist du auf die Unterwäsche ausgezogen? Hm, 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 hm. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Boah, das stand dir aber auch richtig gut! Das ist eine schwarze Oberteil. Oh. Hm. Guck mal, das kenn ich doch. Ja, das hab ich auch. Glaube ich. Oh. Vielleicht ist es soweit. Oh! Oh, die testiert die Hose an! Aber egal! Oh, das ist... Oh, das ist... Ich finde, der steht hier voll gut. Aber du musst dich natürlich wohlfühlen und das muss dein Charakter ausführen. Boah, das finde ich super! Ja... Ja... Okay, okay. Findest du nicht? Ich hab mich... Wirklich mag Flugzeuge. Oh, oh! Oh, reicht! Willi, bist du von mir so der Shopper? Oh... Sag mal! Hast du das auch in der Boutique holt, was du anhast? Äh, das ist alles bis auf die Horse und die Schuhe sind vom Ponsenbiest. Hattest... Du hast... Du hast aber wirklich... Oder hattest viel Geld, oder? Was hast du denn damit gemacht? Ich weiß einfach, wie man spart. Ja, ich spare ja... Ähm... Und ich... Wie gesagt, ich... Ich hab halt die qualitativ hochwertigen Sachen geholt und jetzt hole ich mir halt nix mehr, weil... Reicht mir. Mag ich halt eh immer. Okay... Hm... Ich... Ich bin grad ein bisschen in Gedanken versunken. Was ist denn? Hä, was ist denn los? Wir sehen nix. Wir sehen nix. Was denn? Hä, was... Was ist los? Sieht keiner... Sieht keiner... Ich versteh nicht, was los ist hier im Chat. Äh... Ne, ich wusste grad nur über so'n komischen Traum nachdenken, den ich heute hatte. Was hast du geträumt? Erzähl mal. Oh je... Ähm... Gut, hör zu. Kannst du Träume deuten? Mit ganz vielen Interpretationen, ja. Wieso? Ich hab geträumt, ich hab meine Apartmenttür aufgemacht, ne? Und... Da war auf einmal mein Freund Larry, aber der war komplett nackig und der hatte Flügel am Po und die Flügel haben den so nach... Also der schwebte auch so und der Rest vom Körper war halt so unten, nur da wo die Flügel halt waren. Da war alles in der Luft und dann flog er da so wild rum. Was hat das zu bedeuten? Dass du seinen Arschungloblich geil findest. Oh ja, das find ich wirklich, aber... Ja siehst du? Was hat das zu bedeuten? Aber warum war er denn komplett nackt? Weil du ihn... geil findest. Wahrscheinlich sowas wie, ähm... Intimität. Dass du... die Person sehr nahe stellst, dass du sie so nackt sehen kannst, weißt du? Deswegen taucht sie nackt auf, weil sie dir sehr, sehr nahe stellt. Okay. Das hat man manchmal zum Beispiel auch bei Geschwistern. Waa! Was? Okay, ich war mit meinem Bruder auch immer baden. Ich kenn mich, aber das war ganz schön ekelhaft. Der hat immer... Der hat immer wenn der... Der war halt ein bisschen breiter. Oh Gott, Gott hab ihn selig. Er war halt ein bisschen breiter. Und immer wenn er in die Badegeweine gekommen ist, hat er so den Bauch ein bisschen angehebt und darunter hat es immer so ein bisschen gemüffelt. Und ich saß schon drin. Waa! Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, ja. Wir sollten wirklich, glaub ich, gehen. Äh, Schuhe vielleicht noch? Ja, ne, alles gut. Okay, dann gehen wir mal. Kann ich dir irgendwas holen? Soll ich dir irgendwas Gutes tun? Mich beim Herr Weiß gut drehen, damit ich direkt angenommen werde? Pfff. Ich trau mich gar nicht. Alles gut. Aber ich kann... Ich kann... Was? Nein, wenn ist das... Wer packt denn so Scheiße? Achso, sind wir gar nicht hier. Da ist mein Auto. Oh mein Gott. Hat der jetzt ja mein Auto? Womit war das mein Auto? Ist der... Hast du da was gesehen, Fee? Ja, nicht über mich. Ähm, Entschuldigung. Ich glaub, sie haben da grad mein Auto gestriffen. Äh, ich bin mir sicher, dass ich es nicht gestriffen habe. Ich hab den Bordstein gestriffen hier. Den Bordstein. Achso, ja gut. So sah das von unserer Perspektive wahrscheinlich einfach so aus. Ja. Also, ich bin an dem Bordstein hängen geblieben, tatsächlich. Mhm. An der Frontenschuss. Also, ich hab... Nichts... Also, also... Mein Auto sieht irgendwie schief aus. Ich bin mir nicht sicher. Seh ich da grad was falsch? Na, okay, gut. Aber... Aber die Seite ist doch reingedutscht und dann bin ich jetzt doof. So ein bisschen da vorne. Da. Hier. Ich vergleich das mal mit der anderen Seite. Okay. Mein Auto ist scheiße geformt. Sie haben mein Auto nicht gestriffen. Und ich weiß gar nicht, wie man das sonst nennt. Ja, wahrscheinlich haben wir uns einfach geguckt. Dann entschuldigen Sie uns für die Störung. Ja, Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Okay. Hey, Fee. Ja, bitte. Hm. Was hat man denn da gestreift? Aber wie ist denn die andere von gestriffen? Gestriffen. Weißt du, ich hab noch nie so Probleme gehabt, deswegen keine Ahnung. Wahrscheinlich gestriffen, ja. Gestreift wahrscheinlich. Aber gestreift hört sich voll doof an. Das ist genauso, wie wenn man sagt, es hat geschneit. Warum sagt man denn nicht, es hat geschnitten? Weißt du, weil geschnitten halt, dass man sich geschnitten hat. Nein, aber man kann doch genauso viel sagen, es hat geschneit. Man schneidet ja auch, verstehst du? Dann gibt es Schnee. Dann sagt man, es hat geschneit. Warum sagt man denn dann nicht, es hat geschnitten? Ich find das viel logischer. Deswegen sag ich, ich hab jetzt einfach weiterhin gestriffen. Ja, gestriffen ist ja auch richtig. Ja, aber ich glaub, das heißt gestreift. Irgendwie hat's das komisch. Aber ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, ne? Ich mein, äh, das ist nur meine Zweitsprache hier, also. Weiß ich sowieso nicht. Wohin fahren wir überhaupt? Lala, biblib. Danke, ich, du mich. Ja. Hast du denn endlich mal deinem Freund gesagt? Ne, ich glaub, du bist ja eh nicht ver... Also außerdem... Nein. Wieso? Hm. Weißt du, ich sag's immer mit den Augen. Das ist besser als jede Sprache. Wie machst du mit den Augen? Schließt du dann, oder was? Hm. Ich mach das manchmal, wenn er schläft. Dann guck ich ihn die ganze Zeit an. Und dann sagen meine Augen das. Okay. Hey. Hast du noch nicht mitbekommen? Äh. Das macht's natürlich einfacher. Wohin fahren wir denn jetzt? Weiß ich, was möchtest du machen? Wie froh haben wir denn? Ähm. Philipp hat komisch reagiert. Der meinte... Weißt du mal, jetzt soll wir dich einpacken? Wir gehen in den Shop. Äh. Nein, danke. Ich hab noch ein... ...meeting mit dem CEO von Discount Kitchen Supplies. Okay. Okay. Ich schrieb... Oh. Okay. Wenn er dir hat noch nichts zurückgeschrieben. Weil wer weiß, mal gucken, ob er das noch überweist. Ansonsten... Ah! Weil wer weiß, mal gucken, ob er das noch überweist. Sind wir in der Nähe von... Aha, aha. Ah. Bitte? Sind wir in der Nähe von PD. Und wenn ich wieder fahren soll, sag Bescheid wieder. Du kannst überfahren, sonst schließe ich dein Auto, also. Ja, aber ich war... Ich mein, du... Wie gesagt, finde ich, dass du mir die ganzen rumkutschieren musst. Ich muss ja auch selber, aber... Es macht mir sehr viel Spaß. Wirklich? Ja. Also nicht richtig gut. Ganz klar. Aber weißt du, Ariane? Mhm. Irgendwann machst du deine Phobie bekämpfen, weißt du? Ja, aber Fee, wenn ich jetzt wieder ins Auto steige, kommt ja eh wieder irgendeine Bescheidung. Die Polizeikontrolle, weißt du, ich geb zu, ich hab innerhalb von 10 Sekunden ein Stoppschild überfahren, bin in den Gegenverkehr und bin zu schnell gefahren. Aber das ist alles auf einmal beim Abbiegen passiert, weißt du? Das ist quasi wirklich nur beim Abbiegen. Das ist natürlich belastet... Nein, das mit dem Gegenverkehr, das ist ja voll gefährlich. Das ist ja extrem belastet. Ja, immerhin wurdest du noch hier geblitzt, Ariane. Ja, das ist was Gutes. Ja, siehst du? Oh Gott, stell dir vor, die stellen hier auch Blick zu oben. Boah, ich kann mich gar nicht orientieren hier. Ah, das ist das Gute. Wow, die haben Busse? Das wusste ich gar nicht. Was haben sie? Busse. Busse? Ja, da scheinen Polizeibusse. Ach so, lol. Hoffe... Gut. Weißt du, wir passen hier hin, ne? Ja. Das hab ich gar nicht gesehen, dieses Loch. Hä, was ist denn hier los? Da ist noch ein kleines... Wow... Du... So... Weiter noch bisschen vor. Uiuiui. Da muss ich mal sagen, nicht schlecht. So. Was für ein Spest... Der ist Specht. Achso, was ist diese Vogeldinger? Genau. Ein bisschen schief, aber passt schon. Ja, okay. So, wir gucken, ob oben knusst man Wurstplasti. Wie heißt der Nummer? Ich vergesse meinen Namen. Wurstkartell? Wurstkartell, genau. Sollen wir gucken, ob das auch was? Dann hole ich dir was. Oh, sehr gerne. Oh, Wurst. Komm, ob ich die schaffen will. Also ich, leider keine Wurst, aber immerhin Kartoffelsalat. Ah, okay. Bist du lecker? Ja, der ist fettig, aber lecker. Nachdem ich mich gerade sehr entleert habe auf Toilette, danke schön nochmal für die Bohnen. Ein Problem. Mach ich doch gerne. Weißt du, die Konsistenz, die war so. Sagen wir mal so, ich habe meinen ganzen Darm entleert. Und deswegen wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn ich da jetzt wieder Rass reinfülle. Wieso? So nimmst du schneller. Ja, aber ich habe... Okay, da hat man aber auch Essstörung. Okay, dann lassen wir das. Nein, nein, das wäre nicht gut, das wäre nicht gut. Versteht. Warte mal, eine Sekunde, ja? Hä? Lass mich raten, die Farbe. Ja, es ist nur die Farbe, aber ich weiß nicht, ob es dein Auto ist. Ich glaube nicht. So, was ist das? Ein Auto, ja, aber... Ach so, meinst du von deinem Freund da? Nein, nein, nicht von meinem Freund. Es ist so, ja, von Helmut. Ja, also deinem Freund da, ja, manche. Nee, ich glaube, das ist es nicht, oder? Nee. Die Farbe ist ein bisschen dunkler bei ihm, dies zu helfen. Aber so in etwa sieht das aus, so ein bisschen lang... ...und kantig. Cool. Hamer. Hast du was gelernt mit dem Rollener? Es geht aber nur manchmal. Oh, was ist das denn da vorne? Ein Suburban? Komm, wir gehen eine Wurst essen. Okay. Ich wollte mir gerade eine weiße Corsage holen, da hatte ich jetzt gerade davon überlegt. Das wäre auch ganz gut. Eine weiße Corsage, also eine reine weiße, gab's doch... Ach ne, doch, die gab's in deinem, was du an hast, oder? Ach so. Ähm... Mano! Warum haben die nicht mal einheitlich im Leben was, dass man weiß? Okay, da gibt's Corsagen, da gibt's das. Bei Porn sind Bies findest du Jugheads. Porn sind Bies. Hab ich das falsch ausgesprochen? Es hat sich so angehört, aber die Stimmung ist doch heute so erotisch zwischen uns beiden. Keine Ahnung. Hä? Hm? Hat der Freund nichts dagegen gehabt? Ach, ich weiß, muss er denn nicht wissen... Nein, Fih, machst du was nicht? Ich geh nicht freundlich. Nein, 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 nein. So meine ich ja nicht. Ich meine so dieses freundschaftliche Zwischeneinander. Weißt du, mein Freund weiß nicht mal, dass ich die bin. Ich ziehe aber auch keinen Grund, ihm das zu erzählen. Warum sollte ich... Wenn sich da irgendeine Situation ergibt, dann ja, aber... Ich muss sagen... Okay. Das war's. So... Warte, ich glaube, ich habe genug Geld gehabt. Moin! 25. Hallo! Hallo! Oh, was ist denn hier los? Ich muss noch mal ein bisschen Geld haben. Archie. Alter, was ist das denn da vorne? Ich gebe dir einen aus. Ich habe eh jetzt kein Geld mehr. Oha, dankeschön. Ach, wer ist denn hier von dir? Hä, was ist denn mit ihrem Gesicht? Hä? Ich muss hier raus! Hier ist ja eine ganz schöne Menge los. Das ist schön, aber ich weiß nicht, wenn irgendwas Kriminelles passiert. Was denn? Ja, da vorne ist Brian. Ach, tatsächlich! Ich glaube, ich frag ihn dann morgen oder so. Jetzt hat er offenbar noch zu tun. Ja. Mit einer hübschen Lombine. Ja. Ist der Polizist, die reden ja mit anderen Leuten. So! Ja, schließlich... Oh mein Gott! Das sieht ja ganz schön furchtbar aus hier. Oh mein Gott! Ja, ich hab ein bisschen Atemort gekriegt. Wuhu! Wie viel hast du bekommen, wenn ich fragen darf? Äh, ich hab nichts bekommen. Es ist ja etwas weggegangen. Da wusste ich grad kurz so... Ja, Korsage erstmal nicht. Dann gucken wir mal, ob oben, ob oben der KS ist. Ah, ja! Oh! Du möchtest Kartoffelsalat? Ja! Und was kann man so empfehlen? Jeden, was... Heute haben die... Heute haben die... Heute haben die... Heute haben die... Ja? Heute haben die... Heute haben die... Ja? Heute haben wir... Heute haben wir... So eine scharfe Currywurst, ne? Eine scharfe Currywurst, ne? Eine scharfe Currywurst, ja? Wurde ich gerne Pommes dazu? Ähm... Ja. Hm? Soll ich auch die Pommes, äh... Ketchup, Mayo, beides drauf? Nur Ketchup, bitte. Nun. Nur Ketchup. Ja? Ja, in manchen Fett. Oh. Worüber denkst du danach? Eine... E-Cola, wenn sie die haben. Äh... Jetzt über den Mettbruch. Ich dachte, vielleicht nehme ich doch ein Mettbrötchen und hol dir einen Kartoffelsalat. Komm sofort. Den Mettbruch. Ja, hab ich gerade gehört. Wie ist das Mettbrötchen im Sonderangebot? Hm. Der Mettbruch, ja. Dankeschön. Guten Abend, die Damen. Guten Abend. Moin. Hallo. Ähm... Was kann ich Ihnen... Ich bekomme einmal ein Mettbrötchen und für die Damen nehmen wir einmal einen Kartoffelsalat. Ja? Kriegen wir her. Sie schreien ganz schön rum. Mach ich nicht fertig. Wollen Sie noch was zu trinken dazu haben? Ähm... Ich... Äh... Haben Sie Sprank? Sprank direkt nicht, aber wir haben sieben Monate. Ah... Nicht an nichts. Alles gut. Ich höre mich auch nicht. Ja. Alles klar. Das heißt, kommt sofort. Okay, dankeschön. Ups, da wird meine Stimme knapp ein bisschen weiter. Ja, wenn man Hunger hat und essen möchte, dann... schon mal aufgeregt. Schon okay, es war nicht zu laut. Ah... Okay, Gott sei Dank. Es ist immer peinlich, sowas. Ups, jetzt habe ich Hunger auf was Süßes. Guck mal, da. Ja. Ja, ich sehe es gerade aus dem Augenwinkel. Ganz gefährlich. Wieso gefährlich? Es ist vor allem lecker. Ja, aber ich habe irgendwann meinen Cupcake geschenkt. Die waren so teuer. Oh Gott, ich werde angerufen. Ja, okay. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Eieiei. 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 Das ist mit. Eiei! Eieiei! Ja, natürlich! Sauken! Saufen! Richtig gut! Freifahrt hier am Freitag! Ach, die Wittchen. War schön, dich wieder gesehen zu haben! Ich muss generell mal gucken, ob ich meine hübsche Eisprinzessin dich nicht kaputt bin. Ich frage mich gerade so, ob am Freitag irgendwas generell passiert, aber ich muss... Kann ich morgen Bescheid sagen? Gut, machen wir das so. Okay, see you later, alligator. Für dich ganz vorsichtig. Hallo. Schalt kurz den SMS, sind sofort da für dich? Natürlich. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig gedrückt. Ja, schön mit den Emotes immer, ne? Ava hat sie noch geschrieben? Sie ist putzig. Sie ist so süß. Oh, Gott sei Dank lebt sie noch. Ja. Deine Eisprinzessin sagt mir immer Schneewittchen, ich finde das so schön. Sie ist ja auch schon süß. Ja. Kann so schnell gehen, Phil. Was? Vielen Dank. Unfälle. Böse Menschen. Oh, Moment. Ich müsste das nur kurz in den Rucksackern tun. In der heutigen Zeit kann das ganz schnell gehen. Weißt du? Ja. Wenn du Probleme hast oder generell denkst, dass du vielleicht sterben willst, musst du einfach mal die 455-104-325 anrufen. Deine Nummer? Vielen Dank. War das so offensichtlich? Was sollte das sonst in der Nummer jetzt sein? Keine Ahnung. Wie die? Ja, ich pass auf. Äh, 24? Du passt auch auf? Natürlich. Ich glaube, 25. Easy going. Hier kann eh nichts passieren. Alle um dich, alle um dich herum. Ich hab zu wappen. Also jedes Auto würde ja an hier abfallen, nicht umgekehrt. Alles klar, schön, Mann. Genau, genau. Dann einmal für Sie Ihr Mettbrötchen. Dankeschön. Dankeschön. Und Ihre Begleitung hier einmal die Kartoffelsalat. Oh, super, Dankeschön. Kartoffelsalat. So, bitteschön. Zahlen Sie Einzelnen zusammen. Ich, ich zahl's. Ich, ich zahl. Ich mache das. Äh, 14 Dollar. 14 Dollar. Okay. Leider im Moment ein bisschen aufpassen. Dankeschön. Dankeschön. Lass Sie sich das schmecken. Schönen Abendchen. Danke. Ebenso. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Komm, wir setzen uns einfach hier hin, will ich? Ja, okay. Oder stellen uns hier hin. Komm, da können wir alles beobachten. Das wird also dein zukünftiger Arbeitsplatz werden, was? Vielleicht. Ich find's so cool, Fee. Das Ding ist halt, boah, da hab ich aber wahrscheinlich weniger Zeit, irgendwas zu machen, so. Und was meinst du? Ja, überleben. Freunde treffen. Ja. Ich werd einfach ganz alleine sein, wenn es so weitergeht. Hm. Also, ich hab'n Freund, der arbeitet ja hier. Ähm. Der, der auf dich steht. Ich hab' keine Ahnung, was mit dem los ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, steckt echt viel Zeit herein, muss ich wirklich sagen. Aber, wenn ich sag, hey, lass mal was unternehmen, dann sagt ihr okay und ist halt raus aus der Arbeit. Oh. Welchen Rang hat der denn? Er wurde, äh, herabgestuft auf Officer 1. Er wurde herabgestuft? Ja. Aber nicht wegen der Sache da, oder? Mit dem Autoschein? Ne, das weiß Gott sei Dank noch keiner, außer du. Okay, ich sag nichts. Wegen der anderen Sache, die so passiert ist. Oh. Hat der, da hat der mir erzählt, dass der noch irgendwie ist. Was darf ich nicht erzählen? Lassen wir das. Oh Mann. Schade. Okay. Ähm. Naja, aber ich hab halt auch. Ja. Naja. Ich, ähm, aber auch ein paar Geheimnisse. Was hast du? Nichts Schlimmes. Ich darf zum Beispiel manchmal den Knöpfen von dem Auto drücken. Das ist halt das geilste, ne? Ja, ist so cool, oder? Ist so. Manchmal tue ich's auch einfach. Hast du schon mal das Megafront verwendet? Ja. Also ich durfte, ich hab's nicht verwendet, aber ich durfte auf die Knopf drücken. Hast du da was gesprochen, was durchgesprochen? Ich hab gesagt, LSPD, bitte halten sie sofort an. Oh mein Gott, der wäre sofort gekündigt worden. Sag das nicht zu laut. Sag ganz leise. Wir machen Rollenspiele, warte. Äh, ich bin Kopf und ich nehm dich fest. Oh! So hast du Melody und ich mal versucht. Ich wär PD 69. Und du? Ähm. PD 666. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Warte, lass mich noch mal kurz schauen. Ich schaue kurz. Melody hast du rein gesehen? Wir sind gerade. Wir sprechen wohl zu Ende, aber viele Leute, also viele Polizisten sind hier nicht. Der wollte sich nämlich heute mit Melody treffen. Na ja gut. Du sag mal. Ja? So fett pullern. Oh! Okay. Soll ich dir zeigen, wo die Toiletten sind? Ja bitte, bitte. Also ich weiß wo, aber ich weiß nicht, ob man da immer rein darf alleine so. Ich mach das einfach immer. Oh, ja gut. Hallo Frau Collins? Hey! Hey! Die echte. Ja, ich bin auch, ich frag mich immer zuerst so und muss dann erstmal genau hingucken. Hallo. Ich hab aber ein gutes Verhältnis zu meiner Schwester. Also ich glaube es ist meine Schwester, ich weiß es nicht. Das wär auf jeden Fall ein Ding. Ich baue grad so ne Bindung auf, mal gucken wo das hinführt. Ich glaube, dass wir in Zukunft auch sehr verwirrend werden. Wenn ihr euch beide gut versteht, macht ihr bestimmt Quatsch. Ja, ich, aber immer dran denken, ich hab das Arschkind. Aber das schönste Arschkind ist ganz interessant. So sieht's aus. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut. Für ihn musst du nur ganz dringend pinkeln. Dann wollte ich dir kurz zeigen, wo die Toiletten sind. Ach du Scheiße. Ja, dringend. Alles gut. Ne, ich wusste, darf man da alleine reingehen so normalerweise ohne Begleitung? Ja, das ist schon okay. Oh, super geil. Ja, alles gut. Ihr könnt... Kannst du ja hier nicht bleiben und ich kriege kurz. Oh, ich wollte jetzt nicht ins Gespräch reinplatzen. No, no, alles gut. Kannst du lassen. Wann findet die Party statt? An Freitagen. Am Freitag findet eine Party statt, oh ja. Am Freitag? Ja. Sehr dekadent. Ähm, ich bin tatsächlich noch... Also mit den Locations ist das ein bisschen schwierig. Ich muss auf den DOL warten. Ja. Aber wenn das klappt, dann ist der in Weingut. Ich würde nochmal später auf Venture posten. Hast du Lust zu kommen? Ja, sehr gerne. Okay, ähm... D-Jane. Ich brauche Catering, ich brauche Alkohol. Oh, das haben wir das zu zweit für in den Weiß gemacht. Das war auch ganz schön viel Arbeit. Auch mit der Einladung. Scheiße. Das war echt ein Akt. Ja. Aber hier, D-Jane. D-Jane. D-Jane? Oh ja, ich kenn eine D-Jane. Na? Vielleicht kannst du da connecten? Wen? Wen denn? Ähm, Melody Hill. Soll ich mal anrufen und fragen? Die sind guten? Ja, klar. Nicht, dass sie einen Stress nicht entwirft oder so. Ja, muss. Ne, ach, die freut sich bestimmt. Äh, gegenüber ganz vorne. So, ich frag sie mal fix. Ganz vorne am Stoppschild, weil ich es hab irgend... Alles gut, keinen Stress. Hi. Hi. Hey, Melody. Sag mal, was hast du am Freitag vor? Ja, ich hab gesehen, Kallelei hat das jetzt auch nicht geholt. Ähm, am Freitag ist hier wohl in Weingut eine richtig dicke, fette Party. Ich stehe hier gerade mit Frau Collins und wie heißen sie nochmal, wenn ich frage? Äh, David mein Name hat David. David, oh, Entschuldigung. Alles gut. Und ähm, er organisiert die, die Feier und äh, die suchen noch eine DJ. Oh, nee. Nein. Sorry. Hast du keine Zeit? Nee. Dicke, fette Party ist momentan nicht wirklich. Ich reich mir Samstags DJ gerade in Bahamas. Zwei Tage hintereinander bin ich tot. Okay, alles klar. Dann sag ich Bescheid, ja? Ja, es ist halt, es tut mir echt leid, aber deshalb bin ich echt tot, wenn ich zwei Tage hintereinander auflegen muss. Jetzt glaube ich hier. Ähm, ich muss gerade mal ein bisschen leiser reden. Ja, okay, dann ähm, dann sag ich Bescheid, ja? Ja. Aber ich dachte, ich rüff dich trotzdem mal an und rüff mal durch. Aber ich soll immer mit in die Gespräche. Nee, alles gut. Großer werde ich echt extremst tot sein. Ja, das kann ich verstehen. Okay, ich sag, ähm, ich stehe hier gerade in PD. Ich hab gerade, äh, der Herr Weiß wird mich heute mit in den Norden nehmen. Keine Ahnung, äh, ob das gleich noch passiert. Ähm, sag mir mal Bescheid, wenn Brian sich gemeldet hat, ja? Äh, ja, mach ich. Okay, bis dann. Alleen, so ein bisschen leiser. Bis dann. Ciao, ciao. Äh. Klingt nicht so gut, oder? Nee, klingt nicht so gut. Ah, scheißen. Oh, scheiß so. Weißt du, ein, den sollen über 50 Leuten kommen. Oh Gott. Und kannst du dir ein, kannst du dir ein Partner ohne Musik aufstellen? Nee, ich kenne aber noch einen DJ. Warte, 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 warte. Warte, bitte, bitte. Hast du gerade auch du scheißen gesagt? Ja. Du hörst dich halt ein bisschen wie mein Ex. Wem? Oh, Moment. Äh. Äh, ein Moment, ein Moment. Ich komme aus der Frankreich-Bärchen, das war ja nicht so gut. Ah, okay. Warte, ich weiß nicht, ob man den da raus hört. Doch, hört man heraus, hört sich auch sehr schön an. Warte, danke schön, freut mich sehr. Wie hieß denn jetzt dieser DJ, den wir da... Sag mal, Fee. Ja, bitte. Der DJ, der so gerne gespielt hatte da auf dem Geburtstag... Ne, auf dem Einwandstrior von Herrn Weiss. Weißt du noch, wie der hieß? Oh, keine Ahnung. Scheiße. Ich hab hier aber zwei DJs drin, ich frag einfach mal den Dom. Mhm. Auf der, auf der Party wird bestimmt gefilmt werden, oder? Das heißt, sie sollten bestimmt Musik spielen, die man auch so mit dem Handy dann abfilmen kann. Richtig? Richtig. Am besten Fall. Okay. Na, da geht auch keiner dran, aber... Den anderen DJ krieg ich raus, da hab ich nämlich ne Rechnung an den Herrn Weiss geschickt. Eine Sekunde? Du hast jetzt deine Connection? Noch nicht mehr. Äh, no, den, ähm, den Melody Elend kann ich nicht. Ah, was denn, was denn, was denn? Auf der Party von Walter Weiss war doch ein DJ, oder? Genau, den such ich gerade, ich guck halt in meinen Mails. Das kann ich, wie der hieß. Entschuldigung? Auto ummelden kostet jetzt was, denn. Das ist dann ein bisschen ungünstiger, oder? Und dann... Ach, das passt schon, wenn ich hier stehe. Und drei andere Mäsenheit ist niemals ungünstig. Ach. So. Das ist der Patrick Crowfield. Da hab ich jetzt die Konten-Nummer, jetzt guck ich nochmal, ob ich den hier einfach finde. Oh, der heißt Crowfield. Oh, naja. Ähm, hat keine Handynummer, dann guck ich nochmal in meinem Handy. Ansonsten, ich frag mal ganz kurz, die Melody, die müsste die Kontaktdaten noch haben. Du plantest es aber auch ganz schön kurzfristig, David. Ui, ich... Ganz ehrlich. Den Ideen ist mir erst an den Montagen eingefallen, jetzt hab ich den ganzen Scherzen auch gut. Wird er geplant? Wie? Nochmal? Ich hab nicht verstanden. Was wird denn geplant? Ähm, einen riesengroßen Park mit über 50 Leuten am besten. Ganz exklusiv. Dekalent. Haltige Ravioli. Wauwau. So einen schönen Ort in Weinfurt mit... Haltige Ravioli. Mit Pullen und... Was denn? Sag mal so. Den Schlüssel hat Mike. Und einen schönen Aussichten auf ganz das andere. Ja cool. Was ist denn der Anlass? Einfach so. Spaß. Ja, Spaß nahmen. Bischen den Leuten animieren. Weiß nicht. Du animierst Leute? So richtig am PC? So mit Partner. Ich unterhalte. Hobbymäßig. Um wieviel Uhr werden die Feier? Um 21 Uhr. 21 Uhr. Okay. Uhren. Mehrzahl. So, warte. Oh, ich hab die Nummer. Ah, super. Also, ähm, soll ich dir am besten mal die Nummer geben? Ich weiß ja, ob heute noch zu erreichen ist. Aber der war echt gut. Der war super motiviert. Ist im Teuren? Der hat tatsächlich beim Walter Weiß gar kein Geld genommen. Aber ich hab beim Weiß gesagt, er soll ihm halt, äh, ein dickes Trinkgeld. Genau. Weil er macht wenigstens besser. Daher war es mir auch noch nicht, dass Geld überwiesen hat. Hat er wahrscheinlich auch nicht gesehen. Ähm, nun, das ist die 5 5 5. Woher? 2 8 4. Den 2, den 8, den 4. Ja, die 7 2 2. 7 2 2. Und wie war der Name? Der heißt Patrick, äh, Scrofield. Ach. Was denn? Kennst du den? Ähm, Scronfield. Ich finde den Namen so interessant. Scronfield. Scronfield. Aber der war superlieb. Der hat auch die ganze Zeit vor der Feier noch gewartet. Er hat auch nicht übel gespielt, also aufgelegt. War nicht schlecht. Ihr müsst ihn ganz dringend sagen, dass, äh, da gefilmt wird und die Leute ja gerne ihre Videos auch hochladen würden. Mhm. Dass der da ein bisschen aufpasst wegen der Musik. Ja, ja, sowieso. Ja. Ähm. Weißt du, was cool wär, David? Was denn? Die werden ja alle besoffen sein, ne? Weil ich würde ja auch trinken wollen. Woher? Eigentlich wär das ganz cool, wenn man mit Downtown Cap spricht und die die Leute vielleicht in der Pauschale hin und her fahren. Oder nach Hause fahren. Oder hin fahren. Oder hin fahren. Ich bin auch kein Millionär. Willst du kostenlos, alle Leute? Ja, du kannst doch mit denen einfach ausmachen, dass die sich da hinstellen, die verdienen ja damit Geld. What? Eigentlich schon. Was heißt das? Die verdienen damit Unmengen an Geld, wenn die da zehnmal hin und her fahren. What? Den ist eigentlich ganz gut, die denn tatsächlich. Das ist mir... Kannst ja sagen, so, da ist so Party und könnte da vielleicht einen absetzen. Das ist noch nicht zu viel für eine einzige Person. Ich bin ja auch eine... Ich hab einen Kopf für fünf Personen, also. Jaaa. Aber wie gesagt, Pia hat sich auch angeboten zum Fahren. Sie ist tatsächlich unsere Stammfahrerin. Na, du brauchst halt ein großes Auto dafür. Ähm. Ein Bus wär nicht schlecht. Schönen Abend. Äh. Äh. Ich live mit deinem Führer schon, Ariane. Ich frage einfach nicht. Ich frage... Ich würde schon richtig sagen. Wahrscheinlich. Mein Gott, ich hab auch Hitzeballon, hab ich aber auch heute. Was? Kann man so sein, Collins, wirklich. Stimmt, ich hab nen Busführerschein, ich kann den Bus fahren. Ja, ich seh aber deinen Führerschein. Du hast deinen Busführerschein. Oh, Frau Collins, es ist so der Polizistin. Es gab einen Fehldruck. Es tut mir leid. Ähm. Ich kann Bus und LKW und alles fahren. Aber ich würde unbedingt noch zur Fahrschule gehen. Es tut mir leid. Ich wollte es schon sein. Ich würde das absolut nicht ausnutzen, natürlich. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich hab... Ich hab's überklebt. Mary hat es damals überklebt. Er hat es nicht überklebt. Doch, Mary hat es überklebt. Es ist ein bisschen mehr abgegangen. Ja. Hm? Soll er denn sein Spaß auch genau? Ich male nur kleine Hunde. Die ist ja richtig. Vielleicht... Ich male immer kleine Penisse. Guck. Das ist fast wie Hunde. Das... Mit Ader. Ähm... Vielleicht sollten wir das... Oh, nein. Ist die Besprechung denn schon vorbei heute? Dann sind wir zusammen. Ähm. Was denn? Wer sollte mir die ausnutzen? Kann man dir keinen Bus fahren? Kann man sich irgendwie einen Bus ausleihen, so einen kleinen? Ich kann wirklich... Ich kann auch nicht gar keinen Bus fahren. Ich kann auch nicht gar keinen Bus fahren. Ja stimmt, wir haben dich ja schon mal... Ja, nee, besser nicht. Ja, genau. Ja, ich... Seitdem bin ich auch übrigens fast gar kein Auto mehr gefahren. Ich hab's gefährt. Das wundert mich nicht. Ja, so schön. Ein Missgeschick. Ein kleines. Kann ja mal passieren. Aber, ey, das klingt doch cool. Dann würde ich sagen, ich geh mal weiter arbeiten, aber dann sehen wir uns am Freitag. Cool. Ja, dankeschön übrigens für die Einladung. Ja, gerne. Ich würde ich... Darf da vielen auch kommen? Ja, natürlich. Ich bin Arianna's Plus Eins dann. Ja. Es können so viele Leute wie den Wollen kommen. Oh, cool. Ich würde euch dann nur auf meine Listen setzen. Dann seid ihr privaten Gast von mir. Darf ich Wornen mitbringen? Was für ein Ding? Wornen. Was für Birnen? Wornen. Was ist das denn? Diese kleinen Dinge, die man isst und danach muss man zum Mond fliegen. Wornen. 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 Ich versteh wirklich nicht. Wornen. Gebackene Wornen. Baby Wornen. 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 Und die Quark ziehen. Wornen. Wornen. Wie. D. Entschuldigung. Und dir? Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ich bin gerade im Norden noch ein bisschen unterwegs. Oh, schade. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnten wir uns mal treffen und ganz spontan was unternehmen. Was hältst du davon? Oh, wir haben ja noch gar nicht so spät. Ja, sehr gerne. Das ist richtig, wenn du Lust hast. Ich weiß ja nicht, ob du noch was geplant hast und wie ich dir irgendwelche Pläne durchkreuze. Nee, ich muss noch mit Fee reden. Ähm, hast du am Freitag Zeit? Irgendwann spät? Am Freitag? Ja, sollte ich durchaus Zeit haben. Ja, hier ist jemand, der hat mich gerade auf seine total exklusiven Party eingeladen. Frau Collins ist auch da. Den habe ich gerade einen Fischer besorgt. Ah, okay. Und äh... Darf jemand mitnehmen? Beziehungsweise zwei Leute. Okay. Das finde ich aber dann toll, dass du an mich denkst. Ja, natürlich. Du bist mein Freund. Ach, Harry, das klingt so schön. Ja, und Harry? Ja, Harry? Ich habe vielleicht ein bisschen was Dummes gemacht. Was hast du denn Dummes gemacht? Äh, ich habe mir was gekauft. Eine Kette? Ja... Das Armband war kostenlos dabei. Da musste ich einfach zuschlagen. Was, ein Abo war auch dabei? Ein Armband, genau. Ach so, ein Armband. Ich habe verstanden, ein Abo. Nein, das wäre ganz schlimm bei mir, das weißt du doch. Ähm, ja, das stimmt. Ähm... Ja, okay. Also du hast dir jetzt deine heiß geliebte Kette gekauft, ja? Ja, weil Herr Weiß gesagt hat, er überweist mir das Geld heute. Hm? Wer überweist ihr das Geld? Der Herr Weiß hat gesagt, er überweist mir heute die 502 Dollar. Und das war für mich so quasi das Go, dass ich mir die Kette holen kann. Ähm, hat er schon überwiesen. Er hat danach nach meiner Kontin mal gefragt, aber natürlich ist noch nichts drauf. Nein? Mhm. Naja, ich werde sie auf jeden Fall bezahlen. Was? Eigentlich wollte ich dir, ich wollte dir diese Kette kaufen, Marie. Nein! Aber du machst ja schon wieder selbstständige Dinge, einfach so. Natürlich, ich habe doch gesagt, du sollst mir die Kette nicht holen. Oh Gott sei Dank habe ich die gekauft. Ja, noch hast du sie nicht gekauft. Doch, ich habe sie gekauft. Also kaufe ich sie ganz schnell. Nein, du kaufst sie nicht ganz schnell, nein. Ich will lieber Zeit mit dir vorbringen, okay? Mit der Kette. Nein, mit dir, du Eumel. Naja, mit mir, aber mit der Kette. Oder wie? Ja, natürlich. Die Kette ist so lang, ich kann die auch bei dir drumwickeln und dann kommst du nicht mehr weg von mir. Hm, das klingt nicht schlecht. Mhm. Tja, aber die Kette ist noch nicht bezahlt, oder? Doch, die Kette ist schon bezahlt. Ach, sie ist schon bezahlt. Ach so, dann habe ich dich falsch verstanden. Ich habe verstanden. Du wartest auf das Geld von Weiß. Nein, nein, nein. Damit du die Kette bezahlen kannst. Nein, nein, nein. Ich habe sie direkt von meinem Konto abbuchen lassen, den kompletten Betrag. Wow. Du wirst ganz schön Spaß haben. Ich... Ja. Okay, wolltest du heute noch shoppen gehen? Ich... Ich kann nicht. Ich kann nicht, Levi. Ich wollte mir unbedingt eine rote Corsage dazu holen, aber ich sollte es nicht. Das war mir so traurig. Harry, zeig mir... Das war mir so traurig. Hey, zeig mir mal diese rote Corsage. Du weißt, ich mag rot an dir. Nein, die sah sehr nuttig aus. Die wollte ich dann sowieso nicht haben. Nein, das glaubst du, das klang jetzt so nicht. Das ist jetzt so ein bisschen zickig. Mhm. Ich bin überhaupt noch nicht zickig. Lass... Darf ich die... Darf ich die trotzdem mal angucken? Wollen wir die uns mal gemeinsam anschauen? Zeigst du mir die mal bitte? Ja. Okay. Na dann... Werde ich mich mal... Werde ich mich mal langsamer aus dem Dienst beginnen. Damit wir mal ein bisschen Zeit verbringen können. Ich habe auch noch ein bisschen... Ich habe Ideen. Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt. Ja. Ich auch. Okay. Möchtest du mal wieder Motorrad fahren? Ja. Möchtest du? Nein, nein, nee. Ich wollte nur fragen, ob du mal wieder Motorrad fahren möchtest. Ja, auf jeden Fall. Möchtest du auch mal wieder gut fahren? Nein. Okay. War nur eine Frage. Hm. Gut. Dann, Harry, wo kann... Soll ich dich vom Pidi abholen? Ja, gerne. Ähm... Dann mach ich das. Du bist oben auf der Terrasse. Ja, aber lieber... Na... Vielleicht doch lieber von mir zu Hause, weil Fee hat gerade mein Autoschlüssel. Ähm... Ich, äh... Ja, okay. Pass mal auf. Dann, ich mach mich hier gemütlich fertig. Du redest mit Fee. Mhm. Und dann sagst, wenn du fertig mit dem Gespräch bist, sagst du mir, wo ich dich abholen kann. Ist das ein Deal? Ja, Deal. Okay. Dann... Ist mir eine Freude, Geschäfte zu machen. Bis gleich, Lady. Bis gleich. Ist doch ultra gefährlich. No, und noch einmal den Streifen mitfahren, den Block. Weiß nicht. Das kann man auch so, wenn man gute Freunde hat. Mit Streifen fahren? Ja, natürlich. Halt, warte, das ist kein Kurs mehr. Ja, äh... Ähm... Ähm... Hast du ein bisschen noch, was du sagst? Ähm... Bin... Bisschen verwirrt jetzt, tatsächlich. Ich mach Späß, Mensch. Ja... Grüß dich. Meine Ohren sind verstopft. Alles gut. Äh... Bei Collinson ist es gar nicht, ja. Äh... Den Damen, wie eisen denn nochmal mit den schwarzen Arren? Äh... Ariane. Ui, ähm... Was für Spaß? Kann ich, äh... Bei schwarzen Arren? Arren. Bei den... Auf Kopf und den Arren? Bei den Arren, ja. Bei... Hä? Hä? Ich steh grad völlig neben der Spur. Ich steh grad völlig neben der Spur. Ich steh grad völlig neben der Spur. Bei den schwarzen Arren. Ich wollte den Damen grad nur ansprechen, weil ich nicht weiß wie den Eis hab ich gesagt. Der mit den schwarzen Arren auf den Kopf. Ja. Mit den Arren. Bei... Ähm... Sie wollen den auch kommen, oder? Ja, sehr gerne. Kann ich dich duzen? Ist ihn okay? Ja, natürlich. Okay, du willst ihn auch kommen, oder? Ja. Okay, kann ich dich auch auf den Listen setzen, dann? Ja. Okay, dann... Ich mach mich mal weg. Okay. Wir hören uns. Bis dann... Ähm... Dann müsste ich einmal den Ausweis drin sehen, bitte. Ja. Damit ich den aufschreiben kann und notieren kann. Mhm. Darf ich denn noch meinen Freund mitnehmen? Ähm... Ja, klar. Super. Ähm... Wenn du den willst, kann ich den auch auf den Listen setzen. Ja, das wär toll. Und Phil, du wurdest ja separat sowieso eingeladen, oder? Ja, ja, wurde ich. Ähm... Bräuchte noch einmal deine Nummer drin. Ähm... A-ri-an-en-barnad. Nicht wahr? Oh! Wie sah ich denn aus, als sie da weggesteckt? A-ri-an-e-barnad. Genau. Äh... We-we-barnad. Sag ich. Ja. Oei, oei. Ähm... Oh, ist er nicht wirklich an meinem Ex? Äh... Unfassbar. Ach, du Schitter. Und wir... Sind jetzt guten oder schlechten? Gemischt. Gut und schlecht. Okay, ich seh den einfach mal als ein Kompliment, okay? Ja. Okay. Ähm... Dann bräuchte ich einmal die Nummer bitten, damit ich dich kontaktieren kann. Ja. Das ist die 5... Abend. Die 5, 5, 5. Mua. 6, 6, 6. 6. 6, 6, 6. Uua. Ja. Die 9, 9. Uua. Und die 6. Also das wäre eine einfache Nummer. Ja, oder? Oh, du Scheißen. Ja. Oh, da freuen sich bestimmt den Alphabetiker an, oder? Stimmt leicht. Alle Alphabetiker. Alphabetiker meine ich. Woher meine ich denn doch? Oh, das hört sich jetzt ganz komisch an wird. Ja, das habe ich gerade mal falsch ausgesprochen. Ich bin so ein verwirrten Geraden. Ähm... Ich habe mich wirklich anal ab... Well, ähm... Äh... Den Namen von... Deinen Freunden. Soll ich den auch notieren? Ja. Okay, well. Äh... Larry Skinner. Ach, du schrei... Wie schreibt man den? L-A-R-R-Y. Ist das den Frauen... Den Frauen mit den Strichuntern? Ja. Ist das denn? Mhm. Kennst du Eddie Tyler? Well. Heißt das ja? Well. Wie gut. Ähm... Also ich bin mit den... Freunden. Quasi. Oh. Ist der auch auf der Feier? Äh... Weiß ich nicht. Also eigentlich... Ich weiß nicht. Äh... Ich kann den Auftritt oder so... Einen Lieden machen. Oh. Das wäre aber cool. Das kann er wirklich ganz gut. Weil deswegen... Aber ich krieg den nicht erreichen. Deswegen... Weiß ich nicht, ob den dann Zeit hat oder nicht. Muss ich dann gucken. Ah. Ich drück den Daumen. Danke, danke. Ich hoffe, der kotzt dann nicht wieder. Äh... Wie kotzen? Ja, das ist tatsächlich mein Ex-Freund. Mein Ex-Verlobter sogar. Ach du Scheißen. Ja. Äh... Äh... Well. Okay. Äh... Ja, aber ich glaub wir sind cool. Glaub ich. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Wen? Wir? Nein. Er und ich. Achso. Well, hoffentlich. Ja. Kann ich sagen. Ähm... Wären denn auch okayen, wenn ich die Nummer von den äh... Innen aufschreibe? Äh... Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Ich guck mal, ob die Adventure hat dann ja. Weil das ist nämlich der Sheriff. Hast du nicht seine Nummer? Achso. Ja, aber ich darf die ja nicht einfach so raus. Ariane, geht's dir gut? Hä? Was passiert? Oh mein Gott! Äh... Ariane, alles okay? Ja, mir geht's ganz gut. Oh Scheiße! Das ist... Sommer! Gott sei Dank nicht so tief, aber heilig. Scheiße! Ja! Ach, was für eine Katte ich meine flachen Schuhe an. Das wäre günstig. Jetzt auch. Ach du Scheiße. Das ist gut gelassen. Ja, das ist gut. Oh Gott! Ich hab mich so erschrocken jetzt. Oh Gott! Was für einen plössischen Bewegungsdrang. Was für einen plössischen Bewegungsdrang. Was für einen plössischen Bewegungsdrang. Dann krieg ich einfach nichts mit mich herum mit. Oh, ist mir jetzt aber peinlich. Oh mein Gott! Woher kommt sie? Ach du Scheiße! Ariane, du hättest ja was brechen können. Pass auf. Wenn du dich bewegst, dann bitte wo viel Fläche ist. Ach du Scheiße! Oh! Ich hoffe, das hat sie jetzt nicht auch erschrocken. Ja doch, wir dachten, du bist dort. Nein, mir geht's doch ganz gut. Mir geht's doch ganz gut. Mir geht's doch ganz gut. Oh, besser reden. Besser reden. Ja. Ähm. Ich kann jetzt nur mal leider nicht geben. Aber. Nur alles gut. Deswegen frag ich lieber auch nach auf deine Päne. Ja. Okay. Ähm. Aber ich geh mal davon aus, wenn ich dich kontaktiere, dann kontaktierst du auch automatisch. Wenn du den Bildpunkt gibst. Genau. Dann ist ihm kein Problem. Ach super. Oder warte. Ja. No, no, no. Ich hab vergessen was sagen wollen. Egal. Ähm. Wenn du noch bei ihm was Hilfe brauchst, dann schreib mir einfach. Vielleicht kann ich ja irgendwelche. Ich hab ja auch ein paar Kontakte. Hast du Erfahrungen mit so Partymanagement? Ja, jetzt bist du jetzt nur einer. Aber die lief eigentlich ganz gut. Die für den Herbst. Ich hab Angst, dass die Leute nicht kommen. Das ist meine größte Angst eigentlich. Ah. Dass die Leute nicht kommen. Ja. Obwohl eigentlich bin ja ganz. Also. Ich hab ihn bis jetzt noch nicht so vielen Leuten gefragt. Den wollte ich jetzt den nächsten Tagen machen. Bis Freitag. Ja. Ähm. Werde ich lange unterwegs sein. Aber, ähm. Also guck mal. Wir beide können ja auch Leute einfach fragen, ob die kommen mögen. Mhm. Und wir kennen ja und vielleicht auch hier. Ich meine kurzer Frau Collins, die kann ja auch hier rumfragen. Well. Well. Dann. Würdet ihr das machen für mich? Wenn ihr Leuten auf den Straßen begegnet oder so? Ich glaube wir würden lieber Freunde mitnehmen. Oder auch allgemein Freundinnen. Ja, Freunde eher. Ja. Wäre es dann okay, wenn du vielleicht, ähm. Auf Venture mir ein E-Mail schreibst mit den Namen und den Nummern von denen. Ja, das wäre super. Damit ich den auch kontaktieren kann. Ja. David war das, ne? Ja, David. Richtig. David Leroy. Oh. Ach, ich find's schon. Äh, Leroy. Den, ähm. Den L. Den Ö. Den R. Den O. Nicht den Nullen. Den O. Ja. Und den V mit dem Strich und was. Warte, ich zeig einfach meinen Ausweis. Wo ist denn jetzt? Oh, das ist ja perfekt. Ja. 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 Man hört's auch wirklich gut raus. Also wirklich jetzt. Ja. 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 Ich kann nicht so gut damit umgehen. Ihr Oberteil ist schön. Aber. Äh. Danke. Äh. Ich muss, ich muss noch üben. Mon dieu. Bringt mich hier in eine, wie nennt man Gelegenheit, oder? Ihre Schuhe sind toll. Sie hat so ein krasses Déjà-vu. Ah, scheiße. Und ihre Uhr, wunderschön. Nein. Diese Haare. Kein Herz. Ich bin überfordert. Mon dieu. Und diese Hose. Holy Ravioli. Aber den war ich tatsächlich teuer, muss ich sagen. Ja. Ich muss in dem Tag waschen. Macht einen guten Abdruck. Ja. Wenn ihr schon mal ihr seid, könnt ihr vielleicht ein Schimmel bekämpfen? Ein Schimmel? Das sind Pferde, oder? Schimmel bekämpfen. Wieso nicht Pferde bekämpfen? Nein, wir haben ja Schimmelpilze. Nein, Schimmel bekämpfen. Jemand, der den Schimmel von der Wohnung weg macht. Ja. Schimmelpilze, genau. Yay. Äh, Nono, kennt ihr einen Person, der den sauber macht? Hm. Die Leute... Ja stimmt, du arbeitest dafür direkt und weg, oder? Nee, nee, tu ich nicht. Ich mach keinen Schimmel weg. Weil ich habe ein Problem. Ich war jetzt sechs Monate weg. Ich bin vor ein paar Wochen wiedergekommen, genau das andere. Und ich dachte, mein Vermieter hätte mich gekündigt, den Wohnung. Aber dann habe ich gesehen, dass ich immer noch einen Vermieten bezahle. Oh je. Und dann bin ich den reingegangen in die Wohnung. Ihr wollt gar nicht wissen, wie den genauso... Wie viel mieten Sie mir? Äh, also warte, den ganzen Küchen ist auch mit den Schimmeln überall. Und ich kann die Wohnung nicht so abgeben. Natürlich kann man das nicht. Und mit den Zeit wird dann ein bisschen teurer mit den Mieten. Jetzt bin ich jemanden auf Suchen, den sauber machen kann. Wollen Sie die Person bezahlen? Well... Wie viel? Ich weiß noch nicht wie viel. Ja. Weil ich, ähm... Ich kann die Person bezahlen bei den Duel, den Catering, den ganzen Alkoholern. Deswegen mache ich mir dann überlegen, ob ich... Und ich glaube ich mache den so, ähm... Eintrittspreis verlangen soll. Damit ich ihn irgendwie finanzieren kann teilweise. Ja. Weil sonst wird es wirklich schwerer. Ja und wenn es nur 5 Dollar sind oder vielleicht einfach jemanden abstellen, der halt Geld sammelt von den Leuten, wenn die freiwillig was geben wollen. Na ja, Trinkgeld zum Beispiel. Genau, genau. Weil dann mache ich so einen Aufruf, wenn alle da sind und biegen, da drüben steht jemand, wenn ihr wollt, könnt ihr den Trinkgeld geben. Mhm. Und für den Finanzierung. Ja, das ist so für dich. Weil das ist gar nicht so dumm. Nur, ähm... Und zum Beispiel so für, ähm... Eintrittspreisen. Werdet ihr, wärt ihr bereit 50 Dollar zu bezahlen? Oder ist denn schon zu viele für Eintrittspreisen? Ich glaube 50 geht eigentlich klar. Je nachdem wie, wie krass die Party natürlich dann ist. Also, sehr viel Alkohol, sehr viel Essen, sehr viel Musik und sehr viel Menschen. Weißt du was du immer machen kannst? Und ein Pool-Party-Location. Was denn? Du stellst immer ein paar Leute hin, die so super schick sind, dann denkt jeder, dass das eine richtig total teure Party ist. So habe ich das nämlich bei Herrn Weiß gemacht. Ich habe einfach ein Dresscode vergeben und gesagt, dass sich jeder schick machen soll. Und dann sah es aus, als wäre das einfach so eine High-Society-Party. Das war ganz cool. Und dann bezahlt man bestimmt gerne 50 Dollar. Woher Bach eigentlich ist denn ein Pool-Party? Oh scheiße, ich bekinnige ihn. Also, dann ist auch ein Wiesen daneben. So ist es nicht. Aber wenn die Menschen wollen, dann können die mit einem Bikini kommen. Ist egal. Ist jeden selbst überlassen. Aber da ist nur ein Pool für die Information. Damit ihr den Bescheid wisst. Also ich würde dir einen Namen schicken von Leuten, die ich dann noch fragen kann. Wir haben ein paar Freunde. Wie viele nun ungefähr? Oh Gott. Die Freunde haben dann wieder Freundesfreunde. Ich denke mal zehn Leute kriegen wir schon zusammen. Ist das nicht stimmt? Hey Melody. Ich habe es getan. Hast du dir auch die Kette geholt? Hä? Ja, was hast du denen getan? Kette geholt? Äh, was hast du denn getan? Ich weiß, du hast die Kette schon gekauft. Nein, was hast du denn getan? Hast du dir die Kette gekauft? Ja. Daher weißt du eigentlich noch nicht überwiesen. Immer noch nicht. Jetzt erzähl, was hast du denn getan? Ohi. Hat mich beworben. Wo? DOL. Boah, mein DOL. Das ist so cool. Die suchen Mitarbeiter. Ja. Und ich habe dann Cecia angerufen, weil die haben jetzt immer nur ganz komische Adressen, wo man das hinschicken muss. Ja. Hat sie mir gerade geschickt gehabt und sie meint sofort auf, wenn ich da angenommen werde. Ich drück dir die Daumen. Oh scheiße, warte mal ganz kurz einen Moment. Ähm. Entschuldigen Sie. Äh, du. Wir müssen gleich leider fahren. Es ist gerade die Uhr. Das wird ja immer später. Wei, wei, wei. Kein Problem. Wei, ich wollte euch nicht sagen aufhalten. Entschuldige. Nein, nein. Alles gut. Ähm. Gerne wieder. Okay. Wei, dann ich habe dich auf Venture, habe ich dir einen Anfang geschickt, damit du mich dann den Mail schicken kannst. Oh, super. Dankeschön. Name und Nummer am besten. Also Vorname, Nachnamen und die Nummer, bitte. Name und Nummer. Okay. Und sag dann einfach, dass ich den Leuten kontaktieren werde mit Location. Das ist super. Okay. Das machen wir. Die kriegen schon die Leute zusammen. Okay, super. Und wenn ich was brauche, dann kann ich mich bei dich melden, oder? Natürlich. Natürlich. Okay. Oh, danke vielmals. Wirklich, meine großartigen, meine netten Menschen. Und ihr. Alles gut. Alles gut. Wir haben auch Leute, die singen können. Vielleicht kann man da auch jemanden machen. Oh, ach du Scheißen. Ja. Ihr seid meine Eltern. Wirklich. Eltern? Ja, meine Eltern. Okay. 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 Ich... Ich will dich nicht aufhalten. Alles gut. Ich habe jemanden gerade am Telefon, der ist irgendwie... Kein Problem. Dann Dankeschön für das nette Gespräch und wir sehen uns Freitag. Ja, gerne, gerne. Ja, natürlich, natürlich. Dann schön den Abend noch. Auch so. Wir sind dann. Tschüss. Wieso dann? Hey Melody? Ja? Auch mal Freitag zu kommen? Was ist denn da Freitag? Eine Poolparty von einem... Huch. Von einem, äh, David... Äh, Le... 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 Geschrieben wird's Leeroy. Voll der Süße eigentlich. Voll der Knuffige, ne? Fehl? Also er hat gesagt, er hat ein bisschen Angst, dass keine Leute kommen. Er gibt dafür halt auch Geld aus. Gut, also gut Geld. Na ja, wenn er dafür Werbung schaltet, definitiv wird er auf welche kommen. Ne, wir haben einfach gesagt, wir können ja Leute fragen und, äh, da muss ich halt nur die Namen auf der Liste mit Telefonnummern ihnen halt geben. Und, äh, Larry wird auch kommen. Fehl ist da. Frau Collins ist da. Ich überleg's mir. Okay. Nur hast du Bescheid, Weiß. Äh, Sprite schon da? Nein, er arbeitet noch. Ne. Nö. Aber es sollte nicht mehr lange dauern, weil ich seh grad, dass alle nach und nach gehen. Sag das nicht. sagt es nicht nicht aussprechen nicht aussprechen ich habe auch gesagt habe er darf nicht ausbrechen okay dann habe ich nichts gesagt ich kopf auf holz das darf ich aber ich kopf auf holz ja dann ich sage nicht meine lippen sind verschlossen wahrscheinlich gleich schon vor einer haustür setzen weil ja nicht schon wieder so was jetzt habe ich ja nicht sagen du weißt doch das automatisch von mir ein kommt ich weiß ich sag ja nur warte 23 ich mache heute nicht so lange und ich habe es noch mit dem bisschen früher treffen kann es hat doch länger gedauert jetzt wirklich ganz schnell nach hause wie kannst du mich nach hause fahren natürlich kann ich ja auch gleich schnell deine hose und ein pulli geben ja ich weiß nicht ich würde mir jetzt gleich schon mal schreien weil ich glaube ich schaffe es gar nicht nach oben bitte was nein das auto ja da ins auto ja okay und du musst jetzt auch mal so richtig machen ja ich wurde die straße runter wahrscheinlich schneller da oben als ihr da ja was was ich muss jetzt hier kurz bescheid sagen ach nee wir müssen geradeaus nein mann jetzt ist es wieder so spät ist das scheiße ich hatte mich auf dem gespräch raushalten ja okay ich warte schon du musst auch direkt reinsteigen wir müssen dann los okay okay bis gleich wir müssen jetzt wir müssen in zehn minuten wo sein okay ich bin gespannt ich bin gespannt ich auch ja bis gleich und es tut mir wirklich leid macht nichts heute bis gleich ok hast du noch ein date ja aber jetzt alles so schnell gerade jetzt muss ich melodie nämlich noch bescheid sein die ist gerade auf dem weg dahin warte fählst du mir so unendlich gleich gerade ja was denn so alles gut äh melodie ähm larry ist schon da und ich soll direkt ins auto springen weil wir in zehn minuten ich weiß der hat gerade eine ganz creepy stimme gemacht eine was er hat gerade eine ganz creepy stimme gemacht das war gerade gruselig oh das kenn ich gar nicht von ihm der kann doch gar nicht gruselig sein doch doch das war gerade richtig gruselig eine richtige komische quietsche stimme okay wir sind auf dem weg ich hüpfe da gleich irgendwie von deinem auto ins andere okay dann bis gleich ja ja okay bis gleich dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel spaß falls du jetzt nicht mehr äh sprechen kann ja es tut mir leid viel alles gut aber kannst du mir mein autoschlüssel noch zurück wow warte mal was hat der denn an so dankeschön 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 viel der kopf raum auf hallo der kopf raum auf hallo bist du zu motiviert ja ja dankeschön 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 moin so hey haudi haudi wie er gut siehst du aus ja das überraschung ja schön böse wieder sehr schön solltest du machen du hast den schlüssel mausikern ja ja hab ich natürlich dann wünsche ich euch ganz viel spaß dankeschön dankeschön fei ja ich hau mal ab wir sehen uns am freitag ja 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 wahrscheinlich schon ja wie geht es ihnen mir grandios wunderbar war ein toller tag okay was darf ich sie irgendwie mal fragen aber das sind ihre brötchen jetzt sind sie ja schon eine weile hier aber dann hat sie es etwas schlag also per karte er ruft nicht jetzt an ja hallo hallo okay aber die gibt es eingeholt hier ist noch von gamble ja ja genau ja dann drücke ich ihnen mal die daumen dankeschön sie soll wem sind sie loyal gegenüber mir was wenn sie beim bewerbungsgespräch einer fragte wenn sie als polizist arbeiten wem sind sie loyal gegenüber grundsätzlich jedem der mir der gut zu mir ist ähm okay passen sie auf angenommen sie sind polizist und ihr vorgesetzter verstößt gegen ein gesetz aber würde sie bitten ihm zu helfen sind sie ihm so loyal dass sie ihm helfen oder sind sie loyal anderen gegenüber okay dann da kommt drauf an was ist eh wenn es wirklich was zu klammern hat es gibt kein kommt drauf es war auch für eine privatparty für freitag 20 uhr ja keine ahnung muss ich aber gerade absagen weil ich habe ja auch erklärt gehabt ich werde tot sein wenn ich das auch noch mache ja ja nee dj ist entscheidend beruf der ganz gut abgeht ne meine rechte brust ähm sorry ich wollte sie auch mal antworten aber war schön ja ja war sehr schön ja war sehr schön oh Gott was macht ihr denn für Terps du weißt doch wir können ja keinen Sündungszeits und so geht ja nicht ne voll scheiße ey wie war ich glaube ich bin richtig gut Entschuldigung was macht ihr denn da so anstrengst diese Bewerbung zu schreiben boah das glaube ich die musst du ja super fans schreiben oder dein Lebenslauf vor allem du musst den Lebenslauf schreiben dein Lebenslauf ach du Scheiße ja die wollen den Lebenslauf und wenn du mit denen wahrscheinlich das Bewerbungsding durch hast dann wollen sie noch mit dem zum PD damit die einen Abscheck machen ob dein Flugzeug jetzt auch durch ist pah mein Lebenslauf ich würde ja sofort durchfallen alles ok mit deinem Lebenslauf ja steht nichts drin ein ja ok aber ist halt echt so ich musste halt die Firma von meinem Vater aufschreiben ne Scheiße die rufen da jetzt aber nicht an oder so oder ich hab ja die nun mal nicht hinterlassen ja was heißt das was nee du musst nicht so dass ich den Namen der Firma hinschreiben müsste uah ja 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 ich hab ja ein bisschen mit Fee geredet das war's jetzt mit den letzten Jahren ok man ihr beide hat sogar tatsächlich was gemeinsam aber auf eine ganz seltsame Art und Weise ja ok ok ich find Fee ist irgendwie schlanker als ich oder? das machen die Schuhe auch und sie macht sehr viel Sport wirklich? ist das so? ja wenn du High Heels trägst bist du definitiv auch schlanker das wirkt sofort so du wirst halt gestreckt dadurch das erklärst du einiges ja High Heels machen lange Beine und einen geilen Arsch aber weißt du was bei dir komisch ist? du hast wirklich du bist von der Seite wie ein S geformt ich hab das gar nicht so guck mal ich hätte auch gern dass man vor hinten so rauskommt weißt du wie ich mein? was schreckt man deine Einemchen so? ja das hab ich ja ich probier's ja die ganze Zeit aber es ist trotzdem bei dir ein bisschen anders nein? Nein. Nein, ist es anders? Wirklich? Ich habe ein größeres Hohlkreuz wahrscheinlich. Aber Hohlkreuz ist ja auch nicht gesund. Aber Hohlkreuz sieht schön aus. Es sieht schön aus, ja. Da ist Auro! Was? Wo? Auf der anderen Seite. Ach da! Okay, ich dachte jetzt schon. Auro. Wir müssen doch irgendwo da sein in 10 Minuten. Hatten wir uns? Mussten wir nicht irgendwo hin in 10 Minuten? Ja, wir müssen eigentlich los. Okay. Dann Fee, danke schön. Kein Problem. Fee, möchtest du das Angebot annehmen? Ich würde das schon sehr gerne annehmen. Das ist sehr verlockend. Das ist halt nur der Rhapsody. Okay, ich leihe ihr meinen Rhapsody. Aber sie hat da schon von... Okay. Ja, das gibt sie mir dann. Das gibt sie mir dann entsprechend wieder. So. Bitteschön, Fee. Boah, super. Dankeschön. Ich schulde ihnen was, auf jeden Fall. Sie schulden mir gar nichts. Erstmal ist es wie gesagt, wenn er startet. Mensch, Ariane. Ich bin so sicher, ich fahre nie was kaputt. Ja, wir sind heute 150.000 Dollar teures Auto gefahren. Ach, das habe ich schon erfahren, aber das war ja eine Rennmaschine. Das ist ja ekelhaft. Ja, das war wirklich ganz ekelhaft. Hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Ja, ja, hat mir gar nicht gefallen, ja. Also es geht ja nicht um Höchstgeschwindigkeiten, sondern der Sound muss stimmen und einfach der Stil. Und die Größe und die Vibration. Ja. Sie wissen, von was man spricht im vernünftigen Auto. Ja, ich spreche von Pickups. Von großen Pickups. Achso, und dann fahren sie bestimmt auch gern Gelände. Oh, ja. Oh mein Gott. Du kannst mich auch fair nennen. Okay. Oh nein, nicht hier auch noch. Viel Spaß heute. Okay. Ich schlaf so. Eigentlich völlig nusslos bei Ihnen. Nein. Ciao, ciao. Oh, ist es passiert? Nichts? Oh, okay. Achso. Ich dachte schon. Ryan, der hat sich bis jetzt nicht gemeldet. Tschüss. Wir hoffen mal, dass der sich gleich gemeldet. Tschüss. Gruppenwärmung. Tschüss. Hey. Tschüss. See you later, alligator. Was ist das denn? Nevermind. Oh, er macht mit. Oh Gott. See you later, alligator. Nein, das ist nur dieses Ding. For a while, crocodile. Für Sokovski. See you later, alligator. After a while, crocodile. Ich bin schon richtig hier. Okay, habe ich verstanden. Ja. Oh Gott. Ja, die Hose steht ihr auch. Was? Weil du dich zwei, weil du, weil sie sie, sie hat sich jetzt zweimal umgedreht vor mir und ich dachte. Hast du dir einfach auf die Hose geguckt? Ich habe gesagt, die Hose steht ihr gut. Ich habe nicht gesagt, der Hintern sieht gut aus, oder? Naja, aber du konntest mit dem Hintern von da aus ziehen. Ich habe mir dann die Kniekehlen angeguckt. Wie sich das gehört. Tja, ich habe heute auch eine Fremde hinterhergekauft. Larry. Larry. Ja. Nicht weiter reden, bitte. Ich will jetzt, ich will fahren, damit wir jetzt endlich mal, damit wir endlich mal pünktlich kommen. Los fahren. Tschüss. Tschüss. Ja. Alter, was ist das denn für den Spruch jetzt gewesen? Warte ab, wir holen uns den von zu. Ey, doch nicht. Das war doch nicht Eddie. Also das war doch nicht er, oder? Hast du zu angehört? Ja. Ja, wir fahren jetzt gerade noch mal. Wir sind gleich, ich hoffe in vier Minuten, fünf Minuten da. Okay. Bis gleich. Ja? Ja, hallo. Hallo? Hallo? Ich habe das Auto immer noch nicht gefunden. Okay. Hallo? 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 Ach guck, ich habe mein Auto wieder, ich wollte nur Bescheid geben, brauchst die Augen nicht mehr aufhalten. Schon das beim PD? Perfekt, alles klar. Das ist ja auch ein Nachweis. Achso, da war ein blaues Auto. Alles klar. Wow. Achso, cool. Ja? Ja. Ich habe auch vorhin gedacht, ich hätte dich gesehen. Mich? Echt? Oder? Auf der Straße, ja, da war so eine Frau mit schwarzen Haaren. Das muss man sanft machen, nicht so grob. Ja. Oh, Entschuldigung, Larry. Gut. Ja. Gut, dann. Ja. Konnte ich nur Bescheid sagen. Ne? Tschüss. Tschüss. Ach ja, Entschuldigung. Macht nichts. Nein, das tut mir jetzt wirklich leid, ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken. Jetzt gucke ich vor dir anderen Frauen auf den Hintern. Aber Larry, das fand ich jetzt wirklich nicht geil. Okay. Ich auch nicht. Ist es ja auch geil. Ich bin tatsächlich richtig happy dich zu sehen, da kann ich gerade gar nicht böse sein. Ich verschiebe es aufs nächste Mal. Hm. Okay. So, ich war ein bisschen zu schnell. Vielleicht werden wir auf. Oh, wo fährst du denn hin? In den Norden. Ja. Ja. Okay. Ja. Lass dich überraschen. Ich hab dann nochmal versucht, was einzutüten, Harry. Hm. Ist das wirklich okay für dich? Weil es ist ja schon wieder recht spät. Du hast bestimmt einen langen Tag, oder? Hinter dich? Ja, es ist alles in Ordnung. Alles eingeplant. Ich bin... Ich hab mich auch extra nochmal heute... Ich hab extra heute Mittag ein Mittagsschlägen gemacht. Hm. Okay. Ach ja. Und übrigens... Das lass ich jetzt nicht auf mir sitzen. Ich hab wirklich auf die Kniekellen geguckt. Ich guckte ja doch nicht da auf dem Hintern. Aber sie hat sich zweimal umgedreht und dann weiß ich auch nicht. Da dachte ich... Das ist die... Hose? Ja. Ist sie neu? Keine Ahnung. Ich kenn ihren Kleiderschreiben nicht. Als ob du anderen Frauen nicht auf den Hintern guckst, Harry. Nein. Warum sollte ich das, wenn ich denn den besten Hintern von Los Santos dann ständig bei Ja. Da ist bestimmt so ein großes Buch mit den richtigen Antworten, die man immer geben kann, oder? Irgendwo da unterm Sitz bestimmt. Ne, hab ich nicht. Das kommt einfach so aus der Seele. Mhm. Mhm. Ja. 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 Harry, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich freu mich jetzt ein bisschen auf Freitag. Ja. Was ist am Freitag? Äh, diese... Diese... Diese Feier von... Von diesen... Typen, den wir heute kennengelernt haben. Freund von Frau Collins. Ich hab dich auch auf die Gästeliste setzen lassen. Ja. Sag mal... Mary... Ich weiß doch, dass du immer lange im S.D. bleiben musst. Ja? Ja, dann... Mach ich halt mal einen Freitag, oder? Kannst du das überhaupt? Ja, ich weiß zwar lange nicht mehr, was Freitag heißt, aber ich glaube, ich kann das noch. Hm. Auch als Sheriff? Okay. Du hast das nicht schon früher gemacht, dann hätten wir was Schönes unternehmen können. Alte Packnase. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was denn? Hältst du mir jetzt gerade irgendwie... Äh, nee. Ich täusche mich bestimmt nur. Warte mal, was hast du denn verstanden? Ob ich das nicht... Ob ich das nicht schon früher hätte machen können? Natürlich! Mein Gott, ich weiß das doch. Hab ich ja. Hab ich doch. Das weißt du doch. Ich weiß das doch, natürlich. Jetzt hast du mich völlig verwirrt. Wo wollte ich denn hin? Ach, Grape Seat. Ich hab das heute auch den ganzen Tag. Ich bin so verwirrt. Hm. Sag mal... Was ist denn da jetzt eigentlich vor ein paar Tagen passiert? Du wolltest letztens mal nicht so mehr raus mit der Sprache, aber du warst ziemlich verstört. Was ist denn passiert? Hm? Was meinst du? Bei Melis, als ich dich abgeholt habe. Ja, da haben Melody und ich uns gestritten. Oh. Aber ihr habt euch scheinbar wieder vertragen. Ja, natürlich. Hängt natürlich trotzdem noch irgendwie so in der Luft. Also zumindest bei mir. Ja, verstehe ich. Ach, jetzt bin ich wieder... Warum fahr ich eigentlich diesen... Harry? Ich weiß nicht. Das ist so ein Gewohnheitsding scheinbar. Dann guckst du die ganze Zeit in den Mittelspiegel hier? Weil du heute so gut aussiehst, weil du das nochmal nachschicken willst. Mhm. Das hast du jetzt echt süß gesagt. Nein. Deine... Deine Anwesenheit macht mich wieder nervös. Gerade etwas. Obwohl ich... Ja, sowas kenne ich so. Nervös kenne ich eigentlich nicht. Ach, du lügst doch. Natürlich kennst du das. Naja, das einzige Mal, ob ich vielleicht ein bisschen nervös war... Als mir jemand... Eine Knarre direkt an dich aufgehalten hat. Genau. Gerade solche Situationen. Und dann... Und dann hatte ich das Knirschen... Also er versuchte dann schon den Hahn zu gründen. Und während ich das Knirschen des Hahns gehört hatte... Und... Da wurde es dann etwas komisch. Aber... Sonst... Hm. Norman, kannst du deinen Job vielleicht aufgeben? Das würdest du nicht wirklich von mir verlangen, oder? Nein. Gott sei Dank. Hm. Trotzdem so gefährlich. Larry? Ja, bitte. Was... Was machst du hier? Was machen wir hier? Lass dich überraschen, Larry. Okay. Ich mach auf. Hä? Das ist... Hä? Komm, Larry. Larry, was machst du denn? Lass dich überraschen. Man muss ja immer Dinge machen, mit denen man nicht rechnet, nämlich nicht. Ja. Äh... Howdy. Hallo, einen wunderschönen. Hallo. Das hier, Harry, ist Mr. Woods. Genau. Hab mir extra jetzt noch, prophylaktisch, einfach mal ein weißes Hemd übergeschmissen. Ah. Ansonsten gut aus. Krawatte fehlt deshalb. So gut angezogen. Krawatte fehlt noch, die hätte ich jetzt noch mitgenommen, aber das war alles sehr spontan und sehr kurzfristig. Ja. Dafür... ein tiefster Dank. An den... Gibt nur noch ein Trinkgeld. Erstmal fliegen wir, würde ich sagen. Erstmal fliegen wir. Ja, hast du gehört? Wir fliegen. Wir fliegen wirklich? Dann kannst du auch mal den Hebel fest in die Hand. Larry? Ja? Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Einer könnte nach vorne mitfliegen als Co-Pilot. Ähm, natürlich mit der Prämisse nichts anzupacken. Das ist natürlich immer wichtig. Ähm, alternativ natürlich, ne? Beide... Wir haben hinten drei Plätze. Da können sie sich positionieren, wie sie lustig sind. Wie sie Spaß haben. Äh, und was die... Auswahl an... Zielen angeht, gibt's irgendwelche Wünsche, die wir auf jeden Fall anfliegen sollen, die unbedingt mit drauf sein müssen auf der Route. Was hältst du denn von den... zwischen Mount Gordo und Mount Chiliad? Wenn das geht, klar. Ja, auf jeden Fall. Und... 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 Und auf jeden Fall natürlich. So Weinwood, ne? Oh ja! Ah! Das Wahrzeichen. Ja! Das nehmen wir auch mit, okay. Gehen wir hin. Und dann einfach mal so, wie es läuft, oder? Alles klar, dann würde ich vorschlagen, wir machen die Standard-Tour, fliegen quasi erstmal raus über den Canyon, fliegen dann entlang der Küstenlinie über Chumesh mit rüber, machen einen kleinen Abstech hier über die Stadt. Dann siehst du es über die Beine. Genau. Fliegen dann... Fliegen dann... Fliegen dann, äh, am Beinehutslein entlang. Ähm, dann würde ich direkt über Graveseed fliegen. Äh, äh, über... über Sandwiches, über Graveseed. Dann, wie gesagt, zwischen Mount Gordo und Mount Chiliad durch. Und, äh, in Bogen über Paleto nehmen und dann zum Landeanflug ansetzen. Das ist so der Plan, den ich jetzt gerade im Kopf mir ausgedacht habe. Ein guter Plan. Ein guter Plan. Gut, dann, bitteschön, Flugzeug ist gewartet, Flugzeug ist abflugbereit. Ähm... Willst du einen? Dann steig mal vorne. Nein, nein, ich will nicht nach vorne. Ja, dann kannst du doch... Nein, ich will nicht nach vorne. Sie können nach vorne hinten, das ist ja kein Problem. Dann setzen wir beide hinten. Okay. Dann, bitteschön. Auf geht's. Hm. Ah. Oh, Entschuldigung. Ja, das ist mein Platz. Ja, das tut mir leid. Willst du doch fliegen. Nein, bitte nicht. So, ich mach Ihnen jetzt einmal die Tür zu. Wir müssen uns gleich dann ein bisschen lauter kommunizieren, ansonsten hört man sich nicht gegenseitig. Okay. Okay. Ja, das... Ich hätte nicht gedacht, dass mein Abend heute so endet. Gut. Können Sie mich alle gut verstehen? Wunderbar. Verstehen Sie auch gut. Ja? Ja, verstehe ich. Ja. Frage jetzt noch in die Runde, bevor wir starten, während ich ja schon mal die letzten Checks mache. Soll ich währenddessen was erklären oder wollen Sie einfach nur genießen? Ach, von mir aus gerne erklären. Also zehn Minuten erklären, zehn Minuten. Alles klar. Ach, wir kriegen das schon hin. Wir machen das schon hin. Ich kann mich ja ein bisschen zurückhalten. Sag ich immer nur, das ist da und wenn noch weitere Informationen gewünscht sind, dann ergänze ich. Ja, dann machen wir das doch, oder? Alles klar. Gut, dann nicht erschrecken. Das Flugzeug wird jetzt gleich ein wenig vibrieren, sobald ich den Motor starte. Wichtig ist als Information, Schwimmwesten liegen unter dem Sitz. Warum macht ihr das immer? Nein, wir haben keine Fallschirme, die würden hier eh nichts bringen. Es kann während des Fluges zu Turbulenzen kommen, das ist aber nicht weiter schlimm. Damit kann ich arbeiten, damit kann das Flugzeug auch arbeiten. Das gehört auch ein bisschen mit dazu. Tatsächlich ist halt kein Airliner, sondern einfach nur eine kleine Probopop. Ansonsten, wir werden so auf ungefähr 100, 200 Fuß rumfliegen. Das ist eine ziemlich niedrige Kluge. Ich komme hier keine Tasten zu drücken. Damit man alles schön erkennen kann. Auf Wunsch halt gerne auch ein bisschen höher. Äh, Meter, Entschuldigung, 100 Meter. Fuß sind es 300, so. Ja, wenn noch Fragen sind während des Fluges einfach melden, dann kann ich auch drauf eingehen. Ansonsten, ich werde jetzt die Zündung betätigen. Nicht erschrecken. Ja, okay. Oh Gott, das ist so aufregend. Dann wünsche ich Ihnen hiermit schon mal viel Spaß auf Ihrem Rundflug und willkommen an Bord bei Erster Andreas. Auf geht's. Professor, gleich geht's los in die Lüfte. Ah, ich kriege so ein Krabbel in den Bauch. Oh ja, das wird gleich noch. Oh, wir sind gleich noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das fühlt sich so komisch an. Kann ich schon rausgucken? Ja! Oh, schön. Gerne auch Fotos machen. Das ist wirklich schön. Ja. Wow. Tolle Idee. Dankeschön, Larry. Ist ja noch nicht vorbei. Ja, trotzdem. Dankeschön. So, auf der rechten Seite der Mount Chilliard. Ganz klassisch. Links schon mal Sandyshaws, ein kleiner Ausblick auf den Überflug nachher. Ich frage mich nicht die Ertaste zu drücken gerade. Und vor uns gleich der Raten Canyon mit dem Mount Josiah auf der linken Seite. Der Eisenbahnbrücke unten rechts. Und der Ray. Riecht ein schöner Ausblick, ja. Ja. Guck mal. Da rechts kann man auch schön fahren. An der Wege. Das ist aber hoch. Quad fahren will ich da auf jeden Fall nicht. Also hier der ganze Canyon lädt halt sehr zu Naturtrips ein. Also wenn man mit dem Mountainbike, mit dem Rucksack entsprechend oder halt auch mit dem Quad unterwegs sein möchte. Da bietet sich eigentlich alles an. Es gibt eigentlich keine falsche Variante. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Auch mit der normale Möglichkeit. Mhm. Rechts schon mal einen kleinen Ausblick auf Palito Bay. Alles so klein von hier oben. Und jetzt gleich der, nein nicht Überflug, aber der Vorbeiflug an der Militärbasis. Wir machen extra einen kleinen Bogen aus Sicherheitsgründen. Mhm. Ja. Auch sehr schön bei Nacht. Und dann leuchtet. Echt, was ist mit Herrn Weiß? Der wurde heute eigentlich irgendwie Variante abrunken oder so. Der hat bestimmt viel zu tun gehabt. Fahrradfahren. Das ist ja ansonsten ein Schwergebiet. Da kommt man ja sonst nicht drauf. Haben die auch keinen Tag der offenen Tür oder sowas? Das ist wie Tag der offenen Tür im Gefängnis. Das macht relativ wenig Sinn. Oh, okay. So was schön dummes sagen. Oder Tag der offenen Tür im Uro. Das ist auch so ein Klassiker. Links sieht man jetzt, wenn man mal ein bisschen an den Bergen vorbeikommt. Es ist Ariane. Was soll ich machen? Die Weinberge oder das Weingut. Ist natürlich erst bei Nacht ein bisschen schwer erkennbar durch Dunkelheit. Links entsprechend auch das Lago Sankuro. Namen geben für das Fort Sankuro. Durch dieses ganze Sumpfgebiet schimpft sich Lago Sankuro. Und entsprechend wurde halt auch dann das Fort Sankuro danach benannt. Jetzt fahrt mich ein Feuer durch. Jetzt werde ich mal ein bisschen eindrehen. Und rechts an Tchumisch vorbeifliegen. Angefangen mit Nord Tchumisch. Larry, guck mal, der Pier. Das sieht richtig, richtig schön aus. Und weil, da haben die echt schöne Sachen zu verbinden. Ja. Auf dem Pier war ich tatsächlich auch mal hochzeitstechnisch involviert. Und hab auf den Ort eingeflogen. Mit dem Wasserflugzeug. Bin ich über die Hochzeitsgemeinde drüber geballert. Das war schon... Wie cool. Das ist natürlich auch cool. Das war schon einmalig. High up wird jetzt immer teurer werden. Aber kurz kennen wir oben, bei Mount Chili hat oben das, naja, das Dorf. Ja. Mit den komischen Zeichen an den Türen. Äh, das Dorf. Sie meinen die Bergstation? Ja. Nein. Oder das, ähm, Ludistencamp. Das meine ich. Das kenn ich. Da gibt es ja auch eine schöne... Äh... Naja. Eine, eine schöne... Klein Plateau. Mhm. Glauben Sie, man könnte da mit dem Flugzeug ja so einen Fallschirmsprung eintöten? Äh, man kann einen Fallschirmsprung machen, aber mit dem Flugzeug da an der Ecke würde ich nicht rumsehen. Wie viele Berge? Ja, sie fliegen ja hoch. Sie fliegen ja höher. Ja, das, das kriegt man schon. Ja, das kriegt man schon. Entschuldigung. Oh, komm, schau mal. Hier blinkt es eigentlich. Ja. Unter uns, ähm, entsprechend jetzt das Delpero Pier. Wow. Das Delpero Pier trennt Westpucci Beach und Delpero Beach. Mhm. Und Westpucci Beach ist ja tagsüber dafür bekannt für, klar, den Müllsammler, für den Strandjob. Ähm, ist aber auch dafür bekannt, dass man sich einfach mal entspannt, ein bisschen vom Alltagsstress runterkommt. Ist natürlich sehr populär, also man ist da nicht für sich. Muss man gestehen, aber dafür hat man halt relativ schnell einen schönen Strandfutter ausführen. Mhm. Unter uns die Mace Bank Arena und links schon die Innenstadt. Man ist das schon die ganze Zeit erkannt. So, muss verraten Sie mir mal, wie hier am besten ist. Bitte was? P.D. erkenne. Was ist P.D.? Ja. Jetzt sind wir hier hinten. Genau. Das ist jetzt Southside. Genau. Das ist jetzt Southside und Rancho. Ähm, es gibt gut erkennbar in diesem großen Quader, der jetzt links von uns ist. Ja. Gibt es auch nochmal in P.D. und M.D. Station. Das ist dann das Davis P.D. und das Davis M.D. Jetzt machen wir einen kleinen Schwenker über La Mesa. Beziehungsweise hinter uns Cyprus. Schön. Mary, ich genies gerade das mit dir. Mhm. Ich kenn so viele Sachen hier immer noch nicht. Oh doch, hier unten ist der Mero Park, oder? Genau, rechts ist der Mero Park. Ähm, war früher mal ein Wasserreservoir, wurde dann aber zum Parken gewandelt, weil die Kapazitäten ganz bringbar. Ah, wie süß. Wurzloh. Als die Stadt gerade neu sich hundert wurde, war das tatsächlich früher in einem Wasserhasservoir. Ich verstehe. Jetzt lenken wir einen über Weinwood. Mit dem Weinwood Boulevard direkt jetzt unter uns. Ja? Stoppen Sie mal ganz kurz mit uns. Ja, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Ganz kurz. Nein, ich meine mitreden. Achso. Mary. Ja? Du kennst das echt. Wunderschön. Oh, dankeschön. Ich kann mir die jetzt gerade, ich sehe sie jetzt gerade so. Echt schön. Okay. Wollte ich dir nur sagen, okay. Jetzt weißt du, wieso ich die unbedingt vorlese? Ja, das verstehe ich jetzt. Okay, links, äh, rechts. Alter, ich hatte jetzt schon Angst. Ich hatte jetzt schon Angst. Und jetzt auch rechts das Observatorium. Okay, der Chat auch. Schöner Vorbeiflug. So, ja. Geh. Jetzt, hä? Was? Entsprechend die ganzen kleinen Villen. Kant für Rockford und Weinwood. Ja. Und jetzt werden wir einmal eintreten. Alter, das ist so ein, ne? Auf der linken Seite entsprechend auch das Weinwood sehen. Der macht alle wahnsinnig, ey. Das hat der extra so angedeutet, einfach. Ah. Und jetzt lenke ich ein. Auf der linken Seite, wenn sie jetzt rausgucken, sehen sie die Beingeide. Ja. Oh, ja. Oh. Ein wenig versteckt, aber man erkennt's. Ja. Das stimmt. Schön. Da müssen wir irgendwo noch die Militärbasis sein. Das heißt, wo es war vom Vier drin. Genau, links ist noch ansprechend die Militärbasis. Genau. Und jetzt werden wir einmal über den Mount Josiah. Wie gesagt, den Chat hat er gerade in eine Stuhlkante. Wie gesagt, den Chat hat er gerade in eine Stuhlkante. Also, Querstrich auch ein bisschen drüberfliegen. Äh. Man erkennt, warum man diesen Berg nicht wirklich gut... Ja, ich will jetzt das Wort besteigen, nicht im Mund nehmen, aber... Warum man da nicht wirklich gut hochkommt. Es ist sehr felsig, sehr, sehr schroff. Wenn man draufklettern möchte, es geht. Dann aber nur von der Küstenseite. Da kommt man sogar mit dem Fahrrad hoch. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich muss niesen, verdammt. Ich muss niesen. Ich muss niesen. Weg! Gut, rechts ist nochmal der Blick auf Sandy Shores. Sandy Shores ist richtig schön. Was ist es auch? Von hier aus wirkt so leer. Oder? Alles so klar, aber alles wirkt so leer und klein. Ja. Sandy Shores war ja tatsächlich früher mal eine Touristenhochburg. Bis in die 1950er Jahre. Wirklich? Ja. Ja. Da hat jemand seine Hausaufnahme gemacht. Ja, ich hab noch ein bisschen mehr von den Infos. Hauen sie raus. Dann erfährt er irgendwie was. Also bis 1950 war Sandy Shores eine Gemeinde, die primär vom Tourismus geliebt hat. Aus nicht weitererfindlichen Gründen ist dieser Tourismuszustrom aber dann irgendwann ausgeblieben. Und seitdem ist halt diese Sparte weggebrochen. Oh, schade. Ja, ist tatsächlich ein bisschen schade. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal auf meinen Spickzettel gucken, um die Einwohneranzahl nochmal auszusuchen. A wäre ich fliege lieber. Acht. Und das war jetzt die Passage zwischen Mount Gordo und Mount Chilliard. Boah, ich hab ganz weiche Knie hier. Und jetzt kommt der Überflug über Paleto Bay auch ein sehr, sehr schöner Überflug, wenn ich ehrlich bin. Ah, es reicht doch so schön. Richtig. Paleto Bay hat ja mittlerweile seine Stellung gefunden hier im Norden. Zum einen für die Industrie, zum anderen auch ein bisschen Tourismus und Erholung. Zum anderen natürlich auch durch Paradise Outdoor, eine Menge mit Natur hier im Canyon verwunden. Aber auch Wohnen und Arbeiten geht hier ganz und normal leben geht hier auch ganz gut. Durch Bruno Splitstop zum Beispiel. Sind hier viele Häuser? Relativ, ich glaube da ist auch noch eine Menge im Aufbau aktuell. Ah, schön. So. Und jetzt machen wir nochmal einen kleinen Überflug für das Ludistencamp. Das der Herr Skinner eben gerade schon mal besprochen hatte. Ja. Und dann werden wir auch den Landanflug ansetzen. Sind schon 20 Minuten rum oder nicht? Das geht schneller als man denkt, ja. Scheiß. Bis wir landen sind es 20. Und jetzt links gleich unter uns, nicht dass das verpassen, das Ludistencamp. Ja, aber wenn wir hier jetzt hoch in den Luft fliegen, dann könnte man auch hier mit dem Fallschirm abspringen, richtig? Theoretisch ja. Ja, man kann mit dem Flieh, man kann ja noch höher fliegen. Richtig. Wir wollen auch dem nächsten Fallschirm anbieten, da würden wir dann auf 7.000 Fuß ungefähr steigen. 6.000, 7.000 Fuß. Perfekt. Dann hatten wir auch noch ein paar Minuten. Ja, das ist dann vor allem ihnen überlassen, ob sie dann den Fallschirm direkt ziehen und auf großer Höhe noch ein bisschen rumleiten. Oder ob sie den dann erst kurz vor Boden ziehen und dann halt direkt eine Menge Freierfall haben. Boah, das hört sich ja total aufregend an. Das ist es in der Tat. Entschuldigung. Wenn nö, dann sprechen sie auch den richtigen Anfall. Die erste Minute ist offensiv fremdlich, wenn man sich aus dem funktionierenden Flugzeug ausstürzen sollte. Ja. Ohne Grund. Nervenkitz. Nervenkitzel. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich brauche schon einen Anruf die ganze Zeit. Ja, ich kann jetzt nicht. Das ist schlecht. Wir werden jetzt einen Landanflug ansetzen. Wie gesagt, es kann noch mal die Kölnchen kommen. Ich fliege gerade, ich kann noch nicht. Aufliegen. Mann, Entschuldigung. Scheiße. Nicht erschrecken, wenn es ein bisschen ruckert. Das sind die Fallwände von Maunsch. Hecht übrigens noch im Landanflug sieht man ganz gut. Das ist Fischerdorf. Ja komm, man darf in die Luft, darf mein Handy schon anmachen. Das geht noch eben so wenig immer, ne? Das fand ich auch. Und jetzt werde ich mich mal ein bisschen zurückziehen, weil ich landen will. Ja. Ja, Entschuldigung. Oh, das war jetzt ein duber RT-Fehler. Ja, dann tut es mir leid. Das ist... Ah, hab ich voll nicht dran gedacht. Willkommen zurück in Graveseed. Es war meine Ehre, Sie geflogen zu haben. Bitte bleiben Sie noch so lange sitzen, bis der Rotor komplett zum Stillstand gekommen ist. Aus nachvollziehbarkeit. Das hat er am Anfang nicht gesagt. Dann bedanke ich mich für den Flug mit uns und würde mich freuen, Sie bald wieder an Bord und bis zum Glück. Das haben Sie echt gut gemacht. Ja, auch super erklärt. Das werde ich alles weiterempfehlen. Wenn Sie noch Fragen haben, wie gesagt, fragen Sie noch zu irgendwelchen Ortschaften. Jetzt kann ich noch mal nachgucken, jetzt kann ich noch mal spicken. Mary? Ja? Zum Beispiel, dass Sandy Shores aktuell von 3.010 Menschen bevölkert wird. 3.010? 3.009. Ja, 3.009. Jetzt hatte jemand gestorben? Ja. Oh, das war eigentlich nur ein Witz. Okay. Entschuldigung. Die alte, die alte Ballerina. Die ist friedlich eingeschlummert und heute Morgen. Okay. Okay. Ja, dann sind es 3.009. So ist das nun mal. Gut, aber die Zahl an sich ist auch schon veraltet. Also das wird auch wahrscheinlich nicht mehr 3.010 sein oder 3.009. Machen Sie sich da keine Gedanken? Okay, wir machen uns keine Gedanken, bitte. Gut, ich werde nochmal aussteigen und legen die Tür aufmachen. Dankeschön. Danke. So, bitteschön. Komm, warte. Ich geh vor und dann helf ich. Okay. Puzzi, vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Ja, komm. Vielen Dank für den Raid. Ja. Wow, wie sportlich. Also ich hoffe auf jeden Fall, es hat ihnen Spaß gemacht und sie konnten schöne Bilder aufmachen oder einfach Zeit verbringen. Ja. Dankeschön. Waffelküsst du ja schön. Gerne. Gerne, gerne. Dafür sind wir da. Ja. Okay. Dann warten schon die Nächsten. Na dann, ähm. Dankeschön, Wurz. Gerne. Dann noch einen schönen Abend auf jeden Fall und pass auf. Okay. Dann sind wir uns die Tage. Auf jeden Fall. Alles klar. Puzziküsst du ja. Tschüss. 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 Alles okay. Ein bisschen wackelig. Ja, ich bin froh, dass wir nicht gestorben sind. Ich hab voll vergessen, mein Handy auf Glückmodus zu stellen. Und, wie war's? Was machen die an meinem Auto? Wieder flexen. Mach dir die Tür auf. Und war's schön? Ja, kann man sagen. Das freut mich nur. Wir sind als nächstes dran. Oh, ist der Scheiße da. Der macht das schon recht gut. Ich denke, sie haben auch ihren Spaß. Und vor allem... Sollen schon Puzzi ganz die Küsschen im Parnschiff wieder... Oh, das ist ja lieb. Ja. Bin gespannt. So, ich muss mich... Ich danke ihm. Ich danke ihm. Ich merke grad, dass ich wenig schlafe. Ich danke ihm. 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 Und Harry, damit hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Ich bin ein bisschen perplex. Von Flex, perplex. Jawohl. Nein, nicht vom Flex. Ach so. Nicht vom Flex. Wir haben die ganze Zeit nichts mehr zusammen gemacht. Großartig. Und dann kommt direkt, so. Was? Ja, warum nicht? Als wärs nicht anders gehen müssen. Ja. Wow. Was war das? Warum bist du so komisch gefallen? Ich wollte mal kurz blenden. ach so das kann gefährlich sein was machst du denn ich weiß auch nicht was in mich gefahren ist ich kam aus Versehen auf den Knopf ja du willst aber nicht wirklich Fallschirm springen irgendwann oder ich habe nur gefragt ob es möglich ist zu welchen Anlass soll ich denn da runter springen einfach so ja natürlich das macht man beim Fallschirm springen Larry das ist selber gesagt den Nervenkitzel ja das stimmt wenn die Nerven kitzeln mach nichts gefährliches ja nein versprochen mach ich nicht wenn dann bist du in irgendeiner Art dann bist du auch nichts gefährliches machen dann musst du auch nichts gefährliches machen das einzige gefährliche was ich mache ist viel Geld für mein Konto abzuheuen und eine Kette kaufen Larry ja stimmt mal gucken wann ich es bereuen werde glaubst du wo ist das Armband eigentlich an meinem Arm an meinem rechten ach so ich dachte du hast dir die Kette einfach schön drüber gelegt aber das ist ja wirklich ein ganz passendes Stück dazu ja schön oder ja das stimmt ich war verwundert weil ich habe Ketten anprobiert eigentlich nur so aus Spaß als ich die schwarze dann gesehen hatte dachte ich das passt irgendwie zu allen Sachen die ich ja immer so anhabe mhm na ich verstehe ja das stimmt ach du hast einfach guten Geschmack aber ich muss trotzdem noch mal sagen das war's das Oberteil das steht dir so gut ja deswegen habe ich es tatsächlich auch noch an du hast ja so viele Komplimente darüber gemacht dass ich dachte ach ich lass es einfach mal an ja ich wollte mich auch mal ein bisschen wie sagt man lockerer anziehen boah das steht dir so gut Larry das sieht so aus als würdest du jetzt ein 24 7 überfallen ja 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 in der Besprechung aber er hat mich noch nicht warum hat er irgendwas Persönliches ich rufe ihn jetzt an soll ich ja versuch's mal wollte ihm schreiben lassen ach das war Melody wie wo warst du fliegst da gibt es ja okay ich warte danke Audi naja er ruft gleich zurück hat er gesagt Harry okay warst du unbekannt tut mir leid dass mit Brian was möchtest du denn noch gerade machen du wolltest glaube ich noch warte mal bei welchem shop müsstest du in für dieses Oberteil was du gesehen hast nein es hat sich wirklich erledigt Harry jetzt mag ich das Oberteil der Segenabseher ich dachte nur wenn ich vielleicht was Rotes anziehe aber haben die tatsächlich nicht die haben nur sowas das aussieht wie Unterwäsche das fand ich nicht so schön äh okay also nicht so dein Fall ich will nicht mehr Unterwäsche rumlaufen nein okay Harry hast du Durst ich hab grad getrunken okay sonst könntest du in das gekühlte Handschuhfach greifen da hab ich noch was drin kannst du dir was rausnehmen wow ja davon hab ich aber tatsächlich noch eine alles gut ah ja okay ich finde kann man hier genug werden ja ja wie war die Arbeit heute wie war die Besprechung ja die Besprechung war lang und äh naja manchmal frage ich mich warum die Leute denn nicht einfach nur das erzählen was wichtig ist und nicht immer irgendwelche Romane das ist ja fast so wie meine Nachrichten die ich da schreife hm die finde ich immer schön das ist immer doch recht lang was sagst du denn mittlerweile zu meinen ähm deine Nachrichten Zeichendingsdinger heute hast du ein Telefon okay Steve howdy ja sie wollten mich sprechen hab ich schon mehrfach gehört einmal hatte ich einen Anruf von ihnen drauf das war vor paar Tagen dann wollten sie mich sprechen sagte mir Missbahner also Harry sagte mir das gerade im Schlaf steht da super und ähm ja okay gut ich hab den Kopf mal ja schon ansprachen gehalten das Thema ist schon wieder durch ich hab auch so geschrieben nicht dass er dich ausnutzt dass sie geschrieben nein nein tut er nicht ich liege neben ihm ganz im Bett die ganz viel Spaß und Schlaf ich wollte schreiben dass das PD ihn ausnutzt nein ich mein dass das PD ihn ausnutzt oh mein Gott okay hm was sollten sie mir ausrichten oh nein oh nein er hat jetzt den Traum warum glaub ich ihnen das jetzt äh oh nein okay ja ich bin verstört Harry er muss ein Motor ausmachen er sollte mich mit in den Norden nehmen heute dass ihm Worte sprechen ich weiß nicht was er jetzt anderes meinen könnte er hat mir gerade erzählt er hat mich halt gefragt was ich geträumt hab ja ja und dann erzähl mal was du geträumt hast nein das ist mir peinlich ich weiß nicht ob du da irgendwas deutet ist und es ist mir vertreiblich also also es kam ein äh ich kam klein und nackt zu dir nein du warst nicht klein und hatte Flügel an meinem Arsch du bist damit geflogen aber du hast ihn nur in deinem Hintergrund gehabt warum träum ich sowas will ich vielleicht ein Wellenskinner Wellenskinner? Sittich Skinner nein oh mein Gott es tut mir so leid aber so ist ganz schön gut aus in meinem Traum jetzt abgesehen von den ähm Vögeln ähm ich hasse Herr Weiß warum erzählst du eigentlich dem Herrn Weiß solche er hat gefragt was ich er hat gefragt was ich geträumt habe ach so und wenn ich jetzt äh wenn ich jetzt ähm keine Ahnung wenn ich jetzt aus der Sauszeit einer fragt hey entschuldigen Sie was haben Sie denn geträumt dann erzählst du das doch auch nein der macht mich doch immer so nervös und immer wenn ich den anlüge weiß der das kannst du einfach sagen du möchtest nicht darüber sprechen dann bohrt der dann sag einfach haben Sie geträumt ich träume ihn nie fertig dann fragt er auch gar nicht mehr dann weißt du ja dass ich lüge aber ja ich will zu ja naja aber es ist irgendwie ist es schon mal lustig weißt du ich finde ich finde es auch gar nicht so schlimm er hat sich aber nicht so angehört ich habe ein ganz schlechtes Gewissen nein ich wollte einfach nur wissen was du geträumt hast vielleicht hast du noch mehr Details die einfach lustig sind und wir können darüber lachen naja dein Hintern hang die ganze Zeit so in der Luft und alles andere hang unten und naja das war so komisch weil das waren ganz kleine Flügel das waren gar keine großen Flügel sondern nur kleine und dann flogst du halt einfach vor meiner Haustür auf und ab und ich war total verwirrt musste ich die Flügel schnell schlagen um in der Luft zu bleiben also wie ein Moskito oder musste ich die ähm langsam das war schnell wie in so einem Comic weißt du kennst du das wenn im Comic einfach so so Viecher irgendwie einen Propeller am Hintern haben und damit so hochfliegen so in etwas sah das aus ja mhm okay also also haben die Flügel nicht gefächert sondern eher wie ein Propeller sich gedreht ja jetzt wo ich darüber nachdenke schon vielleicht war es doch ein Propeller und keine Flügel warum träume ich denn so was von dir Larry ich weiß es nicht wo kam das heute her schon wieder ja fehlt dir etwas ich denke nicht okay könnte ja sein so ganz unterbewusst vielleicht fehlt dir unterbewusst noch irgendwas mehr Nähe oder so so wie wir nicht gesehen haben vielleicht lag es daran und mit Flügeln mit Flügeln kann ich mit Flügeln an meinem Arsch kann ich schnell zum Dienst und schnell vom Dienst wieder zu dir vielleicht hat es damit zu tun gehabt kannst du dir bitte Flügel wachsen lassen oder entplantieren lassen ja und was habe ich dann wenn ich in einem Misthaufen fliege das sag ich nicht Kotflügel ist doch scheiße nein ja weißt du mhm Mary du solltest eine Sache über mich wissen ja was denn ich stelle mir sofort immer alles bildlich vor deswegen solltest du sowas wirklich nicht sagen weißt du was das Problem ist was denn ich stelle mir solche Dinge auch immer wenn ich so Geschichten höre und ja ich habe es gesehen im Traum ich bin immer ganz tu mir dann was soll ich denn sagen ich tu mir dann manchmal immer ganz schwer Sachen nachein zu interpretieren okay gut knutschen nicht hupen ich habe gesagt knutsch gut ist denn alles abgeschlossen bei mir ist die ja ich kam da jetzt einfach gerade hin ja ich komme rum bitte schön danke schön immer noch komm Mary wirklich aber klar oh mein Gott das muss mir viel öffnen ja dafür musste ich jetzt den ganzen Tag warten es hat jemand geklappt es hat jemand geklappt geht schon wieder solltest du ein bisschen mehr Magnesium zu dir nehmen das ist ein guter Tipp danke was du alles weißt ja ja wundere ich mich manchmal auch wo möchtest du denn noch hin willst du spazieren fahren ja ja bitte willst du fahren nein okay war nur eine Frage wärst du happy wenn ich mal fahren würde du wärst doch auch happy wenn du das fahren würdest das glaube ich jetzt nicht unbedingt aber wenn du dich glücklich machst versuch es das nächste Mal wo möchtest du denn hinfahren wie viel Zeit hast du Mary fahren wir einfach dann fahren wir einfach wow guck mal ich hör ich hör da doch was so ein Flugzeug ja ich weiß nur nicht wo irgendwo hinter uns in der Luft oder so da bestimmt wird es ein Pärchen von gerade ich denke weißt du wo wir hinfahren können lass uns doch nochmal zum Steg fahren zum Steg gute Idee mhm okay ja geht's dir gut geht's dir gut ja 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 ach jetzt hab ich die Handbremse zu lange gezogen ich hab heute wieder ein schönes Parkmanöver ich wollte gerade sagen weißt du noch wie cool du mal bei mir geparkt hast da hab ich zu viel gesagt mal guck mal das ist mein Freund es hat sehr gut gepasst das fandst du cool ja ja leider muss ich zu gehen ja aha okay ja ich fand's ja auch cool weißt du wie das Schöne ist mhm das Schöne beim Flexen ist ich meine man kann sich ja auch selbst beflexen das finde ich ja auch immer ganz nett wenn dann was klappt aber noch schöner ist es wenn man etwas ankündigt und es auf Ankündigung klappt wenn es dann ah ja ja ich sag so das mach ich jetzt ja und wenn es dann klappt so einfach so ja cool wenn es daneben geht ist immer ein bisschen scheiße ja aber du hast das Auto schon gut in der Kontrolle ja ah Mary Mary ja du fährst auf diesen Huppen ach Verzeihung die Hose ist so eng du solltest das nicht tun oh und ist sie denn mittlerweile wieder ähm warst du du schon da mit oder waren ne immer noch nicht na dann ist sie ja schon wahrscheinlich ganz verschwitzt nein nein ich drehe die immer um und lasse die erst mal auf dem Bett liegen dann trocknen die meistens ich schwitze nicht so viel Mary okay ich hab heute zu viel gesagt weißt du wir waren am Strand dann standen wir ein bisschen im Meer dann sind wir rausgegangen dann meinte ich zu ihr oh mein Gott meine Hose riecht jetzt unten total nach alten Fisch und sie hat verstanden meine Hose riecht nach alten Fisch und dann hab ich gesagt äh nein nein ich rieche ab und da meinte sie du solltest dich waschen da hab ich ihr gesagt nein ich bin immer sehr sauber und das sieht theoretisch aus von meinem Intimbereich aus auch essen könnte dann hat Fee ganz komisch reagiert was hat sie denn gesagt? naja weißt du ach ich sollte das bestimmt nicht sagen ich vergesse manchmal dass Fee ähm dem weiblichen Geschlechtsjahr zu geneigt ist oh ich verstehe ja findest du sowas schlimm? nein gar nicht aber ich frag jetzt nächstes mal nicht mehr ob du schmackst nein bitte nicht und hier riecht es auch jetzt nicht nach alten Fisch okay das war einfach nur ein soverspruch den ich jetzt sagte ähm okay also sie ist dem den Frauen nicht abgeneigt und sie steht auf dich nein sie macht mir tatsächlich viele Komplimente also steht sie auf dich ich weiß nicht wir reden auch viel über dich ich glaub nicht dass sie direkt auf mich steht aber sie redet über mich damit mit ihr meine nicht vorhandenen Schwachstellen findet und sie dann gegen mich nutzt um dich zu haben nein das wird sie nie machen oh das ist ja wirklich spannend okay wenn du das sagst bin ich berühmt ja aber ihr sind's beide Geschlechter vielleicht wissen sie ja auch was von dir vielleicht ist das ihr Masterplan no chance aber wie gesagt da findest du was ja nicht schlimm oder du meinst dass sie so ist oder so tickt wie sie tickt genau genau das finde ich nicht schlimm ja ich meine es gab ja auch beim Medical Department gab es ja auch den ein oder anderen Herrn der auf andere Herren stand ist halt so wohin naja wo die Liebe hinfällt was wie Gefühle so sein können ja für mich wäre das nichts na hätte ich jetzt auch bei dir gar nicht vermutet oh mein Gott als ich dieser Mädchengruppe damals gesagt hätte dass du tut mir immer noch leid das war eine blöde Kurzschlussreaktion ich musste gerade kurz dran denken ja ich bin aber nie angesprochen worden darauf Mary wollte es dir die ganze Zeit sagen da musste ich dann irgendwann doch die Wahrheit sagen die waren alle so hübsch und ich konnte nicht und das war alles ganz schwierig damals ja ich verstehe du warst irgendwie die ganze Zeit immer Thema ja irgendwann ist ja auch mal gut oder also man muss ja nicht immer Tee passen aber ich fühle mich geehrt du bist bestimmt nach Thema du bist bestimmt nach Thema bei ganz vielen Frauen in der Santas weißt du was Mr. Woods heute im Dienst gesagt hat nein also Mr. Woods ist ja auch immer im Spd das weißt du noch ich hab's mir gedacht ja so er rief mich an und sagte dass irgendein Herr nach mir gesucht hätte weil er meinen Howdy oder einen Howdy hören keine Ahnung wie auch wie auch immer wie auch immer ich hatte doch mal Taxifahrer getroffen die hätten alle gesagt dass ich wohl irgendeine Art Kultstatus habe also die einreisenden Leute naja was auch immer ich scheine eine Attraktion zu sein ja und Woods meinte mittlerweile ich hätte sowas wie einen Legendenstatus das ist ich glaube langsam übertreibend solange du nicht abhebst ist alles in Ordnung nein also ein bisschen flexen mit dem Auto aber mehr muss es auch nicht sein ja mit dir könnte ich ja auch also da aber das mache ich nicht weil da die Leute vor Verzweiflung ins Meer stürzen naja weißt du Harry mit dem ich mit dir zusammen bin wurde ich tatsächlich ganz komisch ich habe das Gefühl mich guckt auch gar keiner mehr an weißt du wie ich das meine ja als Frau mag man also nicht man mag es nicht angeflirtet zu werden aber man mag das also man mag es zu wissen dass man noch attraktiv ist das passiert mir gar nicht mehr aber aber ich bin doch noch attraktiv oder das sage ich dir doch jeden Tag mit mir sehen ja naja nicht jeden Tag jeden zweiten Tag jeden Tag ist zu viel oder oder es reicht auch nein ich muss dir das immer sagen weil wir lange nicht mehr hier stimmt Harry oh muss natürlich das Auto abschließen richtig und Harry schon wieder vergessen? jetzt habe ich es nicht vergessen da kann ich mich ja noch erinnern die Mülltonnen ja fliegen ich hatte überlegt ob ich die ganzen Mülltonnen zur Seite räumen aber ich wollte mein Kleid auch nicht schmutzig machen mit einer habe ich es getan mit einer Mülltonne die habe ich einfach zur Seite gerollt du wolltest es tun ja 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 ich wollte es tun ich verstehe und da habe ich gewartet mhm da oben hat es so nach Sprung gebrochen ja aber es war ganz schön peinlich oder? überhaupt nicht oh schau mal Harry links auf der linken Seite ist das denn deine Insel oder was soll das sein? wo denn? das schwimmende grüne Ding da das schwimmende grüne Ding ich habe leider nicht so gute Augen Larry oh okay dann nicht so schlimm okay aber jetzt will ich es aber wissen hey ich bin die mit 128 Gigabit RAM-PC warum sehe ich das nicht? hm ich kann nicht glauben dass ich gerade geflogen bin ja Harry du bist gerade geflogen das war wirklich eine Überraschung das freut mich ups oh schön wieder hier zu sein ja und da da war ich dann angerufen das stimmt gut dass er jetzt schon vorher angeht ja du sollst ihn doch dann bitte anrufen ja wenn wir das geklärt haben ach man weißt du was ich rufe ihn an und ich mache es genau hier ja an der weißen Stelle ja genau so bin ich mal gespannt ich auch Frau Barnes ich sitze in einem Helikopter wie kann ich Ihnen denn helfen? echt? fliegen Sie mal über uns wo sind Sie denn? in Chumash am Pier in Chumash am Pier ja fliegen Sie mal dahin wir verschwenden gar keine Steuergelder ja wicken Sie mal ja haben Sie mir das Geld schon überwiesen Herr Weiß? ja das Geld habe ich Ihnen überwiesen was ist das denn? ein Funkloch okay falls da ein Helikopter hier rüber fliegt dann hat er nicht gelogen er hat gesagt er hat das Geld schon überwiesen und dann hat er gesagt oh hier ist ein Funkloch und hat es schön aufgelegt oh okay ich kenne das ja mittlerweile schon da kommt jetzt dann gleich hier rumgeflogen er hat gesagt fliegen Sie doch einmal über uns drüber äh meinst du der kommt? nö eigentlich nicht das wird man doch schon von Weitem hören oder? Helikopter? ja zumindest hat man von hier einen guten Blick wenn da sowas auf uns zugeflogen kommt hm bist du schon mal Helikopter geflogen? mitgeflogen hm hast du mitgeflogen? das ist das Einzige was nicht so mein Fall ist das Selbstfliegen ich fliege gern mit aber Selbstfliegen ist nicht so mein Fall und hat man auch viel zu viel Verantwortung richtig? das ist nicht so schlimm damit kann ich leben aber ich ne dafür habe ich einen Bootsschein Bootsführerschein wow cool ähm Larry? ja da kommen Sie oh wow der hat ja wirklich nicht gelogen ja oh man wird schwindelig was machen die? was machen die? die fliegen kreis oh was für ein angehmer Jo haudy wow ok das war schon irgendwie cool das hat er schon das war ein cooler Move muss ich schon sagen wer fliegt gerade her? Herr Piersen? kann das sein? bestimmt das hat hab ich am Telefon gesagt Das ist ein bekloppter Abend, schön. Ja. Der Chief weiß schon, wie er sich in Szene stellen muss. Ja, der hat anscheinend aber auch sehr viel Spaß, oder? Der hat bestimmt mal so einen Lehrgang gemacht. Einen Lehrgang? Eine Ausbildung. Meinst du, der kann das auch fliegen? Nee, ich meine, wie kann ich mich als Geilsten profilieren? Ich meine, er macht es ja nicht, er macht es ja auch nicht doof. Ja, ich kenne aber noch jemanden, der es gut kann. Was ist denn jetzt schon wieder? Okay, ich habe mich wohl verhört. Ja. Du musst es doch auch immer. Mach ich das wirklich? Natürlich. Komm, deine Auftritte sind schon nicht ohne. Naja, ich bin einfach so, wie ich bin. Weißt du, meine Mutter hat immer früher gesagt, das Wichtigste ist, den Leuten guten Tag und auf Wiedersehen zu sagen. Hm. Ja. Das sagst du doch nicht. Ich mach das regelmäßig. Nur sag ich halt nicht guten Tag und auf Wiedersehen. Ich sag... Howdy. Und dann nochmal Howdy. Ja, und dann nochmal Howdy. Richtig. Bist du der Einzige, der das sagt? Also von den Leuten, die du alle um dich herum kennst? Also ich denke mal, ich bin der Einzige, der da bin ich. Naja, der hat das schon sein Leben lang sagt. Hm. Da hast du vielleicht Leute damit angestellt. Bei den anderen, ja, ist das so ein... Nennt man das? Momo. Ja, weiß ich nicht, wie man das nennt. Naja. Wie. 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 Ach, Larry. Weiß ich nicht. Ja. Du alter Mann. Hey. Die Häuser da sehen doch schön aus, oder? Ähm, was sieht schön aus? Die Häuser da vorne. Ja, die sehen schön aus, Harry. Müssen wir mal gucken, dass man so ein Häuschen gleich mal bekommen könnte, hm? Ja, ich glaub nicht. Die Leute, die auch im Wohnraum haben bestimmt ganz viel Geld. Naja. Ich hätte... Ich mein, ich könnte ja das Auto eintauschen. Ich bin auch nicht wahnsinnig. Ich spare mir ein bisschen... Ich spare jetzt mal... Ich spare jetzt mal wieder ein paar Wochen. Dann kaufe ich so etwas. Wow, Larry. Du bist so eingebildet manchmal. Hey, was denkst du, wie teuer die Kette war? 510 Dollar. Nein. Na, 502 Dollar. Nein. Achso, das hab ich nämlich vorhin verstanden. Also, sag das. Nein, Herr Weiß schuldet mir nach 502. Die Kette hat 700 gekostet. Das sind für dich bestimmt Peanuts. Wow, so viel. Naja. Da muss ich schon zwei Tage arbeiten. Was denn, Larry? Das ist ein David, den ich kennengelernt hab. Also, zusammen mit Fee. Das ist ein Freund von Frau Collins. Mhm. Und dann hat er geredet, ne? Ja. Und dann hab ich irgendwann gesagt... Oh. Entschuldigung, dass ich es anspreche. Ich hab da erinnerst mich. Irgendwie mein Ex verlobten. Und dann meinte er... Ja, und mein Vater, ob das ein Kompliment ist. Dann hab ich gesagt... Naja, wie man es nimmt, gemischt eher so. Und dann meinte er... Oh, Duncan. Oh, nee. Da ging das die ganze Zeit so weiter. Da wollte er meine Nummer. Wegen, ähm... Ich sollte ihnen die Liste schicken von... Ne, irgendwie wieder von ihr in die Nummer. Ach, ich hab keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall um die Party, keine Sorge. Und... Dann hat er gesagt... Fünfe, Fünfe, Fünfe. Und es ging dann die ganze Zeit so weiter. Super gruselig. Also, ich glaube, ich bin nächstes Mal... Ich bin am Freitag sehr pünktlich da. Warum? Mal ein bisschen aufzupassen, welche Typen da sich da ranschleichen. Ach, der war ganz lieb, wirklich. Ganz lieb sind sie immer am Anfang. Nein, das sah auch so lieb aus. Aber... Findest du das nicht auch komisch, dass er irgendwie so wie Eddie redet? Hat sich aber ganz anders angehört. Ich hab ihn gefragt, ob er einen Eddie Tyler kennt. Dann hat er gesagt... Ja. Das fand ich ganz seltsam. Ja. Vielleicht war es ja auch einfach nur... Ich wollte ein Streich spielen. Das war nicht Eddie, nein. Hm. Ich glaub aber, die beiden kennen sich. Ja. Er meinte auch, er war sechs Monate weg. Deswegen ist seine Wohnung voller Schimmel. Dann sollten wir die zweimal zusammenführen, wenn die schon beide dann da sind. Ja. Nein, nein, die kennt sich ja, meinte er. Aber... Ach, Mist, das ging ja mit dem Foto nicht. Du musst Frau Collins... Du musst Bus Collins kennenlernen. Unbedingt. Mhm. Das wird dich so erschrecken. Das wird dich so erschrecken. Ich könnte dich so gut damit verarschen und zur Bus Collins sagen. So sollst du da hingehen und sagen, hallo, ich bin Frau Collins. Äh, Isabel. Gibt's da echt jemanden, der sieht so aus wie die... Sieht nicht nur so aus, sondern hört sich auch genauso an und hat die gleiche Art zu reden. Nein. Doch, hundertprozentig. Okay. Sie könnte dich so verarschen, du würdest nicht merken, dass sie jetzt nicht ist. Naja. Ich krieg recht schnell raus, ob sie es ist oder nicht. Ja. Es gibt eine Sache, da kann man es erkennen, aber das würdest du nicht wissen. Es gibt nur einen einzigen Unterschied zwischen den beiden. Was denn? Hat Colin die Mutter mal auf den Puppets? Nein. Wieso? Woher soll ich das... Oh, warte mal, das könnte ich tatsächlich wissen. Ja, ich weiß, deswegen frage ich dich. Nein, ich hab von Nina auch noch nicht den Puppets gesehen. Ich sag's doch nicht, Larry. Das ist so lustig. Ich will wissen, ob du es selber rauskriegst. Also ich weiß, wie ich es rauskriege. Ich lass mir eine runterhauen. Ah. Und wenn es eine ordentliche Schelle ist, dann ist es die richtige Puppets. Ja. Wenn es keine ordentliche Schelle ist, dann ist es nicht die richtige Puppets. Dazu muss ich dir aber sagen, dass ich Nina auch eigentlich ganz stark einschätze. Und das ist so, die ist ziemlich tough, weißt du? Mhm. Hat Frau Conniss dich mal gehauen? Hat Frau Conniss dich mal gehauen? Ich hab sie absichtlich provoziert. Dann hat sie mich gehauen und dann hab ich gesagt, sie schlägt wie ein Mädchen. Warst du danach tot? Nein. Da war ihre Energie schon verpufft. Okay, Larry, dann frag ich Frau Conniss mal. Ach das. Vielleicht lässt sich Nina auch kennen am Freitag. Okay. Vielleicht erzählt dir die The Real Collins dann. The Real Collins? Vielleicht erzählt sie dann ihre eigene Version. Mhm. Bin mal gespannt. Möchtest du heute bei mir schlafen? Oh gerne. Kann ich mir da die schöne Hose anziehen. Ah ja, das ist gut. Und dann schäme ich mich nicht so für meine Bleibe. Für deine Bleibe? Ja. Larry, ich hab ja gesagt, das ist vollkommen okay. Du bist grad am Umbauen. Ja, ist richtig. Aber das macht ja dann immer so den Eindruck. Als würde ich nichts tun. Nein. Naja, ich mein... Ich hoffe, du kannst jetzt mal den Teppich auswechseln. Das hoffe ich auch. Nicht nur den Teppich. Also ich würde mich... Das hört sich so böse an, weil ich würde mich jetzt nicht drauflegen, weißt du? Ach, der Teppich. Können wir eine Decke drüber machen. Können Milben durch die Decke, Larry? Weiß ich nicht. Dass nicht die Freunde meine Fahrung bringen. Okay. Äh, wo wollten wir eigentlich hin? Ach, genau. Weiden, gut. Bist du müde, was? Nein, nein. Ich war jetzt grad wieder auf dem Geburt. Es wäre so ein Geburt im Weg jetzt zum Pidi gewesen. Da will er wieder arbeiten. Bist du oft auf dein Auto angesprochen? Nein. Weil ich eigentlich gar nicht sonst so viel dazu komme, angesprochen zu werden. Weil ich fahre ja sonst den direkten Weg zur Arbeit und direkt ein Weg zurück. Und soll ich mal, soll ich dir mal was sagen? Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, wenn wir uns heute sehen, dass ich dich auch frage, ob du bei mir schläfst. Weil ich glaube, das war mir nämlich schon klar, dass du nicht so viel mit dem Auto im Norden fahren kannst. Also du gehst ja direkt in den Dienst. Deswegen ist es doch eigentlich schön dann, auch wenn es... Naja, es ist eigentlich mein persönlicher Albtraum, so weit zu fahren, aber für dich ist es eigentlich ganz gut, oder? Ah, ich weiß, was du mir sagst. Das ist der Mary, das ist sehr lieb in dir. Ich hatte eigentlich immer ein schlechtes Gewissen, aber eigentlich ist es doch ganz gut. Musst du doch gar nicht. Ja, das war nicht ein langer Weg. Das stimmt. Ja? Frau Barnes, hat es Ihnen gefallen? Ja, ich muss schon zugeben, das sah schon sehr cool aus. Wunderbar, die Spritkosten haben wir jetzt... Also Respekt. ...100 Dollar verrechnet, zwischen Ihnen kommen wir noch 100 Dollar, danke. Der will mich doch verarschen. Jetzt spricht es dann. Herr Weiß? Das war nicht Ihr Ernst, oder? Wetterzettepfund? Herr Weiß? Sie haben es sich überwiesen. Wetterzettepfund? Herr Weiß, ich sehe doch Ihre Nummer. Arschloch. Was ist denn? Wenn er mir das Geld nicht gibt, dann zeige ich den an. Wegen? Ja. Wegen was? Der hat mir den Auftrag gegeben. Habt ihr das schriftlich? Ja, da habe ich sogar schon. Zehn SMS auch? Ja. Ja, dann habe ich schriftlich. Okay. Du bist echt gut. Hast du dein Auto abgeschlossen? Ja, habe ich, Harry. Okay. Warum hast du meinen Namen so dramatisch gesagt? Ich mag den Namen. Ach, es ist einfach, in den letzten Tagen, es war immer viel zu tun und dann tat es mir sehr leid, dass ich in den letzten Tagen dann, als wir uns gesehen haben, dann so, naja, so unkonzentriert war. Ja. Ja, das ist halt so. Du sagst, eine Textnachricht reicht doch. Oder vielleicht kann ich dich einfach zu mir bringen und die Tür aufmachen und du gehst direkt schlafen. Oder? Vielleicht schiffst du auch einfach in den Norden. In den Norden. Bleib ich so okay? Ja. Aber. Ach, ich muss schon was sagen. Ich bin eigentlich ganz glücklich mit dir. Wirklich. Ja, jetzt werde ich aber rot. Oh Gott. Was? Genau reicht. Lillery, hast du jetzt nicht gemacht, oder? Was denn? Nichts. Dir ein Kompliment gemacht? Du hast dir ein Kompliment gemacht? Naja, ich habe für drei Sekunden ein Zeichen von Schwächen gezeigt. So. Es ist offen. Ja. Zusperren. Ja, ja. Und zugesperrt. Hm. Oh, die los ist im Klammer. Sind die so unbequem? Nein, gar nicht. Sehr bequem. Ja, sehr bequem. Ja, sehr bequem. Das sieht besser. Jetzt sieht es wirklich viel bequemer aus. Hm. Hm. Ja, dann. Darf ich mir denn schon was ansehen? Ja, natürlich, Larry. Okay. Du musst gar nicht mehr fragen. Du wohnst da auch schon gefühlt hier. Das ist aber Liebe. So. Ja, ich bin jetzt mit der Rauhung. Oh, ich bin jetzt mit der Rauhung. Oh Larry, mein Schrank ist so voll Ich weiß, ich habe alles immer ganz unten schön in so ein kleines Häufchen geräumt bei mir damit ich mich nicht auftränge Du kannst ruhig meinen ganzen Schrank noch voll aber nicht, ist egal, du drängst dich nie auf Sag mal, wie sieht das aus? Das hat doch auch was, oder? Ich weiß es nicht Ey, mit der Kette, wow Du siehst aus wie eine Meerjungfrau Ohne, ohne Fischschwänzchen Ja? Warte, wo ist meine Schlafhose? Larry? Alles gut? Ja Okay Ja, jetzt muss ich die Kette doch abnehmen Verdammt Ja, nicht, dass du dich oder mich ablützt im Schlaf Irgendwie fühle ich das nie gar nicht So Das ist schön Das sieht gut aus Jetzt habe ich endlich einen Grund, meinen Schrank abzuschließen Ne, kann ich ja gar nicht Na, die Tür sollte reichen Vielleicht kannst du die Truhe verschließen Oh mein Gott, ja, ich nehme die Strickkette doch drauf Kannst du die Truhe hier nicht verschließen So So, warte, warte Wo ist denn meine schöne Kette? Da, 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 da Meine Güte, ist das hier voll? Ja Hey Larry, ich habe deinen Schrank heute aufgeräumt Hast du das gemerkt? Ja, aber trotzdem Also du hattest meine Sachen so fein zu überlegen So ein Eck reingeräumt Das fand ich nett Ja, war ja nicht so viel Eben Kannst du mal ein bisschen rücken? Ob ich ein bisschen Rücken habe? Nein, dann könntest du mal ein bisschen rücken Achso Dankeschön Willst du noch was essen oder trinken? Hm, ne Oh, was Bob, meine Stimme heute Dann müssen wir mal gucken, was ich im Kühlschrank habe Dennis, hallo an alle von Dennis Du hast bestimmt ganz viele neue Sachen gemacht, oder? Ja, lass dich mal gucken Mhm Ja Ja, doch ein bisschen Oh wow, ein Bier, das gönne ich mir jetzt Äh, oder willst du ein Bier? Nö, er trinkst ruhig Okay Guck einfach rein Ich nehm den Pflaumen Wirklich? Hältst du so etwa deine Figur, indem du nur Pflaumen isst? Pflaumen und Sprank? Nö, zwischendurch So ein kleiner Zuckerschub So ein kleiner Zuckerschub Hm Hm Boah, hier hat Dennis so ein schädlicher Ariane hat es genau eine Schlafhose geholt Echt so für die Fangirls hier Das hast du da alles hast Wow Ja, warte, ich hab tatsächlich noch was, was ich dazu haben müsste Und dann ganz schön nochmal in die Tasche gestickt So Wunderbar Mhm Na dann Willst du denn überhaupt schon ins Bett gehen? Hm Ich müsste gleich noch ein paar Nachrichten verschicken Ähm Pass mal auf, Ari Dann lege ich mich ins Bett und du bleibst noch ein bisschen hier Und dann warte ich auf dich Hm Ah, okay Dann kannst du hier ein bisschen Nachrichten verschicken, okay? Ja, ich sollte kein schlichtes Gewissen haben Nein, muss du nicht Okay Du kommst halt ein bisschen später Ja Ist auch nicht so viel So Dann gute Nacht, Ari Gute Nacht, Eskina Tja, dein Schlaf schön Hey, warte mal Ja Oh, heute bist du aber okay Na ja, man kann nur einmal Glück haben Okay Mary, dann schlaf mal schön Ja Ja Schlaf du auch gut Und träumen mal schön das Jahr Ja, wir sehen uns dann Freitag? Freitag Ja Ich freu mich Ich mich auch Und das war sehr lieb, was du gerade gesagt hast Hm Ja Ja Ich habe gerade ein bisschen was im Boah Der Tag heute war einfach viel zu lang, weißt du Knackpo Danke schön Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Ich gucke mir das da gerade an Und dann haut der Herr Skinner dir auf den Ariane auf den Arsch Was ist denn hier los, Alter? Ich weiß es nicht Nein Ich habe jetzt gerade zweimal Ich habe zweimal in der Pfanne gekotzt, habe mir das gebraten, habe es wieder gegessen und wieder ausgekotzt Also wirklich, so schrecklich ist das gerade Das ist Ramontik, Mann Ja, Ramontik ist das bei Eric und auch immer so, dass Eric immer herkommt und sagt so Tati Also der Eric bei mir nicht, aber umgekehrt schon, ja? Ja, dann noch Hey Dennis, soll ich dir noch erzählen, was Eric und ich so machen? Hm? So, also Ich will doch trotzdem mal ganz kurz wirklich die Nachrichten machen So Den müssen wir hier auf jeden Fall mal einspeichern Der ist der Penai Oh, wie macht man das denn? Muss ich das hier wirklich Das ist voll doof gemacht Ich kann denjenigen nicht einfach so einspeichern Deswegen haben wir noch so viele Nummern hier drin Ich sterbe, ey Ja Oh, mein Chat hat sich auf jeden Fall gefreut Oh, ey, war es so süß Hi, ich bin auch wirklich froh, dass ich diesen Unfall überlebt habe Hätte auch echt anders kommen können Ich hoffe, wir können uns bald mal wieder zusammen als Gruppe unternehmen Das hoffe Ich auch Das vermisse ich tatsächlich War auch schön Oma heute wieder zu sehen Wenn auch nur kurz Und Philipp Der ist so lieb Geht Ariane fremd? Hä? Mit Eric? Ja Ähm, der ist so lieb einfach Hut dich aus Und weiterhin gute Besserung Kleine Eisprinzessin Ich muss den mal kurz aufschreiben Warte mal Einfach Ich bin super formiert Aber war wohl ein Charakter, der sechs Monate nicht da war Entweder erzählt er das so und ist gerade eingeraten Aber das ist alles so Das ist alles ganz komisch David Leeroy Okay, so Ähm 555 989 515 Speichern Einfach die Nummer unten ins Nachricht mit abtippen Achso, ich kann hier drin kopieren Achso, wusste ich gar nicht Ich wusste, dass es Ja, ist Okay, ist was technisches Ich glaube, das darf man fragen Ist ja was technisches Oh, jetzt lasst du Warte mal Warte mal Hm Äh Ich habe zu danken Ne, warte mal Ich habe zu danken Warte mal Und Und ich bedanke mich für die Einladung an uns An uns bei Warte, das Ich verstehe schon Bestimmt Für die Für die Einladung Ich freue mich schon auf Ich freue mich Schon auf Freitag Und Leute Kommen Wir bestimmt Aber hier ist die Kummer gemacht Egal Bestimmt Genug Zu sammeln Wird Sicherlich Sehr Cool Werden So Achja, da hat man so Helfe Da hast du dir einfach Das Auto Von Meinem Freund Abgeholt Oh nein Ja, hallo Hallo Ich bin Ja Ich wollte eigentlich Nicht anrufen Weil es ist schon zu spät Und ich wollte dich nicht stören Aber ich habe gesehen Du hast mir zurückgeschrieben Wenn du den Leuten einlädst Ich habe jetzt eine eigene Kontonummer drauf gemacht Nur für den Partien Damit den Leuten quasi den Eintrittsgeld drauf überweisen können Ah, okay Wie viel warte ich jetzt nehmen? 50 oder 25? 50 50, okay Das heißt, ich schreibe dir jetzt eine Nachricht Mit den Kontonummern Und den Preis Anzahl Und Also du wolltest Du hast gesagt Du wolltest Leuten einladen Genau Ich bin so ein Verwirrter Mir ist so leid Aber den ganzen Chaosen Und Stressen Ich komme kaum hinterher Kann ich nachvollziehen Hatten wir genauso Als wir das für den Herr Weiß geplant hatten Okay, warten Warten, warten Ich bin gerade wirklich ein Verwirrter Nach dem Scheißen Ähm, weh, genau Also du lädst ja Leuten ein, weh Ja Und vergiss nicht Den Namen aufzuschreiben Und die Nummer Namen und die Nummer Genau Ich habe einen neuen Location Ja, wo denn? Einen richtig guten Auch in Weingwood Was gegenüber von den alten Locations Aber nicht so So ein Wie nennt man den? Da gibt es so ein paar Häuser Und einen wunderschönen Garten Und einen Pool Den heißt Ich muss mich eigentlich nur Ein bisschen mit den Nachbarn streiten Um den, ähm Zu bekommen Den Platz Oh Aber den wird kein Problem sein Ähm Und den ist so ein bisschen Geschlossen Weißt du? Ja, das wird sich doch gut Dann wird zur Not Wird Frau Collins einfach da Ein bisschen die Leute einschüchtern Und dann geht das schon Weil bei Collins Ähm, glaub ich schon Dass er ein Elf wird Ja Garantiert Einschüchtern vor allem Ja Ähm Ähm Ähm, ähm Ich bin jetzt nicht zu viel Stressen für dich, oder? Nein, alles gut Alles gut Also wenn zu viel Hier ist, sag mir, okay? Ja Weil ich will nicht Anderen Leuten stressen Wegen meinen eigenen Fragen Weißt du, wie ich meine? Nein, alles gut Wir sind ja zu zweit Wir sind ja zu zweit Und ich kann dann noch jemanden Inspirat holen Das geht schon Okay Ähm Okay, warten Dann schreibe ich doch mal kurz hier Ähm Ich kann nicht reden und schreiben Ich muss aufhören zu reden Warten, ich schreibe direkt was Okay Okay Ähm Ich bin ganz ruhig So Weh, ähm Kontonummer für den Party am 26.10. Und den dritten Ja, die Marine voll Ähm Mary meine ich Warten Äh Warten, ich bin noch zu telefonieren Zwei Minuten Habe gestresst Weh, weh, natürlich Ähm Wieso stopp mich jetzt hier denn? Was ist das denn? Ähm Ja, denn Es tut mir so leid Ich bin gerade so ein Chaos in den Person Das ist unfassbar Alles gut, ich bin eigentlich genauso Ähm Äh Dann bin ich immer nicht alleine Ja Äh So Ich bin hier mal geschrieben Lass jetzt den Kontonummer Mhm Und dann den, äh Preisen Und ich kann ja dann sehen, wen alles bezahlt hat Ähm Und wie gesagt, den Namen Aber ich bräuchte noch irgendwie Ich bräuchte noch irgendwie Ich bräuchte eine kleine Sicherheit Weil wer sagt mir, dass du mit dem Geld dann nicht Abhaust Obwohl, du bist ja gut mit Frau Collins befreundet, oder? Wä No, wirklich Das, umhaut ja Ich wäre denn letztens so was machen würden Weißt du, ich bin eigentlich schon, ähm Seit Mai hier, wä Okay Von den letzten Jahren Und ich war jetzt in Oktober Wach ich sechs Monate weg Und vor ein Wochen bin ich wiedergekommen Ich bin ein richtig Bekannten hier in den Stadt Ich hab sowas noch nie gemacht So ein Abzocken oder so Okay, komm Wir machen das so, wenn Frau Collins mir einfach sagt Hey, für den würde ich die Hand ins Feuer legen Dann ist das sowieso kein Problem Wem vertraue ich wirklich blind Achso, ja jetzt, we Genau, die hast du mir gerade Was auch nicht, dass du Zahlendreher machst, oder so Ja, ich guck da immer auch ganz oft nach Weil ich da immer so viel Angst habe Wä, das liegt wirklich Wenn ich jemandem Geld überweisen muss Ich immer drei, fünfmal gucken Ja Und dann bin ich mir trotzdem noch unsicher Scheiße Das hab ich auch immer Ganz schlimm, oder? Wä, wirklich schlimm, ey Ich kann den nicht in den Worten fassen So schlimm denn ist Ja, das stimmt Fühle ich sehr Wä Ah, freut mich, dass wir auf gleichen Wendlingen sind Ja Ich will mich nicht mehr so allein verloren Ähm Wä Ähm, ich wollte noch was sagen, dass ich noch vergessen Scheiße Äh, du schickst mich Appell per Mail, oder? Genau, genau Über Venture dann Hast du meine Anfrage dann genommen? Das kann ich auch morgen noch machen Oder so Äh, Wä Ich mach's gleich Ich mach's gleich einfach Aber das krieg ich auch Das Team war das schon hier Wä Ich will dich nicht stressen Deswegen Mir echt leid Wenn ich dich auch so einverwissen kann, oder so Weißt du, die meisten Leute auf der Auf der Feier von Hamm Weißt du ja Aber tatsächlich haben den gleichen Tag noch eingeladen Das wird schon Ach du Scheiße Wirklich? Ja, natürlich Okay Okay, gut Ähm Okay, dann muss ich jetzt weiter noch ein paar Sachen regeln, Wä Und wegen Catering und so Und dann hören wir uns morgen wieder Ich nehm mich dann bei dich Okay, alles klar Okay, dann ich wünsche noch einen schönen Abend Und wir danken für den Hilfen Dir auch, kein Problem Wir sehen dann Ja, tschüss Scheiße, wie war ich das jetzt? Super, also Ja, das verlockert ist Guck ich erst mal Äh Vielen Dank, Schneewittchen Ich hoffe, du hattest trotzdem einen schönen Abend Ah, die ist so süß Schluss, Baffee Fee Da hast du dir einfach das Auto von meinem Freund geliehen Geliehen Pass bitte, bitte gut drauf auf Ja Er hängt so sehr an seinen Autos Aber ich habe mich heute sehr sicher bei dir im Auto Auto, 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 Auto Im Auto gefühlt Wirklich Du kannst super fahren Und ich wünsche dir, dass du eines Tages dein Traumauto bekommst Boah, bei Fee und dem PD Bewerbungsgefühl Sie konnte ja auch diese Hauptfrage nicht beantworten Und ich hatte die ganze Zeit so Angst Oh Gott Fee, bitte bereite mich ganz gut vor Ich schreibe das auch noch Warte Und bitte bereite dich so gut es geht Und auf den PD Test for OK Du hast ja heute Larry gehört So, hier heißt es Kinderschein Wir haben Larry gehört Der hat ja schon gesagt, dass das nicht so einfach wird Ich sehe dich da Aber erst mal musst du da hinkommen Die schicken mir so viele Romanes Krieg ich es auch So Du musst nochmal Ausrufezeichen machen Ähm Melodie Philippe Okay Ähm Ich würde gerne mit dem Handy tatsächlich so Onlinebanking mäßig auch mal auf mein Konto hier gucken Gut Ja Also das mit der Konto müsste er aber eigentlich machen Ähm Da sollen dann die Leute einfach fragen Warte mal, warte mal, warte mal Ähm Ava Am Freitag ist eine Party bei jemanden, den ich kennengelernt habe Freund Ein Freund von Frau Collins Hast du auch Lust zu kommen? Ist in Winewood Ist in Winewood So, mehr schreibe ich erstmal auch nicht Wollte ich das zu kopieren, aber ging nicht Okay Ein Fee kommt ja auch Ich frag ihn nochmal Wenn du Lust hast, an das Melodie Freitag zur Party zu kommen in Winewood Dann sag Bescheid Ich kann gerade wild um mich einladen Der Typ schien sehr nervös Habs gefühlt, weil wir das ja auch beim Walter hatten Boah, ich hoffe der verarscht uns nicht Aber das steckt mir sehr schiet tief in der Scheiße Deswegen wollte ich, dass Frau Collins quasi ihre Hand dafür ins Feuer legt Philipp, hast du Lust am Freitag auf eine Party zu kommen? Habe einen Freund von Frau Collins kennengelernt, der eine schmeißen will Und ich darf nun Leute einladen Nimm ruhig noch Freunde mit, die lieb sind Freitag 21 Uhr, wäre das Hättest du Lust bei E-Mail? Wegen dem Job müssen wir halt gucken War das erstmal alles per SMS? Ich glaub, ich könnte halt sonst die Schnacken, wie heißt die immer? Schnackadeller Die Schneidergager anrufen Bescheid sagen per E-Mail Hey Oma Am Freitag Ist eine Party Weiß nicht, ob du einen David kennst Ein Freund von Frau Collins Äh, um 21 Uhr soll das Ganze Ich müsste mich dann halt morgen nochmal einloggen und gucken Das Ganze stattfinden Stackadeller Schneidergager So, ähm Das Ganze stattfinden Hättest du Lust Kannst auch Leute mitnehmen 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 Brauche nur die Namen Vielleicht macht er gar keine Party und will nur die Nummern absnicken Kann ja auch sein Wie gesagt Frau Collins soll da ihre Ihre Hand ins Feuer dafür legen Nina Hüttemann Das wird ja hier Okay, Eddie Brauche ich eigentlich nicht einmal Äh, Herr Helmut Ja Oma, du bist ja noch wach Hallo Ja, ich arbeite noch beim Eddies Oh, das ist ja ein Ding Okay Äh Ja, was denkst du denn? Ja Boah, ist so spät Bist du alleine da gerade? Ist gefährlich? Ähm Kein Idioten Ist gefährlich? Ja Also, das ist Das ist Entschuldigung Ist gefährlich Nein, Ariad Das ist nicht gefährlich Keine Sorge Ja, okay Und, ähm Philipp arbeitet mit mir Das ist seine erste Sicht Oh, und Wie macht er sich? Ja, so weit Ganz gut, ja So weit ganz gut Ja, David kenne ich tatsächlich auch schon Eine ganze Ich weiß nicht Eine ganze Seitdem er zurückgekommen ist Kenne ich David eigentlich Äh, vertraust du ihm? Auf seiner Ja, ich war auf seiner Willkommensfeier und allem Oh, der schien mir auch recht nett zu sein Aber Wir haben uns halt im PD kennengelernt Und, ähm, der war super verwirrt Und, und Sag mal Kennt der Eddie? Ja, der ist mit Eddie sehr gut befreundet Ja, das erklärt so einiges Gut Ähm, ne, äh, ich soll halt Ähm, also ich soll nicht Er hat sich noch tausendmal entschuldigt Sagt, nein, äh, und keine Umstände Und, ähm, er hat Angst, dass nicht genügend Leute zu seiner Feier kommen Deswegen habe ich halt jetzt, äh, einfach so ein paar SMS geschrieben An meine Freunde Und, ähm, hab ihnen gesagt Ich kann halt Leute da einladen Ich soll dann halt nur in der Mail ihnen schreiben, äh, wie die Namen sind Und die, und die Telefonnummer hat Damit er den Leuten die Location und so mitteilen kann Ja, der Eintritt ist ja auch 50 Dollar Genau, genau Wusste nicht, dass du das schon wusstest Da bin ich halt so Ja, ich wurde schon eingeladen Ach so, super Weil Ja, vorhin schon, ja Ich habe ihn, der hat gerade nochmal angerufen Und da habe ich gesagt, okay, das Einzige Wir haben uns gerade erst kennengelernt Und, ähm, jetzt soll ich ihr den Leuten die Kontonummer geben Dass sie 50 Dollar überweisen Ähm, es, da habe ich ihnen gesagt Es wäre cool, wenn Frau Collins mir vielleicht nur eine kurze Nachricht schreiben könnte Mit, äh, dass sie die Hand für dich ins Feuer legt Oder so, weil ihr vertraue ich blind Weißt du, weil ich kenne ihn ja gar nicht Aber wenn du jetzt auch sagst, du kennst ihn, ist natürlich Ja, der ist ein guter Also so wie ich ihn bisher kenne, ist er ein guter Der hat auch, ähm, Philipp hat ihm auch, äh, Pancakes mitgebracht Für einen Wert von, mit, also Wert von 400 Dollar Wow Und der hat es auch kaum net zurückgezahlt, ja Ah, okay Er scheint da wirklich sehr nett zu sein Der ist auch nett, der ist auch nett, ja Der ist gut mit Eddie, Mary, ähm, und Isabel befreundet Und die haben letztens eben auch eine Party für den gemacht, eine Willkommensparty Ah Und da war ich eben auch gewesen Das war sehr cool, am Flugfeld oben in Sandy Shores war das Oh, da war ich heute auch Also ich habe jetzt auch für ihn, ähm, halblich auch, äh, der braucht ja einen DJ am Freitag Das hat er aber jetzt, glaube ich, auch organisiert Oh, genau, ich habe dreimal rumtelefoniert, aber keine Antwort Ach, für die DJs? Genau, ich kannte auch drei Achso, ne, ich habe ihm eine ganze Liste gegeben von Leuten Oh, super, Oma Von den DJs, genau, also der, das kriegt man hin Ja Ich habe da ein bisschen meine Kontakte spielen lassen Was ist denn mit dir? Du kennst die halbe Stadt, Oma Du, wenn man beim Eddie so lebt, äh, lebt man viel Leben Also wenn man hier arbeitet, dann lernt man ja gefühlt jeden kennen Ja, das stimmt Und, ja, dadurch hat man ja gute Kontakte Also da sagst du echt nichts Ähm Oh, das ist schon ganz cool Mann, ich wünschte, ich könnte auch kennen Aber, Oma, du beruhigst mich gerade tatsächlich ein bisschen Ich finde es cool, dass du ihn kennst Und mir da jetzt auch ein bisschen die Angst gerade genommen hast Weil ich war wirklich nicht sicher Und ich hatte so, okay, es sind nett Aber es sind nette Leute nutzen dann ja so schnell aus Deswegen war ich jetzt ein bisschen verunsicher Ja, nee, nee, der ist echt, äh, in Ordnung Ich habe auch auf der Party oben mit Handy-Shores Habe ich auch kurz aufgelegt gehabt Also, was heißt aufgelegt, aber Wirklich? Du kannst das? Ja, also Boah, Oma Ja, ich habe das, äh, ich habe, ähm Ich habe die Anlage von Philippe benutzt gehabt Und dann Ja, war ganz, war ganz cool gewesen Boah, ich wäre gerne dabei gewesen Aber ich feier Hey, ist Mary immer noch so stinkig auf mich, weißt du das? Weil letztens in der Gruppe hat sie erstmal nichts mehr gesagt Deswegen dachte ich, ja, vielleicht ist ja jetzt, äh Also, es ist okay, wenn Also, keine Ahnung, äh Sie hat gemeint Sag einfach, ich sollte besser nicht mit ihr reden, ne? Erstmal Ich glaube nicht, nee Okay, alles klar Ich glaube tatsächlich nicht Tut mir leid Nein, alles gut Mal gucken, was die Zukunft da so bringt Ja Ja, aber ich bin, ist der wirklich Franzose? Ja, der ist Franzose Aber wie, wie alt ist der denn? Der war ja so nervös gerade Hm, der ist noch nicht allzu alt Ich glaube, der ist noch, äh, er hat noch Anfang 20 oder so Ah, okay Ach ja, das bin ich ja auch, ja Also sowas in der Art Warte mal kurz, bleib mal kurz dran Lüchchen, kann ich noch was bringen? Kann ich noch was bringen? Ja, sworm Ein Bier, ja mari Ah, schön Ja, ne Auf jeden Fall Würdet ihr denn auch kommen dann am Freitag? Ich meinte, jetzt muss ich ja hier nicht mehr fragen Ihr habt euch ja eh unter euch getät Ähm Ähm, ja Also, ähm Nicht nur ich Ich glaube, Philipp auch Und Eva kommt auch Oh, cool. Oh, da hätte ich Elva ja gar nicht schreiben müssen. Nee, nee, die kommen alle. So, das macht dann zusammen 27 Dollar, bitte. Boah, ich habe gerade kein Geld. Hm? Ja. Dankeschön. Nee, alles gut. Ich habe auch in meinen Hörern noch halbgesprochen. Von daher, alles gut. Guten Trink, ne? Jo, bitte. Guten Trink, was ist mit mir denn los? So. Ja, naja, man sagt ja guten Appetit. Das darf man halt einfach auch guten Trink. Ja. Gut, ich weiß nicht, wieso das nur Angst hat, keine Leute zusammenzukriegen. Ich meine, er kennt dich. Ja, eben. Also kommen auf jeden Fall einige. Und also Elva ist ja, Philipp kommt, denke ich. Ich komme ja. Und dann mal gucken vielleicht. Larry kommt auch. Wer? Larry, Herr Skinner. Ach, Larry. Ja. Ich habe heute gefragt. Ja, das ist doch gut. Sehr schön. Freut mich. Ja. Ja. Und dann endlich mal wieder alle was zusammen machen. Ja. Ja. Na ja, ich weiß jetzt nicht, ob es alles ist. Aber ein paar sind es. Ja, nicht von damals, aber einfach mal wieder ein paar Leute treffen, weißt du? Ja. Da habe ich Lust drauf. Stimmt. Gut. Ja, ein paar Leute auch kennenlernen. Ja. Zum Beispiel David finde ich jetzt super lieb. Und bei Elva bin ich auch noch froh. Wir haben auch viel zu wenig Kontakt. Die macht immer so schöne SMS. Die sind so schön bunt. Ja, Elva ist sehr, sehr lieb, ja. Ja. Und mit Pamela habe ich ja gar keinen Kontakt eigentlich, aber immer wenn ich sie sehe, muss ich ja sagen, wie toll sie aussieht, habe ich dir ja schon gesagt. Ansonsten kenne ich sie leider auch nicht so wirklich. Hm. Ja. Ja, gut. Ich kann dir nur die Empfehlung geben, dir ja noch deinen kleinen Freundeskreis oder deinen großen ein bisschen aufzubauen, würde ich dir als Tipp geben. Ähm, du verstehst, was ich meine? Hm. Gut. Ich meine nur. Ich würde auch gerne ein paar mehr Facetten sehen, einfach. Ja, kann ich verstehen. Das wird nämlich sonst, äh, wird schwierig. Ja, ich weiß. Okay. Ähm, dann schreibe ich mal noch ein... Oh, Entschuldigung. Dann, dann schreibe ich mal noch ein paar SMS. Hm. Und mal gucken, wer... Gibt es jetzt irgendjemanden, den er zum Beispiel gar nicht mögen würde? Oder irgendeine Berufsgruppe oder irgendwie sowas, wo ich... Hm, der kennt niemanden. Warte mal kurz. Hm? Lüchchen, kann ich noch was bringen? Zwei Tabis? Ja, bringe ich sofort. So, also glaube ich nicht. Der war ja sechs Monate weg gewesen, glaube ich. Also meinst du, ich kann das so einen Helmut einladen? Oder soll ich davon erzählen? Ja. Der Helmut war auch oben auf der Party gewesen. Achso, ja, super. Ja, der war auch oben. Ja. Aber so, bitteschön. Äh, das macht dann zusammen 34 Dollar, bitte. Jo, das ist natürlich Zeit. Oh, danke, schön. Danke, danke. Schönen Abend Ihnen, ne? Jo. Äh. Oh, nee, hoffentlich. Ah, ja. Nee, doch. Nee. Doch. Nee. Er geht wieder. Was? Ah, ja, Philippe. Ich weiß nicht, was los ist. Ich find's aber lustig. Ja, da ist gerade jemand zu mir hin und dann wieder weg und dann wieder hin und wieder weg. Ich war gerade selber sehr vermut gewesen. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Aktion war, aber dann meinst du mir hier aus dem... Ja. Ja, ich weiß, Philippe, dass du da... Du multitaskst. Sag mal, es gibt, glaube ich, neue, neue Klamotten und so Zeug, wurde, glaube ich, neu geteilt. Ja, ja, ich weiß zum Beispiel, ich weiß im Binko von ein paar neuen Sachen, ähm, aber kennst du den Laden gegenüber vom, ähm, vom Suburban bei mir hier unten? Da ist, also auch bei dir, da ist so ein Laden schräg gegenüber auf der anderen Straße. Der mit den ganzen Kappen da. Genau, genau. Achso, du kennst den. Ja, den kannte ich, ja. Ja, den hatte Melo, die mir letztens gezeigt, ich hab ein Sprung-T-Shirt da gekauft. Ja, das war doch das, wo du, ähm, wo du mich noch gefragt hattest, wo ich gesagt hab, du sollst nach was Krümen ausschaut halten. Ja. Ernest du dich? Das war am, äh, St. Patrick's Day. Da haben wir uns beim Suburban getroffen nochmal. Genau, ja, stimmt, ja, stimmt, auch, ich bin so doof. Oh, Oma, mein ganzer Kopf ist immer so voll, ich vergesse so viel. Ich kenn's. Ja. Ja, Philipp, das ist dir Zeit. Philipp, ich telefoniere, siehst du nicht das Handy, Philipp? Nimm doch mal mein Handy, so. Gib mir Zeit, jetzt geht's. Ach, ihr beiden. In euch. So. Ihr beiden, einfach. Gib mir Zeit. Gib mir Zeit. In euch. Ja, jung. Gib mir Zeit. Okay. Ja, Oma, ich mach dir jetzt nochmal ein paar, äh, paar SMS und leg mich dann auch hierher. Ja, richtig, sehr gut. Okay, dann sag ich schon mal bis Freitag. Ja, bis Freitag, dann sehen wir uns dann spielstens. Ja, dann bis Freitag, Oma. Jo, bis dann, gute Nacht. Tschüss. Ciao. Hoffentlich hat man sich das nicht falsch aufgesetzt, das war jetzt nichts gegen Melody, auch nicht OOC, also das meinte Oma nicht, aber es ist so, dass Ariane sich immer mehr von den anderen Leuten ja entfernt hat, ne? Und Ariane hat keinen richtigen Freundeskreis mehr, hat sie einfach nicht mehr. Und deswegen wollte ich mit Ariane so langsam, wie gesagt, ich würde mir immer noch wünschen, dass Melody und Oma sich irgendwie vertragen würden, damit wir alle ein großer Freundeskreis werden. Aber so wird es halt für Ariane immer schwierig sein, äh, zum Beispiel auch Melody zu sagen, hey, ich treffe mich jetzt mit Oma, äh, beschäftige mich jetzt mal alleine, weißt du, das ist halt eine superschwierige Situation für, für Ariane, aber sie muss halt wirklich gucken, dass sie halt auch neue Leute kennt, ja, dass sie immer offen bleibt und sowas alles, weil sonst wären wir die ganzen Neuankömmlinge, das ist ja dann, man kommt ja gar nicht zusammen, ne? Und Ariane hatte einen Freundeskreis, aber hat ihn halt jetzt nicht mehr. Und, äh, heute ist es schön abflüssig, sag ich, das fand ich auch, fand ich wirklich auch. Ich finde, ey, war so süß einfach, so süß. Warte, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, äh, alle eingeladen, alle eingeladen, alle eingeladen, wer weiß, so Helmut wohnt man noch eben. Und, Herr Helmut, am Freitag ist eine Party, Party, haben Sie Lust, dorthin zu gehen? Sag mir, immer, dass sie und du von durcheinander wüffeln, einfach, sag mir einfach Bescheid, einfach Bescheid. Vielleicht kennst du ihn. Oma meint, sie waren bei dem auf der Party. Er heißt David Leroy. Sie, sieh du, sieh du, sieh du. Lust, ja, Zeit, weiß nicht. Hört sich aber schön an. Falls es mir klappen sollte, werde ich versuchen, dich da sein. Äh, vermutlich, äh, werde ich versuchen, da sein. Sehr lieb von dir. Danke. So. Da schicken wir den Philipp mal ein Herzchen zurück. So. Ansonsten, also, wie gesagt, wenn das ja eh dieser Cluster da ist, die werden sich ja alle, die werden sich ja alle kennen. Melodie 2 ist ja, glaube ich, noch nicht wieder da. Ich auch suche sie gerade. Ich bin irgendwie die. Achso, das ist ja der Borust, oder? So, jetzt kommen wir nochmal hier und dann sind wir gleich, boah, das war heute, seht ihr das mit dem Bug heute, wie scheiße das war, dass ich da einfach beim PD da die Treppen runtergerutscht bin. Mann, ist das kacke einfach, ey. Oh mein Gott, meine, das ist so hell. Kontaktanfrage. So. Hat die das angenommen? Ja, ne? Ja. Gut. Immer noch hell, aber viel, viel besser. David Leroy. Leroy. Oh, warte, was muss ich überhaupt anders? Habe ich jetzt schon wieder keinen Bock drauf, ey. Warte. So. Ich hasse es, wenn ich da unten stehe. Bist du noch beim Napier, wo ich der einzige Profilaufhof war? Äh. Das war so peinlich. So, wenn ich mein Rost dorken kann, kannst du hier. Genau. Guck mal mal. Er kommt aus Frankreich. Ja. Wichtig. Ich bin schon wieder unterwegs. Ich bin schon bei der Duette in Italy. 13.08.2020. Ah. Cube, bester Hund. Hä, hier gab's Hunde? Hä? Wo gab's denn hier Hunde? What the fuck? Warte mal. Okay. Hä? Okay. Sind in Lucky 5 nicht alle Tiere von so einer Seuche befallen worden? 16.10. Ist das nicht das Auto von Mary jetzt? Boah, 4000, ey. Holy shit. Okay. Also die, wenn die Oma schon sagt, ist okay. Aber trotzdem würde ich gerne von Frau Collins das posten. No, haben wir. Ist die cool aus. Brunus Lieferdienst. In und um Palito Bay. Boah, auch cool. Du sitzt am Strand und das Bier geht aus. Homeparty und kein Alkohol mehr da. Erstes Date und vergisst die Blumen. Geburtstag und Geschenk vergessen. Ähm. Du stehst am Herd und dir fehlt dir eine wichtige Zutat. Nächtiger Hungerflash und zu faul zum Kochen. Scheiße, meine Pfanne ist unten im Auto, ne? Oh, die hätte ich natürlich auch hochbringen können, ey. Naja. Palito Bakery. Die Palito Bakery stellt sich vor. Oh, wie cool das alles ist, ne? Ist das nicht der eine Typ mit dem Schnurrbart? Wo ich immer sage, wenn jemand den Schnurrbart hat, ist das nicht der eine Typ mit dem Schnurrbart? Ja, aber Tiere, Tiere. Ach, Tiere sind Supporter. Okay, weil offiziell kannst du hier kein Tier spielen. Es gibt Server, da kannst du das. Und es ist super strange einfach, wenn Leute die ganze Zeit nur rumlaufen und wuff und so machen. Meins wäre es nicht. Aber ja. So, dann legen wir uns jetzt gleich. Erik muss auch hochladen. Schau, ist ganz cool geworden hier. Wir haben geöffnet. Oh, ich bin wirklich müde. Okay. Aber war das ganz, war doch ganz cool heute, ne? War cool mit dem Rundflug. Das, äh, hab ich sehr überrascht, tatsächlich. Das war schon sehr cool, ne? Ja, ich wünsch dir, wir würden mal wieder was dazu machen. Bäm, Rundflug. Cool. Das war wirklich schön. Weil, du hast sowas halt, pssst. Du hast sowas halt in GTA Online immer. Scheiße, weil Ariane hat immer geschlafen. Ich glaube, auf der anderen Seite, ne? Ähm, du hast sowas in GTA Online halt immer. Aber hier ist es halt wirklich was Besonderes dann wieder, ne? Echt super cool, ja. Oh, nein! Ich will dich mal wieder anspringen. So, Fantasie-Skinner liegt ja da. Oh, ist da jetzt echt nicht wahr. Oh, Mann. Da muss Ariane sich bald auch mal wieder anstrengen, ne? Oh, das soll jetzt... Ich dreh durch, Alter. Batsch will in gar keinem Bock. Ja! So, warte. So. Schuh hat sie auch aus. Abgeschlossen ist. Gute Nacht, Ariane.